Hallihallo meine liebe Leute und ein herzlich willkommen wieder zu einem neuen Livestream auf dem Kanal des Hundes Heute sind wir wieder back am Start, wir haben heute einen gemütlichen und gechillten Livestream Und das heißt wir werden heute mehrere Games zocken, wir werden später auch noch ein bisschen auf Grand zocken Vielleicht noch paar andere Games mal schauen, viele haben sich auch mal wieder gewünscht, dass wir Phasmo spielen Also ich schaue einfach wie wir einfach heute Bock haben Leute, heute ist einfach ganz gechillt Wir fangen heute mal aus, dass alles mit RLO an, so ist es Also heute direkt, wer es schon eingeschaltet hat, RLO fangen wir an und mir fällt gerade auf Perfekt, es fängt an zu... Perfekt, Alter, ich bin mit dem Outfit da Ich bin nämlich noch immer so angezogen wie letztes Mal Ich hab mich ja... Wir müssen hier so Präventionskurs müssen wir belegen und ja Jetzt schauen wir mal, ich fahre jetzt mal zur Polizei und frage mal, wo ich diesen Präventionskurs bekomme Ich bin heute 1 zu 7 unterwegs, als Mark Rumpel, wer mich nicht erkannt hat, wir sind halt nur verkleidet heute, ja Verkleidet da Mark Rumpel, der Rumpel ist halt da So und vielen Dank an die ganzen Donations vor ganzen 20 Minuten schon Von Marlon ist es gesündet, bist ein toller Streamer, weiter so Der hat vor 20 Minuten einfach donated, der Ehrenbruder Ero stritt sie auch wie immer am Start Alles Gute Nacht, hier kannst du mich und meinen Freunden Cheekkudel grüßen Ero stritt zum Cheekkudel grüßen Und Patrick Nabkowski, danke für den Euro Kurs geht raus, heißt fast nicht, der ist ja ganz klar So, was sind da los? Servus Digga Waller Film heute Hast du dich erkannt? Nee, absolut nichts Ja, weißt du, ich hab ja Präventionsdrogen-Dingsbums bekommen, wegen, äh, weißt schon Danke, jetzt hab ich mich extra mal in Schale geworfen Ich hab mich gar voll erschrocken Ach so, erschrocken hast du dich Ja Alles gut Gehört ihr Zeit zusammen? Nein Nein, sie gehört zu Gibi Nee, meine ich ja, weil ich das selbe Outfit trägt, also nicht du und er Ach so, ja Ja Ja, ihr gehört zusammen, seid ihr Geschwister? Nein Ach so, ihr seid, ich dachte schon, Sweet Home, Alabama, alles gut Nee, sie sind wirklich zusammen zusammen Ach, die sind wirklich zusammen zusammen? Ja, sie sind zusammen 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 zusammen, so richtig, also ihr seid nicht nur so zusammen, so Friends, so Friendzone-mäßig, sondern ihr seid wirklich Pärchen Das ist schön Nee, noch hat sie noch mal nicht gefriendzoned, schau mal, wie lange es dauert Ja Na, guck mal hin Also wenn ich friendzone ist, ist das auch so ein bisschen zu spät, du Sag mal, wird euch gar nicht nass, also mir wird grad nass am Poppes Nee, es geht eigentlich, es ist so warm, da ist so eine Abkühlung ganz fein normal, zwischendurch Ja, weißt du, ich fahr jetzt nämlich Richtung Stadt einwärts und frag direkt mit dem Outfit, wann meine Drogenrevention anfängt Das ist eine gute Idee, aber pass auf, unten gut nach dem Tunnel ist davor eine Corporino-Chanten Äh, bei dem Tunnel, da drüben? Genau, ja Oh, perfekt, dann rase ich nochmal durch, danke Ich habe auch so einen Rucksack, bitte schön Du willst auch so einen Rucksack haben? Ja, aber den gibt's nicht für Frauen Ja, das ist schon eigentlich Frauenvereinig, dass es den für Frauen gibt, sollte man den Verkäufer schon mal drauf ansprechen Hallo Der Rucksack ist voll knifft, ich will den auch haben Gibi, kennst du den Herren? Nee Sag ja Wenn du deinen Ausweis zeigst, dann kennst du ihn Ja, ich zeig hier keinen Ausweis Warte, mit was könnte ich mich identifizieren? Ähm Warte, wie mache ich das am besten? Hm Sag mal, was mache ich denn eigentlich immer? Was ist so mein Markenzeichen? Tja Ich vergesse sehr viel, ich habe manchmal die Demenz, die kickt Ah ok, ja Ja, perfekt Gut, danke, tschüss Tja Tja Falsch, 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 da wollte ich gar nicht fahren, Hilfe Ups, 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 falsch das Auto, falsch das Auto ausgepackt Ups, mit dem will ich doch gar nicht fahren heute Warum muss es genau heute regnen, weißt du? Äh, was war es denn für, ach so, den habe ich ja aufgekauft, stimmt, aber mind Äh, da, da ist es, mit Markkennzeichen, perfekt Ihn fahren wir wieder, Lieblingsautos gewonnen auf RLO Du musst schon so sagen So, dann fahren wir mal mit Füllgas Ah, Grobellose Grobellose Tanken muss ich auch noch Grobellose und Tank muss sein, Leute, das ist wichtig und richtig So, ähm, Dankeschön an The Power Factory für Subwerden Blackwurst R, äh, die KRK, danke fürs Subwerden auch Äh, Susan Schmidt ist mit dem Euro dabei, Dankeschön, Seat 55 Moin, wie geht's, viel Spaß beim Stream, ihr geht's sehr gut, ich hoffe, die auch mal lieber Äh, Patrick nochmal, danke für zwei Euro Mike, Nile Bock, danke fürs Subwerden Und Sani 1 zu 7, hoffe, dir geht's gut, schönes Abend dir noch, Dankeschön, wünsche ich dir ebenfalls So, rauf mit der Tanke Und wir holen uns erstmal Rummelöschen und dann geht's los Guck mal, wird das, wird das Wetter eben nochmal wieder schöner oder bleibt das jetzt so? Ich hab jetzt gar keinen Bock auf, äh, hier Regen, gar keinen Bock Aber in letzter Zeit kommt mir vor, Regen jetzt ja öfter Software erinnert, ich hab nix umgestellt Keine Ahnung, das ist, das ist einfach Wetter, macht's grad, was ich will Äh, gutes Sommer, ne? Bei uns gewittert's ja auch grad in Real Life, das ist 100 pro dasselbe Alter, komm, das gibt's doch nicht Wenn ich jetzt nochmal einen Win mache, dann hab ich zweimal in zwei Streams 10.000 Euro nach dem, äh, 10.000 Dollar nach dem Ding gewonnen Warte, da müssen wir jetzt nochmal, wo ist die, wo ist die geile Musik? Oder wir machen lustige Musik rein Oder, warte, Intro? So Aufrubbeln Oh, und Weißt du, ich wollte es schön episch machen, es funktioniert nicht Mit so einem richtigen, äh Herumgeschreie, wie wenn du ein, äh 360 Nose Scope schaffst Was mach ich? Nein Ja, erstmal Kennzeichen aufrubbeln, genau 5.000, da kommt der jetzt aber, komm, der jetzt aber Komm Komm, komm, komm Noch ein Stern Noch Funktioniert nicht Funktioniert nicht Will nicht Alles gut Alles gut Ich hab heute Pech, das passt Also heute den Tag mit Pech verbringen, das ist schön Das ist ja der Regen heute Ist sicher der Regen heute, das passt Turo ist auch wieder am Start, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich auch dir, Turo, weil ich brauche einen Benzinkanisten So, Benzinkanisten selber mit Ach, habe ich eh schon perfekt So, jetzt fahren wir zur Polizeistation und fragen wegen Prävention, das ist wichtig und wichtig Wo wollen wir fahren wir da hin? Geh mal richtig auf den Sack, so, ich mach mal Funkgerät an Äh, anmachen, 1 zu 7, verbinden Guten Tag Ja, Bob Marley höchstpersönlich So Jetzt schauen wir mal zur Polizeistrale und hoffen mal, was wir da schönes bekommen Na, hör mal So Stone Man, um, wie geht's? Wie steht's? Mir geht's gut, ich hoffe, dir auch Vielen Dank Patrick Nabakowski, noch mal 5 Euro Dankeschön dafür auch Wird für 3.0 einen Trailer geben, bevor ich fertig Ich denke mal schon, ja Jetzt haben wir ja für alles einen schönen Trailer gemacht Also ich schätze mal für 3.0, wenn wir auch einen Trailer machen Also ich schätze mal, ja Aber, ähm Das wird noch ein bisschen dauern Bis es kommt, aber ich schaue, dass wir das so gut wie möglich hinbekommen, dass es so schnell wie möglich fertig ist, ne Aber ich will keine heilfältigen Sachen machen, dieses Mal Nichts heilfältiges Äh, Claudia, konnte ich gleich versuchten werden Den Sohn, den anderen soll ich grüßen, von Mike, jawoll Hör wieder was? Was macht ihr gerade? Auch nix Der, der, der Herr Wolf, der, äh Verarscht hier gerade die Leute Achso Oh, damit kann man ein Leben Oh, Sunny ist hier am Start Hoffe dir geht's gut, schönen Abend hier noch Dankeschön Sunny, Jami geht's gut, ich schaffte dir auch Ich hab mir den Rennstoff-Market, da bin ich auch nicht gekocht, aber wir sind nicht, damit wir sind nicht Ich hab' nicht geblitzt jetzt heute War viel zu schnell wie der Kiste Drück, drück den Benzer, drück, drück den Benz Oh, 266 muss ich aufpassen, hab ich da gewinnt, ich hätte das Führerschein weg Erstmal Motor, Schaden incoming Abbremser am Blitzer, genau, kann man ja den guten alten Kollegen Hab' ich noch eine Rechnung offen, ne? Ah doch, Radarfallen, ja gut Äh, zwei sind offen, alles gut, so Gut Ich seh' schon RLU 10.0 kommen, ja Bis dahin, es geht ja sechs draußen, Bruder Ne, geht ja sieben, ist bis dahin draußen So Einmal abbiegen Nochmal rechts abbiegen Schau mal zum, zum Polizeiliegelchen rein Hoffen, dass wer da ist Einpark-Mobil-Profi Aussteigen Wie ein Profi So, jetzt müssen wir wieder unsere Lustige Stimme rausholen Oh, sind die Hallo Hallo Guten Tag Was geht, was geht, Bro War nix bei dir? Ja, nix, Bro Alles cool bei dir? Ja, alles cool Ja, alles cool Warten schon Ja, Entschuldigung Alles tutti frutti Ja, ich fahr schon seit 20 Minuten hier Mhm Unklingel Hast du auch niemanden geholt, Bro Musst du wieder anrufen, wenn keiner da ist, Bro Ich hab keinen Kontakt Polizei, Bro Polizei Ja, aber ich brauch, äh Es ist doch kein Dispatch-Konto da Wie, Bro? Äh, wieso soll ich einen Dispatch-Konto senden? Wenn es kein Notfall ist Bro, wenn du da bist Kannst du trotzdem Dispatch senden, Bro Ich glaub, dass du selber schütteln kannst, da kommt, Bro Ich mein, ich könnte jetzt auch machen, Bro Aber mach du, Bro Dann warte ich auf dich, Bro Keine Datenvolumen und so, weißt du, Bro Ja Wo bist du denn? Ich bin grad einen Meter über der Grove Ja gut, dann ruf ich mich an Lass mal treffen Mal schauen, ob da wer kommt Lass mal treffen, ja wann, wo L.E.P.D. Ja, wo bist du? Hallo? Ich brauch nur ca. 3-4 Minuten mit dem Gibi-Code Und danach können wir uns gerne treffen Wir können uns alle treffen, wir machen Rambazanda Bisschen Action Hä, was? Action Lässt dir bitte deine Hose zu Was für Action macht ihr denn? Was, ich hab, äh, oh, äh, ja, das ist eine gute Frage Ich hab Bock auf Action, irgendwas starten Ich starten jetzt was letztens so häufig Also, ich hätte Zwetschgen zu Hause Ja, machen wir Zwetschgen-Party Bisschen Zwetschgen machen, ja Oh, ja, hab ich Bock drauf Schönen Kuchen machen und so Wo willst du das halt grad machen? Creme-Kuchen Oh, geil Ich will einen Creme-Kuchen Hey, was? Oh, ne, den Heats, Bro, alles gut Weißt du, ich mach manchmal so Brownies Weißt du, mit so ein bisschen Kümmel und Krümel drin Bro, die schmecken so gut, Bro Was? Wo Spannock? Hast du noch echt übrig? No, Bro, nichts mehr übrig, Bro Ja Hast du Bock, was zu schaust? Ich hätte auch schon gebraucht Oh, jetzt hab ich nicht mehr Bro Ja, ich überleg einen Plan, ich bin Chili Ach So, wann kommt der mal, Bro? Wann kommt der dann hier mal raus? Das haben wir hier alle angerufen So, wer war zuerst da vor den Broskis? Ich weiß, er ist hier Wer war erst zweites hier? Der Bro hier vorne? Hört ihr zusammen? Nee, der ist ein Kollege Ach so, seid ihr zusammen? Seid ihr so richtig Bros? Ja Ja Ah krass So ist denn hier los Wir haben Bro 1 und Bro 2 Wir haben eine Massenfassadung Hier Warten sie alle? Ach, den mal durch Nee, nee, wir wollen dafür sollen, dass Cannabis legalisiert wird Oh, Bro, das finde ich gut, Bro Bro, ist doch legal, oder? Wir sind doch ein freies Land, oder nicht? Cannabis ist legal Ist doch ein freies Land, ist doch legitim und komplett legal, oder nicht? Ja, ich habe der Polizei schon geschrieben, nur ich glaube, die haben gerade ein bisschen was zu tun Nee, die haben ein bisschen was zu tun, Bro Also, soll die jetzt mal hin und klingeln, dann macht man den hier Nein, 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 Bro, 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 Bro Du musst, du musst die, du musst die ancallen, Bro Du musst über das Handy die ancallen, dass die ancallen, Broski Sonst kommen die nicht Hat jemand von ihnen schon nie angecallt? Ja, wenn einer gecallt hat, dann warten wir alle Er hat noch keiner gecallt, dann warten wir alle noch zwei Stunden, Bro Wer hat jetzt angecallt von euch Broskis? Ich Ja Du, dann warten wir hier, okay Bevor wir jetzt alle hier den Chat von der Polizei noch zuspammen, Bro Müsst du aufpassen Rolf Ja, dieser Hat wer auch von euch Präventionstraining? Kann ich nicht mal über Draht anrufen? Prävention, ja wegen Drogen und so weiter Btm besitzt im großen Maß, im großen Stil Ja, warum? Okay Oh, der Bro, der fühlt's mit, Broskis, ja Einmal links, einmal rechts Einmal rechts, einmal links Immer wieder sparen Jetzt hab ich mir den Jolli fast eingezogen Aber ich hab mal ne Frage an ihn Hat sich nicht so gesund an, sie sind auf ne Präventionsmaßnahme und rauchen trotzdem mit Sonny weiter Nein, 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 Bro Ich frag nur, Bro, da ist nichts drin, Bro Hallo Hallo Broskis Ey 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 Broskis Broskis Da warten 50 Leute hier vorne, Bros Broskis Aber guck mal, wenn sie so reagieren Wenn sie so reagieren, dann wird sowieso keiner kommen Bro Broskis Da drinnen, hallo Die Broskis, kommt mal raus hier Bro 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 Entschuldigung Sie sind der Erste Ich komm gerade nicht reingehen Ähm Ich komm mal nachfragen, wie es ist mit dem Polizistenstelle Sucht ihr noch welche? Was ist der Sound auf der Spende? Sie können gerne ne Bewerbung schreiben und dann an einen Commanding-Police-Officer dieser Beide Ich aussehe Marc Schrumpel Und dann wird man sie kontrollieren, wenn es wieder Richtung Bewerbungsgespräch geht, ja? Okay, wo, also wo kann ich die Bewerbung einreichen dann, also richtig? Können sie dann hier einreichen Ja, sie können dann einfach im Dispatch schreiben, dass, äh, gerne mit ne Krami Ähm Ja bitte Gibi 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 Schade Zum Präventions-Drogendings-Bump-Training Das muss ich hier absolvieren, bin ich hier richtig? Ja Das wurde, ähm, vom, vom Gericht, ähm, so angeordnet, dass sie das beim PD machen müssen Ja, 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 fürs Filmgelände aber komplett, die ganze Firma so Ja, haben sie ein Schriftstück, ähm, davon bekommen, oder haben sie erstmal ganz kurz einen Aussatz, oder? Ich hätte ein Aussatz, also kein Schriftstück, wahlen sie mal Äh, die haben mir nix mitgegeben, die haben nur gesagt, die musste herkommen und dann sagen, Präventionstraining Ja, die ist das Ananas glaub ich, aber ich kann das dann nochmal dorthin geben, Bro Ist kein Problem Hm, ja, die müssen uns ja irgendwas mitteilen, was war ähm, was hier bei ihnen ist Ja, 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 und Gucken sie sonst mal nach, verstehe, was drin, Bro Ich schau mal ganz kurz in ihre Akte Ja, broski, alles gut alles lassig und chillig hier Ich weiß, ich kann überhaupt nie nachvollziehen, dass die mich rausgepickt haben für sowas. Ja. Ja. Also in ihrer Akte steht da drüber nichts. Ja. Ich kann mal eben Kontakt zum Zugriff gerade aufnehmen. Ja, ja, machen Sie das sonst. Vielleicht kann mir da jemand was sagen. Ja, ja. Und dann können wir das weitere klären. Ja, ja, okay. Was mache ich hier? Perfekt. Ja. So. Ghost, danke für den Euro. Mist, Katie. Bin bald kein Mitglied mehr. Aber trotzdem, wir sind wieder bei Kuss, geht raus. Muss man auch nicht. Freddy haut raus. Dankeschön, Freddy, für 999. Du sollst dein Geld mal sparen, lieber Fredl. Daddy ist Sprenger. Seit zwei Jahren jeden Stream von dir geguckt. Jetzt endlich wieder Pi-Mitglied. Best Hund. Schau mal, ein Mitglied geht, einer kommt dazu. Kuss, geht raus an Dennis. Neu, danke für den Euro. Felix, FMC, danke für den 50 Cent. Christian Strunz. Du kennst mich nicht, aber jetzt kennst du mich. Grüße aus Fulda. Dankeschön. Ja, Bro, ich kann uns auch. selber rüber gehen zum Dingsbums, Bro. Ist kein Problem da. Ja, wenn wir wollen. Ich kann Ihnen erstmal Ihren Ausweis wiedergeben. Ja, Bro-Ski, danke, danke, Bro-Ski. Okay, alles klar. Man sieht sich. Tschüss. Juti. Ja, wollen Sie nicht fahren? So, bin wieder da. Äh, hast du Bock auf Bank oder Juve? Das ist die Frage, ne? Ich war gerade, es sind da Gittern fast, ne? Also mit einem guten Plan spricht nichts dagegen. Ja, kriege mal schon hin. Also no risk, no fun und ohne fun kein Spaß. Ja, wie wäre es mit so voll dem riskanten Plan, der richtig in die Hose gehen kann? Da habe ich Bock drauf. Ja, so richtig, richtig. Ich habe breite 1000 auf dem Konto. Kann ich mir dann leisten. Ja, überleg mal, so einen richtig dummen, blöden Plan, den sich noch nie bei einem fahren hat lassen. Aber der ist dann so schlecht, dass er wieder funktionieren wird. Genau sowas in der Art. Genau sowas denke ich mir die ganze Zeit. Also ich glaube, den haben wir. Je schlechter, desto besser mit Rasenmähern abhauen. Das hättest du davon. Was? Ja, holen wir uns alle Rasenmähern und hauen wir damit ab. Ja, äh, ich würde mal sagen, wir treffen uns mal alle am Gelände, weil wir haben da schon so eine grobe Idee. Okay, wir treffen uns gleich. Ich gehe nur ganz schnell. Ich muss zum, äh, Dingsboost muss ich zum, ähm, ach, Gerichtsgebäude. Die Polizei weiß anscheinend vom Präventionstraining nichts. Okay. Ja, ich habe ja bekommen für die Firma eine komplette, äh, Anti-Drogenprävention, die wir machen müssen. Perfekt, nur eingestellt erstmal Drogenprävention. Ja, äh, komplett aber. Alle, alle Mitglieder so, weißt du. Und, äh, das müssen wir machen, weil ich BTM-Besitz in der Firma hatte. Und, ja. Hey, Kami muss das dann nicht machen, weil sie ist ja nicht mitzut. Der war nicht schlecht. Ne, wir gehen für Elena und auch für Harley, die müssen das auch nicht machen. Naja, kommt drauf an, ne? Ich meine, weißt du das? Ob's so ist? Höher nicht. Man kann's ja nie wissen. Ja, das weiß ich ja leider nicht. Ja, ja. Ja, aber wir wissen die das. Ähm, was willst du damit sagen? Weiß das gar nicht. Also halt, stopp. Was hab ich da grad gehört? Da durfte jeder mal ran, oder was? Hab ich das richtig verstanden? Was? Ja, so kam das grad rüber. Nein. Aha. Ich war nirgendwo dran. Aha. Gut, ne, ich lass mal so trocken im Raum stehen, ja? Ey, wir lassen das jetzt einfach so im Raum stehen. Das ist in Ordnung. Ganz kurz außer Funk. 1 0 7. Wo alter Freddy? Ich soll Spanuki kuss? Hallo? Kann man wirklich sein? Äh, ja, ich such so einen Bro, der hat mit mir letztes Mal geredet im Gerichtsgebäude. Ich glaube, es war der Richter oder so. War ein Bro von mir. Wie kann ich da jetzt helfen? Ja, ich brauch da so jemanden, ähm, Ansprechpartner vom Korz. So ein Bro halt. Okay. Ja, die sind gerade in einem Gerichtsverhandlung, sobald sie rauskommen. Ja, kann ich da einfach reingehen und denen die Frage stellen? Nee, sie können sich da hinsetzen. Reingehen können sie da auch nicht. Ey, dann komme ich später wieder, wann sind die fertig? Äh, müsste höchstens noch zwei Minuten oder so. Ja gut, dann warte ich ein bisschen. Danke, Bro. Alles klar. Jawoll. Freddy mit 107 Euro, sag mal, spinnst du? Kuss, aber warum so viel? Ich sag immer, soll sparen, da soll ich so viel raushauen? Sollen wir da einfach reingehen und den da drauf ansprechen, Bro? Alter, Freddy, das ist zu viel. Das mag ich nicht, Freddy. Das mag ich jetzt nicht. Das ist mir jetzt einfach zu viel. Ich bin außer Sicht, ich bin außer Sicht, ich bin außer Sicht, ich bin außer Sicht, ich bin außer Sicht. So, okay, jetzt gehen wir da rein, Leute, jetzt gehen wir da rein. Schau mal raus. Der wusste genau, was ich vorhatte. Der wusste genau, was ich vorhatte. Schau, schau, der wusste es genau. Der wusste es genau, dass ich da reinrennen wollte. Oh, nee. Das sieht nicht real aus. Darf hier wirklich ein Heli stehen? Was macht dann schon ein Admin? Ja, kein Admin. Soll ich einfach reinrennen? Mein Glück versuchen, jetzt ist er weg. Jetzt steht er da drin und wartet. Guck, der wartet jetzt da drin. Er denkt halt, ich gehe da wirklich rein. Aber wir können ja von hinten rein. Okay. Bro, ich hab mal ne Frage. Kommt der jetzt, ja. Ja, das frag ich, äh, dich. Ja, Broski. Was ist da hinten? Sie sieht ja schlimmer aus als ich. Broski, äh, Sie haben jetzt Zeit, oder? Um was geht's denn? Ähm, ja, ich hab ne Frage wegen so ner Sache, wo Polizei nix weiß, so. Dann erzähl uns mal. Wegen so nem Fall und Prävention und irgendwie weiß keiner was davon. Was sei Klünge. Äh, erzählen Sie mehr. Ja, ich hab ja BTM-Besitz, ich wurde hier angeklagt und so. Und dann kam's ja zu ner Einigung. Und es wurde gesagt, dass die ganze Firma ne, ne Drohnenprävention machen muss. Und jetzt bin ich hier und jetzt weiß keiner was davon. Äh, Sie sind wer? Äh, Herr Rumpe. Oh, Herr Rumpe, ich hab sie jetzt nicht erkannt. Ja. Das ist interessant. Ich auch nicht. Wunderbar, ich bin immer so angezogen. Ja. Ne, normalerweise, äh, seh ich sie nur in schicken Trügen hier. Finden Sie sich schick? Ehrlich? Ja, ehrliche Meinung. Ja gut, das müssen Sie wissen. Ich meine, ich bin jetzt so ein bisschen auf Hanf umgestiegen, so Hanf-Mode, so ein bisschen die Umwelt, so. Ach so, ja, okay. Bisschen Flower-Power. Bäume umarmen und so. Genau. Ja, jetzt wollte ich fragen, genau, wegen, ähm, der Prävention, wie das jetzt aussieht. Wann ist denn die, wann findet die statt? Äh, wir gehen jetzt erstmal, wir glauben an das Gute, äh, an ihn und, äh, sagen, dass sie sich selber beim AMR melden. Äh, ach so, ich dachte, die Polizei kommt vorbei, nicht das AMR, da war so, der meinten so Polizei kommt vorbei. Also, sie sollten sich so, also ich hab jetzt nicht in ihre Akte nochmal reingeschaut, aber sie sollten sich ja bezüglich nochmal Aufklärung oder sonstiges ja nochmal beim AMR melden. Ach so, ich dachte, die komplette Firma wurde mir gesagt, bekommt eine Aufklärung bei uns zu Hause, so, weißt du. Sie würden halt einen Termin, äh, mit dem AMR machen, erstmal, äh, für die Folgen, ähm, was es gesundheitlich mit ihnen macht, bezüglich, äh, Drogen, etc. Ja. Ähm, wenn sie es natürlich richtig und optimal machen wollen und, und, äh, sonstiges, dann melden sie sich natürlich beim PD, damit die sich strafrechtlich, äh, da nochmal, äh, aufklären, aber in erster Linie hätte ich gerne erstmal, dass, äh, das AMR sie aufklärt, bezüglich, äh, Folgen von Drogen. Okay. Gut, dann bin ich hier wieder raus. Dankeschön, ne? Das ist der Rumpel, ich hab den nicht erkannt. Tschüss, Bro. Tschüss. Ich bin faszinierend, ich bin eigentlich gerade hier reingekommen, um zu sagen, dass da draußen niemand wartet. Der ist faszinierter von mich hier reingekommen, ich bin einfach den Hinterallgang, der war offen. So, rauszimmer aus der Hütte. Also, ähm, ich zieh mich da mal um, Leute. Das heißt, das muss ich dann selber machen. Ich dachte, die, die müssen den, diesen Dings hier komplett zusammen machen mit der ganzen Firma, anscheinend ist das doch nicht so krass. Also ich weiß nicht, was die da vorgerichten, die haben das auch nicht mal eingetragen. Also ich glaube, wenn ich es nicht machen würde, würde es keinen interessieren, so, weißt du? Ich dachte, die haben das irgendwo eingetragen, in der Akte, dass ich das machen muss. Aber gut, dann. Wenn es so ist, kann es mir ja egal sein. So, wir ziehen uns jetzt mal oben. Aber dieses Bro-Ski ist aber echt, äh, alter. Puh. Oh, das ist mein cooles Outfit. Äh. Da ist es. So, jetzt muss ich mich nochmal mit dem Bart und allem. Aber der Bart ist ja weg, ich muss nur mit meinen Haaren raus wieder. Ja, wobei, das sieht schon schick aus, ne? Mal gucken wir mal an, wie ich aussehe. Gucken wir mal an. Was ist los, Bro? Geile Karre, was kostet der? Oder weiß ich nicht, hab ich gerade erst vor, ich glaube, einem Monat gekauft, Bro, keine Ahnung. Okay, weil das sieht eben schon fresh aus. Sieht frisch aus, oder? Ja. Ja, Bro. Dann haben wir viel Spaß beim Heizen, ne? Ja, danke schön, Bro, ebenfalls. Das ist jetzt nur hier, hat er jetzt so angehalten, also da geht es auch immer um zu. Der hält jetzt nur an, dem wir zu sagen, dass ich eine frische, frische Karre habe. Aber da ist ja einfach Friseur. Frisur noch machen, ja, auf jeden Fall. Auch wenn das irgendwie cool aussieht. Also irgendwie feiere ich das mal, Kumpa, mit so einer Frisur. Das ist ganz, ganz lustig. Irgendwie hat das was, Leute. Das hat, doch, das hat was. Aber ja, gehen wir halt wieder zurück zu unserer Basic-Frisur, wie früher. Sonst, sonst seid ihr ends mit, wenn das so bleibt. Oder? Mark Rumpe, der Türsteher. Du kommst schon nicht rein. Mark Dutt wäre auch eine tolle Frisur. Das wäre es halt auch, ne? Oder die hier. Mark, Abstelltisch. Leute, ich muss ganz dringend schlafen gehen, tut mir leid. Alles klar. Okay, hab dir. Da drückt der Darm. Mach dir, sorry, Kami. Alles gut, sehen uns da bald wieder. So, wo ist denn hier meine... Wo ist denn mein Haarschnitt? Bin ich dumm? Ich erkenne den gerade nicht. Ich weiß, die Frisur... Ey, wo ist denn der? Ich finde mein Haarschnitt nicht mehr, Leute. Wo ist mein Mark Rumpel-Haarschnitt? Schlaf, Ren, ihr habt ihr in der Mitte weiter dichter noch eintragen, gell? Oh, dankeschön. Vergessen. Super, beim Gute Nacht. Tschüssi. Tschüss. Ich finde meine Haare nicht mehr. Ich hab die Haare schön. Ich hab die Haare schön. Sind die so weit hinten? Nee, oder? Doch. Da sind sie. Nee, doch nicht. Das sind sie natürlich. Wo sind die? Hä, oder waren sie das? Warte, ich muss erst mal die Haare verändern. Wartet mal ganz kurz. Ich hab die Haare schön. Ich hab die Haare schön. Ich hab die Haare schön. Das waren, äh, doch, das waren die hier von... Waren das die? Ey, Leute, was waren nochmal die Haare von Mark Rumpel? Ich bin grad komplett lost. Oder waren das die? Das waren sie. Hier sind sie. Endlich. Jetzt erkenn ich sie wieder. Ich hab grad ein bisschen gebraucht. Was sind die Haare von Mark Rumpel? So, nur welche Farbe hatten wir? Das ist jetzt die Frage, ne? Hier ganz hinten irgendeine Farbe? Nee. Wir hatten so ein bisschen blond, ne? Boah, waschee immer Mark Rumpel mit blauen Haaren vor. Das wär doch auch, oder sowas. Oder grüne Haare wär doch mal heftig. Wegen dem Outfit so. Einmal für einen Tag Haare färben. Was haltet ihr davon? Wenn wir die einen Tag mal färben in grün? Ich find, das sieht irgendwie gut aus. Also, das ist jetzt no joke. Sieht gut aus. Ein Tag grüne Haare mit Mark Rumpel. Aber es sieht gar nicht so scheiße aus, wie wir gedacht haben. Sieht echt gut aus. Guck. Das würde halt zum Shirt halt passen, ne? Aber gut, dann machen wir... Wir machen wieder normale Haare. Sonst regen sich die Leute auf. Sonst fragen mich... Sonst fragen mich alle, warum? Warum hast du den ganzen Tag grüne Haare? Ist das mit Absicht? Ist das ein Bug? Nee, ich mach die sonst so, wie sie davor immer waren. So ein bisschen heller. Ich weiß halt, die Haarfarbe grad nicht genau ist das Problem, Leute. Ja, das kommt schon hin. Mark Rumpel. Doch, das kommt hin. Ich glaub, die sind jetzt ein bisschen heller als sonst, ne? Die Haare. Die sind ein bisschen heller als sonst jetzt. Aber passt auch. Ich finde, das ist ganz cool. Wir haben die Haare heller als sonst. Das passt. Ich bin neben dir so. Ist okay. Bisschen neu gefärbt. Die Strähnen haben wir uns reingemacht heute. Wieder von 1 zu 7. Wer ist da jetzt am Anwesen? Er kam. Er ist überhaupt alles da jetzt. Gar nicht mehr so viel. Ich glaub, gibt's das noch da? Dann wird's sein. Ja, und Olli musst du bald wiederkommen. Thomas, musst du auch bald wiederkommen. Oh, perfekt. Chef, ne? Olli hat's heute Geburtstag. Was hat Olli? Der hat heute Geburtstag. Der hat heute Geburtstag? Ja, nur lass dich mal Bescheid sitzen, wenn er gleich wiederkommen sollte. Oh, ich hab kein Geschenk für ihn. Ja, ich auch nicht. Deswegen müssen wir uns auch schnell ein Geschenk kaufen. Oh, ich glaub, ich schenk Olli irgendwas. Ich sag's Leute, wir machen jetzt Olli ein Geschenk. Scheiß drauf. Wir holen Olli ein Geschenk. Ich hab ne Idee, Leute. Ich hab ne Idee, was wir Olli schenken können. Irgendwas ganz Billiges. Ein Fahrrad oder sowas. Wo Olli draufsteht als Kennzeichen. Auf dem Fahrrad. Oh, weil ich lieber langsamer fahren, bevor ich hier geblitzt werde. Juhu, juhu. Ja, bevor ich werde hier mit 200 geblitzt, Alter. Führerschein ist weg. Die Stadt musst du aufpassen. Über 160 und das Führerschein ist zack. Siehst du nie mehr wieder. Schauen wir mal, was ich bekomme für ein bisschen Geld. Was ich für Olli kaufen kann. Oh, ne, da ist nirgendwo. Die regen mich immer wieder auf. Ich bin schon ein 1 zu 7 Auto. Guck mal. Für einen Rentenpreis. Ollis, Ollis Geburtsdagsgeschenk. Ähm, wenn wir, wenn wir ein bisschen Kohle kommen. Wir sind ja Multi-Millionärmittel. 2,2 Millionen, das ist okay. Da können wir uns ein bisschen was auszahlen. Oh, schau mal. Was ist uns Olli wert? Drupbellos. Ne, ich schau mal. Was können wir Olli? Ich schau mal. Welches Auto hat Olli auf jeden Fall nicht? Ich guck mal durch. Wir brauchen irgendwas, was Olli 100%ig in der Garage stehen hat. Irgendetwas Außergewöhnliches. Ähm. Alter, das hat ein Olli auf jeden Fall nicht in der Garage. Das ist jetzt die Frage. Dann, wer in? Na, wer in? Das hat, glaub ich, Olli genug. Ähm. Boah, das ist echt schwer, ne? Trim probiert gerade irgendwer seine ganzen Hupen aus, wie man hören kann. Danke dafür, Bruder. Ne, schau mal. Muscle Car? Ich glaub unter Muscle Car oder ein Motorrad? Wie wärs mit so ein richtig geil Motorrad? Aber hat er sicher auch schon. Oder ein Kombi, so ein übelst hässlichen aber. Guck mal, den hier, ein Volvo. Oder eine richtige Tuning Schüssel. Als Geburtstes Geschenk. Aber irgendwas Altes. Ja, ich guck nämlich grad, was die Leute überhaupt nie so fahren, was halt echt selten ist, was du auf Straße siehst. Mofa in Pink. So ein Dreier-Bäm-Bäm. Das Ding hier, das fährt niemand. Wisst ihr was, ich kauf das Ding, weil das hat kein, keine Sau fährt das Teil hier. Niemand. Das ist das neue Olli-Mobil. Und da machen wir jetzt Kennzeichen Olli drauf. Schauen wir mal. So, Olli. Olli war noch nicht vergeben. Das ist jetzt der Olli. So, perfekt. Und den tun wir jetzt für ein kleines Geld tiefer legen und auf-tunen, bis zu geht nicht mehr. So. Da ist das neue Olli-Mobil. So. Schau mal, es kostet ja nichts, das Ding zu tunen. Es kostet gar nichts. Gibt's da Tuning-Teile auch? Das wär geil. Da stoßt er. Mir gibt's nix. Das ist schade. Ich dachte, das wäre nächstes Tuning-Teil für das Ding. Ach, das ist aber Kacke. Ja, dann kein Wunder, dass das Ding keiner kaufen will. So Felgen-Typ. Irgendwas, was richtig auffällig dumm aussieht. Ah, das ist Geburtstagsgeschenk. Ah, 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 ah. Und da ist das so Kakao. Ich schwöre. Und der Termara ist einfach Olli. Das ist der Sounder für Spende. Äh, wir bräuchten für Olli echt heftige Felgen, dass das noch was aussieht. Wie wär's mit so, wie wär's mit Benz-Felgen? Das ist der Sounder für Spende. Leute, jetzt no joke. Ich mach den Benz-Felgen drauf. Und da Luxus müssten die sein. Schau mal, AMG-Felgen haben wir doch im Luxus-Segment. Müssen wir schauen, wo die sind. Ah, hier, guck. Ja, die ballern wir drauf. Mercedes. Wir machen Mercedes draus. Alles gut. Äh, Kennzeichen machen wir dann schwarz. Oder nee, das lassen wir so. So Lackierung. Mal gucken, was wir da genommen haben mit der Lackierung. Aber Scheibentönung auf alle Fälle. Oh, du kannst wirklich die Scheiben tönen. Das ist ja geil. Mit Tech-Leuchten. Ähm, getönte Heck-Leuchten. Das ist, das ist nicht bei jedem Auto möglich. Ähm, verbessert ist er ja bis zum Geht nicht mehr. Dann würde ich sagen, wir machen noch eine Lackierung. So. Sollen wir den Pink machen? Pff, Olli. Oder den Gold. Zu Olli würde Gold ganz gut passen eigentlich. Oder so Chrom. Chrom würde ballern, ne? Bei dem Wagen. Oder halt Weiß. Irgendwas, wo man das, den Wagen schön sehen kann. Boah, dieses Pink, das ballert halt auch, ne? Olli in Pink. Orange sieht auch auch nice aus. Orange. Was ist das eigentlich? Sekundärfarben? Ah, da kann ich die Lippe noch machen. Aber Perlack. Ne, okay. Das heißt, innen bleibt blau. Das kann ich nicht ändern, Leute. Das heißt, der Wagen ist blau. Dann machen wir... Äh, dann wäre der Wagen halt Pink-Blau, Leute, ne? Nur, dass ihr es wisst. Oder Violett. Und Dunkelviolett. Pufferbälle in Grün. Pink, Lila, normal Lila. Gelb. Ja, ne, ich glaube, in Chrom ist halt too much, ne? Ne, ich glaube, ich... Leute, ich glaube, ich mache ihn sonst Violett oder Weiß. Ich weiß nicht. Oh, in Weiß sieht das schon heftig aus. Ich mache ihn Weiß. Ich mache ihn Weiß. Und Sekundärfarben mache ich sonst blau. Dass das zusammenpasst. Wisst ihr, es muss ja zusammenpassen irgendwie. Das ist blau hier, oder? Ja. Und Perlack... Weiß. Oder nochmal blau. Sogar nochmal blau machen. Blau, 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 blau. Bla, blau. So, das sehen wir. Und dann sind wir, glaube ich, fertig, ne? Weil mehr geht ja nicht bei dem Wagen. Ich kann nur schon Extras... Oh, Kennzeichen kannst du... Ja, lass das mal vorne auch. So. Und dieses Auto ist fertig. Ganz viel Liebe. Habe ich Kaufvertrag, dass ich das Olli schenken kann? Ja, habe ich. Ich habe zwei dabei. Äh, ich habe Ollis Geschenk. Was denn? Ein schönes Auto. Ich schildert den Pferd. Wäre so lustig, wenn das Ding übelst schnell wäre, ne? Ich fährt aber auch relativ schnell. Alter, 244. 255. 260. Fast 270 gerade gefahren. Da wird sich Olli freuen über das Ding. Das sage ich euch. Anmelden. Ne, das kann Olli selber machen. Ich melde das Ding noch nicht an. Das darf Olli schön selbst machen. So, schau mal. Hier hinten habe ich mein Auto wieder. Oh, ich habe keine Xenonschein mehr für einen gewollt. Oh, passt schüsse. Also anmelden kann sich Olli... Das kann Olli selber machen. Weil ich weiß gar nicht, ob er jemals mit dem Auto fahren wird. Ich weiß nur, das ist Ollis Geschenk. Weil der Wagen heißt jetzt Olli. Kommen wir ungefähr in drei Monaten noch mal zu uns. Oh nein. Hallo. Oh nein. Oh nein. Ist das Ding nicht schön? Das willst du ihm geschenken. Oh Gott. Ja? Guck mal aufs Kennzeichen. Das war sogar frei. Danke, welch war es da? Er wird ja nicht mit einem L geschrieben. Ne, Doppel-L, oder? Na. Danke, das war es. Ciao. Mit zwei? Olli, so sei es halt auch Olli. Ich bin lost. Ja, ja, mit Doppel-L, oder? Ja, das heißt auch Olli. Ja, ja. Olli. Das ist doch Olli. Mit einem L der Olli, natürlich. Warte, das stellen wir hier hin? Stellen wir uns hier rauf, so. Was ist da Olli jetzt? Passt. Olli, das Geburtstag, das Geschenk steht. Das passt, Leute. 10% Stern. Kann mich einer zum Gebrauchtwagenhändler führen? Ja, komm. Bitte, danke. Da steht nämlich immer mein Auto, weil ich habe den Wagen extra hierher gefahren. Das ist ja alles Schönes. Ich habe den nicht mal angemeldet. Ich bin übrigens ein neuer Mitarbeiter Mark Hicks. Wie heißt du? Mark Hicks. Mit der Schluck auf. Hicks. Ah, Hicks. Oder das Hicks-Teilchen, oder wie? Genau. Okay. Wie lange sind Sie schon da? Äh, seit gestern. Dann kennen wir uns doch gar nicht. Richtig. Ja, hallo. Ich bin der Herr Rumphe. Ich leite dieses Emplissement. Und, äh, ja, freut mich, dass Sie bei uns sind. Ja, ich auch. Sind Sie noch eingereisen oder ist es schon länger hier? Weil es gab ja sehr viele neuen Altreisende hier. Ich bin jetzt schon immer da. Ich bin jetzt wieder kapiert. Etwas anderes. Ich höre nichts mehr, Alter. Ich höre nichts mehr. Es ist zu laut. Und, Roblox schallert ein Fofi raus. Zweimal 50 Euro von Roblox. Und nochmal mit 20 Euro hinterher. Was ist denn los mit dir? Ich höre sie gerade ganz schlecht. Äh, da gab es dann noch so einen kleinen Zwischenfall mit Freddy und Davio wegen der Einstellung. Ah, okay. Da ist dann aber noch alles geregelt. Aber was gab es da für eine Problematik? Ähm, dadurch ja, dass Freddy ja sein Gedächtnis verloren hatte. Ja, genau. Ähm, und da wir sich da nicht so ganz sicher war, war, äh, weiß ich da nicht so ganz sicher, wie das ist mit dem Abklären wegen der Einstellung. Ah, da ist ja alles, ja, ja, weiß ich schon. Ja, ja, weiß ich schon. Ich kann mich erinnern. Ein Ping hoch? Nee. Ich wundere mich, warum hier so viele Bauarbeiten in der Stadt sind. Ist wahrscheinlich umgebaut hier. Auf einmal stehen überall Kräne. Ja, also im, 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 im Dings hier drüben, im, äh, da war ich gerade auch und da über der Stadtteil ist auch ziemlich viel. Okay. Ich hab da einen Ping over 9000. Dankeschön. Kein Problem. Danke, danke. Was sind wir heute online? 131, aber. Ganz schön was los, du. Sehr vorsichtig über meine Kiste fahren. So, ich geh mal durchlesen. Sorry, Leute, ich brauch ein bisschen mehr. Ihr wisst, hab mir trotzdem alles vorgelesen. Alter. Alter, der rast da durch. Kurz mein, mein Herz stehen geblieben. Das hier vorne bloß gerade? Aber ich geh erstmal Geld einzahlen. Stimmt, wir haben uns jetzt. Überfalli. So. Einzahlen. 200.000. Alter, Roblox, warum haust du so viel raus, Bruder? Da schreibt nicht mal was dazu, der Ehrenmann. Er schreibt nicht mal was dazu. Er haut einfach raus, so. Äh, vor. Zack, 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 zack. Wo waren wir hier? Seat haben wir vorgelesen. Stoneman. Claudi. So, jetzt sind die Geschwister von die Wolkis beide hier Mitglied. Kuss geht raus, dann Claudi. Und dann die Wolkis. Der die Sprenger mitwippt dabei. Dankeschön. Oh, so, da fällt erstmal hinten rein drauf. Da ist aber... Kann man sich schon entschuldigen, ne? Hahaha. Abgezogen. Alter, ist der schnell. Puh. 304. Ich freu euch, dieser Wagen ist so geil. Beste Entscheidung ever, den zu kaufen. Beste Entscheidung ever, den Wagen gekauft zu haben. Manuel Kainz findet an der PS4 war so geil. Dankeschön, Manuel. Mxix, danke für die Euro auch. Alison, liebe deine Streams, bringt mir immer gute Laune. Dankeschön. Christian Strunz, du kennst mich nicht, aber... Jetzt kennst du mich. Das haben wir vorgelesen, tatsächlich, Freund. Komischerweise. Schau, da komme ich immer durcheinander. Felix FMC, danke für den Euro. Dennis Sprenger, seit zwei Jahren im Stream von dir gucken, jetzt endlich 4P-Mitglied. Beste und Dankeschön. Miss Katie haben wir, glaube ich, auch vorgelesen, ne? Und das auch vorhin auch. Ah, ne. Bin zwar kein Mitglied, aber trotzdem, das ist aber vorgelesen, genau. Da war ich doch richtig. Ghost, danke für den Euro. Dann Che ist Sip geworden. Äh, Chandrim, Ariane, danke fürs Sip werden auch. Krankenhaus RP. Heute bitte auf Bro-Basis einen fetten Raub. Wir langsam wieder Zeit. Ja, ich glaube, wir machen heute was. Bist der beste Kuss? Danke schön, Kuss zurück. Also, ich denke, wir machen heute einen fetten Raub, so wie es aussieht. Weil es sind ja viele da gerade, die darauf Bock haben. Und, äh, ja, schauen wir mal, ob Oli noch kommt heute und sich dann ein Geschenk abholt. Also, ich muss schon sagen, das Geschenk an Rollo ist schon was Schönes, ne? Ich meine, schau mal sowas. Das ist schon... Also, sind wir mal ehrlich, das hat schon Stil, ne? Oli's neuer Ford. Guck dir den Auspuff an, Alter. Das ist halt... Das ist halt... Sieht aus wie so ein Apfel von hinten. Guck. Wie so ein Apfel. Wenn Apple ein Auto bauen würde, so sieht das irgendwie aus. Das passt schon. Das passt schon. I am back. Servus. Servus. Warum flüstert ihr alle? Äh, Gewohnheit. Achso, Gewohnheit. Geschäftliche geht. Achso. Ja, ich flüstere so gut wie nie. Ich würde mal reden. Äh, äh, schrei doch am Hauptplatz mal. Ist auch gut. Mhm. Ich schrei auch ab und zu am Hauptplatz, ja. Das ist super. Mhm. Ja. Habe ich ein Déjà-vu, ja, ja. Mhm. Schon vieles rausgeplatzt am Hauptplatz. Weiß man schon, wann Oli kommt? Äh, der war heute schon mal da, aber der ist wieder gegangen. Achso, es hieß aber, er kommt nochmal. Mhm. Aber ich habe jetzt extra ein schönes Auto für ihn da hergestellt, sonst kann er sich den ja nicht abholen. Okay, das sieht halt schon nice aus. Ja, es wäre halt schade, wenn er sich den heute nicht abholt. Ist auch nie mobil. Und was macht ihr jetzt zu Hause am Tablet spielen? Nur schauen, ob der neue Kollege das alles richtig macht. Achso. Achso, gerade einweisen. Ja, zuschauen, eher. Ah, okay, okay. Du hättest auch alles markieren können, du musst nicht alle Felder einzeln. Ja. Das ist das andere Spindle. Also wegen, ähm, Action-Zwetschgen heute, wie sieht es da aus? Ja, bei mir nicht ganz so. Ich bin maximal noch eineinhalb Stunden wach. Und ich dachte, wir machen heute Action-Zwetschgen. Stell'n vor, die Erwohnung ist in der Luft. Warum hat heute keiner Zeit? Was ist denn heute los? Keine Ahnung, was ist denn los? Einen wunderschönen guten Abend. Ach, Oli ist da. Oli! Guten Abend! Guten Abend! Guten Abend! Komm anwesend, Großer, los! Boah, da muss ich den, da muss ich den auch... Äh, jo, gleich. Ne, das passt schon so. Ach, das heißt, du bist nicht dabei, aber... Ich sag mal, man kann ja auch was Kleines starten, muss ja nichts Großes sein. Naja, kann auch eine kleine kleine Wand machen. Kommt hier auch. Hallo! Sie kenne ich! Guckuck! Werde mir sie merken. Ja gut, wenn jetzt Oli kommt, dann freue ich mich. Also wenn Oli, ich sehe dich eigentlich im Jubilier mit dem Fahrrad abhauen. Ja, oder? Natürlich! Wer ist denn das mit dem Auto? Einer, zu langsam, bitte noch mal. Schade, dann hätte ich jetzt gerne geguckt, wer das wäre. Wenn ich vorher hinten drauf gefahren hätte, dann hätte ich in der Mozarine gestellt, so wie hinten drauf gefahren ist. Ja, warte. Nee, dann kriegst du es halt nicht. Hallo! Warte. Mach jetzt nicht. Was fährt's? Was ist denn das THD rein? Ja, 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 ja. Wir sind echt eh genug. Das eine geht nicht. Was ist da los? Was war das eine? Das wollte ich dir geben. Das ging nicht. Ach so, ja warte dann, ey. Mit dem Arm ist er noch mal eingedings als Nitsch. Ich hab sicher, ich hab ein Geschenk für dich. Hä, was? Für mich? Hier, das musst du Oli aufziehen. Okay. Und dann zu seinem Geschenk bringen. Ah, danke. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee, ja. Ja, mega, oder? Voll clever. Ja, das ist mega. Das mach ich. Das ist clever. Mal schauen. Hab ich eigentlich Ollis Nummer eingespeichert? Das ist die Frage aller Fragen. Walk hab ich... Nee, ich glaub Oli hab ich noch nicht eingespeichert. Ah doch, Oli hab ich eingespeichert. Perfekt. Mal schauen, ich hab Nachricht noch bekommen. Muss ich mal gucken. Post walker ich bekommen. Also, Hi-Nachricht. Oli, da hab ich mal nicht geantwortet. Das ist schlecht. Hallo? Seidst Oli da drin? Ja. Ich muss die Augenbinden aufsetzen. Mir? Es gibt einen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag erst mal. Oh, dankeschön. Und warte, ich muss dir eine Augenbinde aufsetzen, weil ich hab ein Geschenk für dich. Okay. So, pass auf, warte, ich packe und stell dir ein Auto rauf, ja? Okay, okay. Ist das offen? Scheiße. Jetzt müsste es offen sein. Nee, noch nicht. Kannst du nochmal aufmachen? Mach nochmal auf. Jetzt? Jetzt ist es offen, ja. Warte, ich stell dich schnell hoch. Ich bin gleich da, Oli. Okay. Ich kann dich, ich kann dich dorthin führen, wenn du willst. Oder, oder folgst du meiner Stimme. Warte, wer ist denn da hinten? Hallo? Kann ich helfen? Servus. Ja, du, ich wollte mal fragen, äh, kaufst du noch Kamille? Was, Kamille? Kamille, Grüntee, wie auch immer. Ich frag mal, ob da die Frau Kamille da ist, bin ich bei Ihnen. Folge mal meiner Stimme, Prinzessin. Okay. Schaffst du das? Folge meiner Stimme, folge meiner Stimme, folge meiner... Du gehst so ganz so falsch hin. Folge meiner lieblichen Stimme. Du gehst komplett falsch. Weiter rechts. Weiter rechts. Hallo? Weiter zu mir. Hallo? Ja, ich weiß nicht. Ja, weiter, jetzt, jetzt geh nach vorne, geh nach vorne. Folge meiner Stimme. Du bist komplett falsch, hier. Nein, wo gehst du? Du gehst immer in dieselbe Ecke. Das ist doch eine Scheiße, D. Nein. Rechts. Rechts weiter, rechts, rechts, rechts. Jetzt zu mir, zu mir. Jetzt nach vorne, nach vorne, nach vorne. Jetzt haben wir es geschafft. So, weiter, weiter, weiter. Folge meiner Stimme. Weiter. Nein, links weiter, links, weiter, links. Jetzt geradeaus, geradeaus. Einfach geradeaus. Ja, geradeaus. Rennen. Kannst du rennen? Weiter links. Weißt du was? Ich trag dich einfach. Scheiß drauf. Das ist gar nicht so einfach. Ja, ich trag dich einfach. Okay. Dann zeig ich dir das einfach so. Zu allererst, das Geburtstagskind ist da. Zum anderen... Happy Birthday! Alles gut, Olli? Dankeschön. Ihr dürft jetzt alle Ollis Popo abschmusen. Oh, geil. Ehm, unten steht jemand, der fracht wie ein Kamillentisch. Ich habe ihm gesagt, ich bring die Frau Kamille runter, also. Gut. Eine Dame ist da. Das ist nur Kamille? Geil. Ne, er meinte irgendwas mit, ob wir Kamille... Ich weiß aber nicht, wer das ist. Ihr könnt ja mal nachgucken. Der steht doch gar keiner. Der war gerade unten. Ich habe gesagt, ich bring jemanden. Da ist keiner. Ich habe aber gesagt. So, pass auf, Olli. So, jetzt stellen wir dich doch mal her. So. Du musst aufstehen. Du bist... Olli, geht's ja gut, hallo. Aufstehen, genau. Geht's gut, ja. Und jetzt bleib genauso stehen, wie du bist. Pass auf. Okay. Können wir noch auf die anderen warten, oder? Ach komm, wir warten auf die anderen. Bleib da stehen. Letztlich jetzt sicher so ein geiles Geschenk. Armer Olli, ey. Der hat den in zweier Golf, ne? Hallo. Hallo. Blau gekleidet. Ich weiß gar nicht mehr, blau. Ich glaube, es leuchtet eine Schule. So ein grellblaues Oberteil ist das. Hallo? Ja. Sitzt ihr noch immer hier drin? Ja. Wurden Sie schon angesprochen von der Frau Kamille? Ne, ne, noch nicht. Ach, schau mal, da ist doch der Typ von vorhin mit der Frau Kamille. Schau, hier ist er doch. Hier. Ah ja, wir gehen gleich zu ihm, ja. Ja, ja, wir kommen gleich zu ihm. Wollten wir dabei sein, wenn da Olli sein Ding bekommt, oder nicht? Ja, das war der, ja, ja. Ach, ich geb's ihm einfach. Jetzt hat er da oben noch eine Stunde, bis die ja fertig sind, hier unten. Olli, ich bin gleich bei dir. Und ich zeig dir dein Geschenk. Der Arme ist schon wieder. Okay, die anderen haben auch zu tun. Ich zeig's dir einfach. Pass auf. Bist du bereit für dein Geburtstagsgeschenk? Ich bin bereit. Okay, pass auf. In drei, zwei, eins. Tada! Das Olli-Mobil. Das ist schön. Ich hab es ja nach deinen Anpassungen schön gemacht. Komm mal mit, ich zeig's dir mal. Zuallererst, getönte Scheinwerfer. Getönte Scheiben und getönte Rückleuchten. Schöne AMG-Felgen. Die besten, die es gab, ja. Die Luxus-AMG-Line-Felgen. Wunderschön. Der Wagen hat PS genug. Du kommst damit auf 270, wenn du Glück hast. Sonst 260. Er fährt schnell. Kennzeichen Olli. Ach, geil. Ja. Extra für dich. Das heißt, du kannst damit jetzt extra rumfahren. Und innen schön in blau. So genau wie die Bremsbacken in blau. Jetzt muss ich dir das Ding nur noch übergeben. Und ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit deinem neuen Kfz. Dankeschön. Ich hab's dir noch nicht angemeldet, aber ich sag so, das Kennzeichen ist schon mal ne... Ist schon mal einen fetten Preis wert, ne? Auf jeden Fall. Und ich hoffe, dir gefällt das Kfz. Ich bin gerührt. Hab ich deinen Geschmack getroffen? Auf jeden Fall. Auch bei der Fahrzeugauswahl hast du den noch nicht? Den hab ich noch nicht, ne? Ich hab nämlich überlegt, was hat Olli noch nicht. Da dachte ich mir so, das ist ein Flitzer, weißt du? Ein junger Flitzer, da kannst du schon mal ein bisschen Gas geben. Kannst du vielleicht mal so McDonalds ein bisschen von einem 14-Jährigen ein bisschen ein bisschen Gas geben draußen, dass man einen schönen Auspuff knallen hört. Das ist schon... Ich hab gedacht, das passt einfach, ne? Auf jeden Fall. Auch das ist schön. Ja, das freut mich, dass er dir gefällt, der Wagen. Ich hab da so viel Zeit investiert. Ich hab so lange überlegt und dann ist sowas bei rausgekommen. Guck her, lass dich drücken. Ach, das... Mich freut das. Dankeschön. Ja, bitte. Kein Problem. Kein Problem. Immer gerne. Ja, schau, was die anderen für Geschenke haben, ne? Es ist so spät. Ja, ich hab jetzt schnell gemacht. Ich hab nicht gewusst, wie lange es noch dauert. Der Arm hat keine Luft mehr bekommen. War ein bisschen stickig. Ein bisschen stickig war es, ne? Alles Gute. Dankeschön. Ja, das ist halt echt was Schickes. Ey, aber jetzt... No joke, der Wagen fährt seine 270 auf der Autobahn, ne? Was? Ja. Der ist ja fast zu schnell wie mein GTR. Ja, ja, ja. Der fährt 270. Alter. Sag doch, was Gutes gekauft. Das ist ein guter Motor. Ja. Auf jeden Fall. Hat er auch Platz genug? Das müssen wir probieren. Wie viel Platz hat denn der Wagen? Ah, mitkommt. 50 Kilo. Boah, da gibt's doch. Da gibt's doch was rein. Passt, ja. Ja, da passt ein ganzer Freddy rein. Die Stange. Ja, doch. Also jetzt wollte ich den Probe gefahren, den wollte ich auch so entkaufen. Okay. Der fährt sich echt gut. Ja, gut. Ich mach mal. Solltest du noch kein Geschenk bekommen von jemandem? Nee. Doch nichts? Nee, nee, nee. Ich dachte, da tritt irgendwer auf als so ein LaFerrari oder so und schenkt dir den oder so was. Das ist schon... Da will ich mich schon beschweren jetzt hier. Ach, alles gut. Doch, das ist schon... Das muss doch was schenken. Man beschenkt sich ja gerne. Wenn's noch ein Schokoriegel ist. Und wenn's noch der ist. So. Und gibt's irgendwas Neues? Ja, ähm, ich war ja im Urlaub, ne? Mhm. In Mexiko. Da hab ich mir so gedacht, ich bring dir und Habub einen Gartenzwerg mit. Oh, ein Gartenzwerg. Mhm. Das war keine gute Idee. Warum? Ja, ich wurde am Flughafen festgenommen. Der war mit 10 Kilo Koks vollgestopft. Oh, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Passiert aber ab und zu in Mexiko, hab ich gehört. Hm, hab ich auch erfahren. Gut, das heißt, wir haben jetzt keinen Gartenzwerg bekommen. Nee. Schön. Aber es ist die Geste, die zählt. Der Wille war da. Der Wille war da, genau. Die Geste zählt. Und sonst nichts soll's, außer dem Urlaub. Bis jetzt nicht, ne? Einen schönen Urlaub gehabt, war angenehm. Der Urlaub war schön, der Aufenthalt im Knast war scheiße. Ach, ja, stimmt. Na, war ja was. Gut. Ja. Wie gesagt, bei uns ist jetzt auch nicht viel. Wir haben ein paar neue Leute. Ich hab jetzt jemanden kennengelernt, den haben wir seit gestern eingestellt, so richtig. Hab ich heute ja auch noch begrüßt. Gestern haben wir welche eingestellt, gestern haben wir Gespräche. Das mit David hast du mitbekommen? Da war ich dabei. Ach, da warst du dabei. Äh, warte, du warst dabei? Wein, ich und du. Schau mal, ich dachte, du wärst zu lange auf Urlaub gewesen. Bin ich jetzt komplett bescheuert? War das schon so lange her jetzt? Das war letzte Woche. Alter, ich dachte, das wär vorgestern gewesen oder so. Ich schwöre, ich denk mir nämlich so, hä, das war doch noch nicht so lange her. Du warst ja weg. Ja, moin. Ne, ich bin seit Ende Mai wieder da. Das heißt, eigentlich hier eine Woche so. Genau. Genau, genau. Ja gut, und ich dachte, das wär vor paar Tagen das gewesen. Schau mal, mein Kopf denkt sich aber auch wieder so, rattert wieder durch und denkt sich, das kann so nicht so lange sein. Ja gut, dann warst du dabei. Das ist meine Demenz, die kickt. Das war runter von dem harten Zeug. Das ist echt so. Ja, das ist echt schlimm. Das ist echt schlimm, ey. Ja gut, dann warst du das eh perfekt. Weil sonst, ich hab, dann war ich aber dann auch eine Woche nicht mehr da, so wirklich. Nee, nee, doch, ich war, nein doch, warte mal. Wann war ich denn da? Vor, vor. Letztes Mal war am, wo ich meinen Gerichtstermin hatte, wann war denn der? Am 6. Am 6. war ich da das letzte Mal, ja. Zumal am 8. Warte, und David hat gekündigt, am, warte. Mhm. Steht das drinnen, ey? Nee, steht kein Datum drinnen. Ui, okay. Ich glaub, das war sogar, wo du eigentlich Gerichtstermin warst. Ja, aber das war doch am 6. Oder bin ich grad bescheuert? Warte, lass mir mal gucken, man, hatte ich mal ein Gerichtstermin. Oder was, am 26. Ich bin einfach wieder total brain AFK. Ich schau jetzt mal nach. Ich bin mir grad auch nicht so sicher. Nee, am, am 3., nee, sorry, es war am 3. 6. Um 21 Uhr war das. Genau. Nicht am 6., ja, am 3. War das, ja gut. Da warst du noch da, ne? Warst du der letzte Tag, wo du da warst, und da warst du Urlaub? Nee, 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 ich bin am 16. Mai in den Urlaub geflogen. Am 16. Mai? Hä? Warte, aber jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ich bin Anfang oder beziehungsweise Mitte Mai in den Urlaub geflogen und bin am 26. zurückgekommen. Ach so, dann haben wir uns eh schon wieder gesehen. Ja gut, dann. Ah, okay, ich dachte, du warst jetzt vom, du bist jetzt erst wie, ach egal, egal, komplett. Ich dachte, du warst vor dem Urlaub noch da und dann warst du wieder weg. Nee, nee. Okay, 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 jetzt verstehe ich's, jetzt verstehe ich's, okay. Also 3., 6., da warst du schon da, okay, gut. Ja, wenn du zurückgekommen bist, ja, ich war auf Urlaub, ich dachte mir so, hä, wann? Ja, schon ganze Zeit dachte ich mir so, gut, dann macht's jetzt Sinn. Ja, gut. Gut, gut. Hätten wir das auch geklärt. Hätten wir das auch geklärt, ja. Ah, gut. Ja, wir schauen heute, was wir noch angehen. Jetzt ist gerade etwas ruhig, zu ruhig. Ich will es ein bisschen heute brutaler angehen lassen. Kami hat ja die Idee, irgendwie einen Bankraub zu machen, der komplett bescheuert sein soll, aber die ist gerade nicht da, die hat, die macht da gerade unten anscheinend irgendwas und wir sind heute nicht so viele, wie es so aussieht. Also ich habe heute geguckt, viele gehen auch gleich wieder. Ja. Gut, äh. Ja. Es ist sehr still. Wie bleibst du heute? Ja, ich denke mal bis 23 Uhr. Ja, ja, gut. Ich bleib jetzt auch nicht noch 50 Stunden hier, aber ja, das, das, ich dachte mir so, dass wir heute irgendwas angehen, irgendwas irgendwie Spaß haben heute noch. Bin ich dabei. Ist ja egal, was. Unser, wir machen irgendwas. Jo. Ich frag mal nach unten durch, was die machen. Genau, ich schau mal nach unten. Jawohl. Ich frag mal, was die da unten machen insgesamt. Hallo. Hier ist nichts dran. Katniss. Äh, wie sah es aus wegen dem BMW-Fahrer vorhin? Welcher BMW? Äh, hä? Der mit dem X5, der da stand. Mit dem schwarzen. Hm, hat ihn ja gemacht. Achso, ja, der war schon weiter. Da war er zu. Ah, okay, okay. Ähm, das Ding ist, da steht nicht auf der Liste. Eigentlich meint er, dass er war zu machen. Guten Tag. Guten Tag. War ne Frage. Ja. Was machen Sie als Beruf, dass Sie sich so ein Auto leisten können? Freiberufler würde ich behaupten. Aber das ist ja nicht teuer. Ja, ja. Okay, ich dachte aber, dass wir ihn hier anbauen, hauptsächlich. Was bauen Sie denn an? Ja, das ist gute Kusch, ne? Ist aber illegal, das würde ich doch nicht anbauen. Ja, illegal ist das, genau. Also, das würde ich nicht anbauen. Ja, würde ich auch nicht machen, ne? Nee, gar keinen Fall. Guck in der Archivliste nach, ob er drin steht. Habt ihr gehört, der baut Kusch an, hat er gerade offen hier zugegeben. Ich würde nicht für die Polizei rufen. Ja. Ja, hallo. Ich hoffe, das hören Sie bis hier hinten. Ich rede nämlich extra. Ich höre das auch, ja, ja. Ist der nicht bei uns eingetragen? Ja, der hat gemeint, er geht immer zu Wolfi, aber Wolfi ist schon schlafen. Ich glaube, das letzte Mal, als ich hier war, habe ich aber gar nichts verkauft, sondern ich habe mir Block 18 gekauft, oder so was jetzt letztes Mal hin. Da muss man nicht aufpassen bei neuen Leuten, ne? Du weißt nie, wer das ist. Hast du genug Geld, mein Kollege? Ja, schauen wir mal. Schauen, was passiert. Wir gehen es ja heute noch auf entspannt an. Ja, vor allem wenn ich verspate. Easy. So, jetzt kommen wir mal durch hier. Dankeschön an. Schlimmste Albtraum ist wieder da. Guten Abend, das Outfit und die Stimme passt nicht zu Mark. Er soll keine Kritik sein. Mach weiter, so ich habe dich trotzdem lieb. Also das mit dem Outfit und der Stimme ist der Deckmantel von Mark Rumpo. Das habe ich einfach so zum Spaß gemacht. Das soll auch nicht zu Mark Rumpo passen. Das ist ja der Deckmantel, so gesehen. Um Leute damit zu verarschen. Ist schon klar, dass das nicht Mark Rumpo sein soll. Hat ja einen Grund. Nico. Was ist klein, weiß und schreit ein? Das kann ich auch nicht vorlesen, dankeschön. Kill, dankeschön für 1 Euro. Kill, 57,75. Bruno, danke für die Unterhaltung. Schau dich seit 4 Jahren an. Kuss geht raus an Bruno. Der Kameramann. Maximus. Servus, kannst du mich bitte grüßen? Heißt du Marks. Okay, Marks muss man auch bei dir gerne. Knacks, Luca, kannst du heute Phasmus spielen? Ach, da wurde dich angekriegt. Alle Kinder sitzen im Brunnen-Auto. Außer Kurt, denk den Gurt. Auf und zu beziehen. Dankeschön, Gameman, 77. Vielen Dank. Anni ist auch wieder dabei. Heyo, bin auch wieder nach langer Zeit wieder da. Kennst du dich noch? Dich kenne ich noch, natürlich. Bist du der Beste, dankeschön. 1555G, wann kommt wieder Karl-Heinz? Kannst du mich grüßen? Grüße genau aus an dich und Karl-Heinz kommt dann, wo es halt so weit ist. Give and love to you. Bis ein bisschen für nun, dankeschön. Mattbrötchen official. Danke für 2 Euro. Einfach verpasst, kennst du mich noch? Mattbrötchen official, kennst du noch? Und das Lawrence ist wieder am Start. Lawrence, vielen Dank für 50.000 Euro. Nee, das Lawrence, danke für den 50er. Vielen Dank, Lawrence. Ah, da hauen wir mal insgesamt raus hier, Leute. Leute, lasst alle mal ein Like da hier. Heute wird es noch ein bisschen mehr geben, außer das hier. Das heißt, heute wird ein bisschen durchgeslimt. Haut mal raus, Leute. Auf den Like-Button. So lange ist es noch gut, so lange es den Button noch gibt, haut er drauf. Würde mich sehr freuen. So, der Totenwächter. Sollen wir auch grüßen? Der heißt André. Wie ist denn André? Das ist der Anfall. Ich habe wahrscheinlich Schäffler hat einen Ausfall. Nee, ich habe mich gerade, ich habe gerade so ein paar Kniebeugen gemacht. Das macht man, wenn man ein bisschen Schmerzen in den Knien hat. Dann geht das, weißt du, so? Ach, dann sollte ich das auch noch machen. Ich habe mir vorhin beide Knie ausgerenkt. Nee, das macht, das ist wirklich gut. Für die Knie ist das echt gut. Okay. So, also. Oh, meine Schmerzen sind weg. Dann gehen wir mal zu dem Plan über, den du heute hattest. Du hast ja gesagt, du hast ja schon einen kleinen Plan. Äh, mag man das? Mark, Mark hat hier den Masterplan. Nein, ey, du hast gesagt, du hast einen Plan. Dann musst du jetzt schon raus... Nein, nein, Mark hat den, Mark hat den. Ich habe gar keinen Plan. Ich habe zum Spaß gesagt Rasenmäher fahren, aber das ist doch dumm. Ich hatte den Plan. Hä, aber Rasenmäher ist auch geil. Du hattest den Plan? Ja. Sag mal, komm. Wir überfallen Stadtwerke. Stadtwerke. Genau. Ziehen uns dann genauso an wie er. Nehmen sein Auto und tun dann so, als würden wir das ganze Sicherheitssystem warten. Warte. Warte. Warte mal, ich habe noch eine Idee. Du brauchst aber eine Genehmigung auch dafür. Ich habe gerade die Idee des Jahrtausends. Was ist, wenn wir... Ah, nee, das können wir auch nicht machen. Scheiße. Ich hätte jetzt die Idee gehabt, Wehrtransporter nehmen. Wobei, das könnten... Wir könnten Wehrtransporter überfallen und dann so anziehen mit Wehrtransportfahrer und dann mit den Wehrtransporten vor der Bank stehen. Auch eine Idee. Wie viel Platz hat denn so ein Wehrtransport? Vier, glaube ich. Zwei vorne und zwei hinten rein. Das weiß ich was. Ja. Ja, ja. Müssen wir... Ja, ich kann halt leider... Ja, ja, wir wären dann eh zu viel. Das passt dann eh. Ja, ja. Das wäre lustig. Mit einem Geldtransporter. Das... Das gab es doch noch nicht, ne? Hat das schon mal wer gemacht? Doch, ich glaube schon. Doch, eine kleine Bank haben wir damit schon mal gemacht. Ja, ja. Das steht sogar als Plan im Tablet drin. Echt? Ja, ja, genau. Wir haben es mal gemacht. Das haben bei einer kleinen Bank, aber da waren voll wenige Cops da. Ich glaube, wir haben es sogar schon zweimal gemacht. Okay. Ach, warte. Wir haben... Mit dem Tablet haben wir noch die Pläne drin. Genau. Da steht das drin. Fake Wehrtransportfahrer. Gut. Äh, lasst mich mal überlegen. Ähm, was wärs denn sonst? Also sonst würd's noch den... Den Rasenmäher geben. Ist aber ne dumme Idee, weil der Rasenmäher fährt 5 kmh und dann warst das. Oh, da fährt ein Wehrtransporter. Ähm. Die Geiseln. Die Geiseln in freier Wildbahn. Ne, was... Was könnten wir sonst so machen? Also, Wehrtransporter wär ne Möglichkeit, aber müssten wir uns nachplanen, auch nur überlegen. Ähm. Ja, früher ja zweit wollen wir das so halt, ne? Weißt du, über was ich gerade nachdenke? Es gibt ja jetzt zwei neue Krähen in der Stadt. Einer am Hauptplatz und einer am... am... am Dings direkt, ne? Okay, das ist halt... Dann da hoch und mit dem Fallschirm weg. Dann mit dem Fallschirm irgendwo hin, zu dem Ort, wo andere Fahrzeuge abgestellt sind, wie Motorräder oder so irgendwas. Oder weiß nicht, Boote oder ich weiß nicht, irgendwas halt. Weil da können wir mit was richtig langsam fahren. Was richtig, richtig langsam ist. Vielleicht mit nem... Fahrräder ist immer so ne Sache. Haben wir schon mal gemacht. Geh dich in die Hose? Ne, Fahrrad fahren würde ich auch verkaufen. Ne. Das ist, äh... Ja, was... Also Roller würden... Das ist halt doch Rasenmäher. Aber Rasenmäher fährt halt 5 kmh, ne? So, aber das will ich durchziehen. Die können halt dann... Die können halt schnell ein... Ja, okay, es ist ja nicht mal, wenn wir von der Bank zum Hauptplatz sitzen so weit. Und Supreme Court ist auch einer. Das stimmt schon, aber stell dir mal vor, wir fahren jetzt alle mit dem Rasenmäher und der Rasenmäher, der wird eingebaut, weil der 5 kmh fährt, will ich mal. Ja, okay, das stimmt. Da kommst du ja nicht mehr raus. Ne, du bist... Der, der fährt, der hat so wenig PS, da... Ein PS oder was, das war's dann. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, da kommst du mit dem Fahrrad besser weg. Bist du zu Fuß schneller. Ja, aber was gibt's noch für lustige Fahrzeuge, die richtig dumm sind einfach. Die Frage ist doch, machen wir Juve oder Frank? Was ist... Warte mal, was ist... Wir fahren mal zum Firmen, äh... Zum Firmenverkauf und schauen, was es da für Sachen gibt. Hat noch keiner, äh, mal so einen Muldenkipper benutzt? Ich glaub nicht. Aber den unauffällig dahin bekommen ist schwierig, ne? Aber wir können mal, wir können mal zum Firmenshop schauen und schauen, was es dort für Autos gibt. Und da vielleicht was aussuchen und dann schauen, ob wir damit was machen wollen oder nicht. Ich müsste nur kurz vorher nochmal runter, das Ganze verstanden. Was wüsstest du? Ja, ich müsste das Gruschen noch grad vom Anker wegkommen. Achso, klar, ja, bitte, bitte mach das schnell. Ja, gut. Also, ich will mal zum Firmenshop runterschauen und schauen, was es gibt zum Kaufen. Und vielleicht gibt es da irgendwas richtig Dummes. Ja, Bank oder Juve? Ja, Bank ist ja lustig einfach. Weil das ist das meiste Aufgebot. Und es muss so ein dummer Plan sein. Der muss einfach so dumm sein, dass es wieder lustig ist. Äh, kannst du mal unten gucken, ob wir Hacker-Laptop fahren und Karten bringen uns sowas? Äh, nicht Karten, Hacker-Laptop. Das ist das Sound-Auf-Spende. Wie heißt die Scheiße? Äh, ja, genau. Äh, soll ich sonst mal fahren und suchen? Moment. Ich könnte jetzt mal runterfahren und schauen, ob ich was finde. Ja, ja, das wär, ja. Ja, das wär so voll, ja. Okay, und dann schauen wir wegen dem Plan, weil mir kommt schon ein bisschen was in den Kopf rein, was wir machen können. Okay. Wir machen irgendwas richtig Bescheuertes heute. Wir machen was richtig Bescheuertes, da hab ich richtig Bock drauf. Es muss ein richtig dummer Plan sein, der so blöd und dumm ist, dass er nur schief gehen kann, Leute. Der kann nur schief gehen. Äh, ich schau, ich schau mal runden zum Firmenshop, weil da geh ich nie einkaufen. Ich weiß gar nicht, was es da für Autos gibt jetzt derzeit. So, danke nochmal an den Roblox-Typen, der mir so oft hier rausgewuppelt hat. Wirklich liebe, liebe, liebe geht raus. Ich hau dann nochmal Money Rain auf deinen Haken voll raus. Der Typ hieß Alvis O-Blox und hat in Superchat zu viel reingewuppelt. Und ich hab grad irgendwas über eine Kontaktlinsen bekommen. Perfekt. Ganz schlimm. Ja, ich trage Kontaktlinsen, weil ich sonst blind wäre. Ich habe nämlich minus 6,5 Dioptrien auf jedem Auge. Also ich kann gerade, ich glaub, 10 cm sehen und dann war's das. Ich trage jeden Tag Kontaktlinsen, weil ich Brillen hasse. Ich hasse Brillen, weil die immer runterrutschen oder immer so gewölbt sind, wenn du auf den Screen schaust. Das geht mir so auf den Puppress. Deshalb, jeden Tag Kontaktlinsen drin. Nur am Abend habe ich nämlich ne Brille auf. Würde ich's nicht wussten. Oh, je, je. Jetzt ist irgendwas von die Linse gekommen, jetzt tut's weh. Erstmal kurz runterkommen. Ja. Ich kann das jetzt schlecht einschätzen, wie weit sie jetzt noch fahrtauflich sind. Alles gut hier? Ja, alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Na, vielleicht mit dem Traktor oder ganz lustig? Mal schauen. 280 rüber flexen. So, Christina. Schönen Abend. Dankeschön, Christina. Wünsche ich dir ebenfalls. Death Note. Wie wär's mal wieder mit einem Lambo oder Rollsie? Da hab ich jetzt schon so viele Autos mit Lambos und Rollsies. Ich glaub, das brauch ich echt nicht mehr. Da hab ich schon alles, was ich will eigentlich. Da hab ich schon so viele geile Autos mittlerweile. Bin ich echt glücklich mit den Sachen, die ich habe. Aber jetzt noch aus dem Firmenshop. Wenn wir da was Cooles rauskriegen, wär ich voll dabei. Muss man nur gucken, was im Firmenshop gibt. Da werden wir schon was finden. Roblox hat nochmal einen Euro raus. Dankeschön an den Roblox. Der ist einfach Roblox, der Typ. Ehre. L-Stahl. Das Olli-Mobil hat voll den Sleeper-Stil. Das stimmt. Also dafür, dass er 270 fährt, ist das echt ein geiles Auto. Wieso denk? Ein Sleeper hoch 3. Wie? Ist er hier runter? Äh. Gamergeek. Heut beim Traktor, beim Schwarz von der Wiesch, aber mit dem Bier verhandelt. Das ist der Schlandsberg. Was? Echt? Mit dem Traktor Schwarz gefahren und jetzt wird dann Bier verhandelt mit der Polizei. Ach so ist das. Ach so ist das. In Deutschlandsberg. Polizei Deutschlandsberg. Wir verhandeln mit Bier. Die Wolpis. Bitte, da schreiben auch Wolpifamilie. Ach komm, die muss man, da muss man mal einen raushauen, Leute. Die sind immer aktiv dabei. Da haben wir mal einen raus. Da tun wir auch ein bisschen Gas geben hier. Und auf zum Firmen-Shop, wo ich noch nie war. Ich hab noch kein einziges Firmenfahrzeug gekauft. Warum müssen wir mal vorbei wuppeln? Ich hab da noch gar nichts gekauft. Vielleicht ein LKW? Ach stimmt, mir fällt gerade das ein mit dem LKW. Wäre auch lustig. Man einen Raub zu machen. Ist ja auch keine Sau. Ich schau mal. Ich schau mal hin. Da hat sich gerade wieder was gekauft. Seht ihr das? Da hat sich gerade irgendjemand eine Ecke oder so gekauft. Schauen wir mal. Was hier im Firmen-Shop für Sachen gibt. Also. Der hat sich gerade was gegönnt. Der Ehrenbruder. Es gibt, jetzt haltet euch fest. Einen Bulldozer für 70.000. Das ist etwas viel. Muldenkipper. Da haben wir halt das Problem. Ich glaube nicht, dass wir da alle Platz haben. Ein Gabelstapler. Das wäre doch geil. Mit einem Gabelstapler. Der kostet ja nur 20.000, wenn wir uns jetzt alle Gabelstapler holen. Ich weiß nicht, ob schon wer. Hier gibt es den Rasenmäher. Alter Traktor. Traktor für 80k. Ja, das ist halt. Tourbus hat mich, glaube ich, auch schon so oft mit Bussen. Bei LKWs halt. Hm. Mit dem Eis. Mit Mr. Tasty. Mit dem Ice Cream Van, Alter. Sprinter 4. Der braucht ein bisschen lang. Ist er da? Der ist doch gar nicht geladen. Sprinter 4. Mr. Tasty einfach. Nee, aber ich würde fühlen. Wisst ihr, was ich fühlen würde? Also Rasenmäher ist zu langsam. Da kommen wir nicht weg, Leute. Das ist zu langsam. Alter Traktor ebenfalls. Da werden wir mal eingebaut und dann war es das. Gabelstapler. Könnte ich mir gut vorstellen. Vor allem der Gabelstapler hat kein Kennzeichen. Muldenkipper. Könnte ich mir ebenfalls gut vorstellen. Das Problem ist, der Muldenkipper kostet 120.000 Dollar. Das ist etwas zu viel. Und ich glaube, mit dem Muldenkipper haben wir zu wenig Platz. Da kriegen wir keinen rein. Bulldozer würde auch gehen. Aber es hat halt auch noch einen Platz. Da kriegen wir auch keine Leute rein. Also da müssten wir, wenn, dann mit 4 Bulldozern kommen. Aber das wäre geil. Also so Bulldozer. Ich frage mal durch. Hallo? Hallo? Ich bin jetzt gerade beim Händler. Es gibt, also ich weiß nicht. Hat schon mal wer mit einem Gabelstapler einen Überfall gemacht? Ich glaube nicht. Habubi wollte es immer machen. Aber ich glaube, wir haben es nie gemacht. Weil es gibt die Möglichkeit für 20.000 Gabelstapler für jeden. Das Geile ist, das Ding hat sowieso kein Kennzeichen. Und sonst würde es noch den Bulldozer geben. Der kostet aber 70.000 pro Kopf. Also könnt ihr mal sagen, was ihr besser findet. Jetzt kurz den können. Dann frage ich ihn gleich mal. Kann er sich in der? Jawohl. Der Bulldozer wäre lustig. 70.000. Oh, wir machen einen Bulldozer und die anderen fangen halt mit anderen Sachen rum. Ein wichtiger Bautrupp. Das wäre es doch. Aber Bulldozer würde ich fühlen. Weil damit kannst du auch einfach fahren. Du wirst nicht angehalten. Holst du denn einen Bulldozer für 70.000? Also Bulldozer fühle ich, Leute. Schreibt mal in den Chat, ob ihr auch Bulldozer fühlt. Aber ein Stapelgabler, das wäre doch was Geiles. Ein Stapelgabler. Ein Forklift. Stapelgabler. So wie ein Saugstauber. So. Dankeschön an Captain Bad Morty. Best YouTuber, dass ich mir Glück wünsche an das Geburtstagskind. Jawohl. Fortnite-Gamer Leon Vibi. Zieh bitte an der Vap6-Maschelle hintereinander. Ich glaube, da passiert irgendwas Dummes. Oh, ich habe eine Nachricht erhalten von Schatzi. Ui, ui, ui. Das ist ja noch. Also, wir können die Verlobung auch gerne absagen, wenn du das möchtest. Nein! Handy war kaputt. Beste Ausrede. Mein Handy war kaputt. Warte, ich mache mal das Selfie. Das ist der Sound auf der Spinde. Aber ein neues gekauft. Selfie macht es auch nicht besser. Warte, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Warte. Warte. Ein Selfie macht es auch nicht besser. Oberkörperfrei macht es auch besser. Muldenkipper ist geil, finde ich auch. Das macht schon was her. Muldenkipper ist geil. Chef, ich würde einen Gabelstapler nehmen. Wir können auch beides machen. Es kann ja einer Gabelstapler fahren, der andere mit dem Muldenkipper. Wieso, ja? 2-2 wäre cool. Sorry. Sorry. So, äh. Ja, also, es macht mir 2-2, ne? Schlag dich nicht zu fest. Das steht da drauf. Ah, so ein Ding ist es halt so. Ihr müsstet dann runterkommen zum Firmen-Dingsbums, ne? Also, wer einen Muldenkipper haben will, der Muldenkipper kostet 70.000 und der Gabelstapler kostet 20.000. Okay. Und könnt ihr mir bitte wer 70.000 Dollar mitnehmen? Dann bezahle ich das nicht über Bank, weil ich habe hier keinen Bankomaten. Ach, wobei, ich kann direkt drüben Bankomaten gehen. Alles gut. Ich hole das selber. Das ist der Sound, aber ich finde. Diesmal gleich vor, Leute. Alles gut, ich hole direkt den Bankomaten. Ich hole mal schnell die Sachen. Also, dann würde ich sagen, fahren wir mit einem Muldenkipper, das wird so schief gehen, und mit einem Gabelstapler. Wir machen einfach beides. Lass uns so in die Hosts gehen. Ja. Willkommen. Was geil ist, wir können hier direkt einparken, das Teil. Unsere Taxi, am Taxi-Parkplatz stehen. Perfekt, Bruder. Ich wollte ihn abschleppen lassen, wisst ihr noch, als ich Kopf war. Habe ich da jemanden abschleppen lassen? So. Gabelstapler mit North, aber das wär's. Ich glaub, hier gibt's, also ich weiß, hier gibt's einen Bankomaten. Ich hoffe, da ist jetzt keiner drin, der mich kontrolliert. Dann passt das. Ähm, Dankeschön, ähm, du-du-du-du-du-du-du. Nils Baumgärtner und KXVXN für Subwern. Und Gamer XD schreibelt. Ah, da vorne ist ein Dings, ne? Äh, hey, Kudel. Wie geht's dir so? Kennst du mich noch? Gamer XD kenn ich und mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch, mein Lieber. Ich hoffe, dir geht's auch gut. 200.000, oder? Nee, ist das dumm. Ich zahl wieder 100.000 ein. So, passt. So, ähm, Slaurens. Servus. Wann kommt die Hochzeit? Weiß ich noch nicht. Das, äh, werden wir dann schauen. Peter Knöffler. Guten Abend. Ähnlich, äh, entspannt, äh, entspannt und chillen und dich schauen. Kuss geht raus und Slaurens mit 55 Euro mal vorgelesen. Äh, Kühn Game Master. Bist der Beste, immer weiter so. Dankeschön. Dominik Köll. Grüße an die 1-7 Gang und an das RP-Team und nächstes Monat hole ich wieder Merch. Kuss. Ja, wer es nicht wusste, Leute, Merch gibt's in meinem Shop erhältlich für gute Preise. Schaut gerne vorbei. Kleine Werbung, Diamante. Wenn er schon schreibt, er hat sich mir das zurückgegönnt, Kuss geht raus. Und sagt, das 1-7 Shirt. Schlimmste Altrum ist wieder da. Wie ist Andel auf den Tiger gekommen? Ente wäre besser. Weil sich Andel hart inspirieren hat lassen von Face Rick. In Face Rick gibt's, glaube ich, keine Ente. Und deshalb hat er einfach den Tiger genommen. Und ich glaube, weil Andel sein Lieblingstier ist Tiger. Also, ja. Aber stimmt, eine Ente wäre auf jeden Fall lustig und besser gewesen. Da, da gebe ich dir jetzt 100% recht. Oh, warte. Du musst den Wagen einpacken. Du musst ja mit dem Ding dann wieder zurückfahren. So. Du brauchst mehr? Warum brauch ich mehr? Der kostet 70.000, das Ding. Nicht 170. Reicht nicht. Leute, ich, äh, Entschuldige, Entschuldige, ich meinte nicht den Muldenkipper für 120. Ich meinte den, ähm, nicht den Muldenkipper. Ich meinte die, 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 ah, wie heißt das Ding? Ich meinte jetzt nicht das für 120, ich meinte das für 70.000. Der Muldenkipper wäre zu groß. Ich würde, äh, den Muldenkipper aus dem Grund nicht nehmen, weil wenn ich da runter, wie aussteigen würde, dauert das zu lange, bis ich unten bin von dem Teil. Das heißt, bei einem, bei einer Verfolgung sagt, wäre das echt nicht von Vorteil. Ich würde tatsächlich den, äh, Kleinen nehmen. Den, den, dieses, dieses Kleine für 70.000, wisst ihr? Ich zeige euch, ich zeige euch, was ich meine. Ein Bagger. Bulldozer, den wollte ich, nicht den Muldenkipper. Muldenkipper ist, äh, mit dem Aussteigen Problem. Ihr seht, wie hoch das ist? Bis ich da oben ausgestiegen bin, kann ich die Polizei wegtasern und dann war es das. Bei dem Ding habe ich das Problem nicht und der kostet nur 70.000. Bulldozer meinte ich. Ich muss nur schauen, wie schnell der fährt. Ach, scheiße, der fährt ja übelst langsam, ne? Ich glaube, der Bulldozer ist mega langsam. Ich glaube, da komme ich mit dem Gabelstapler, bin ich da schneller, ne? Ach, ist die Frage, mit dem Bulldozer, der ist so langsam, der Muldenkipper ist wiederum schneller. Und was auf jeden Fall schnell genug ist, ist ein Gabelstapler, mit dem kann ich richtig schnell fahren. Aber nicht, dass ich da mit dem Bulldozer einfach eingebaut, wobei, mit dem kann ich ja nicht eingebaut werden, ne? Ich weiß nicht, Leute. Problematik ist halt, dass ich da mit dem Probe fangen kann, aber der fährt nicht schnell. Der fährt, glaube ich, so seine 10, 20 kmh und dann war es das. Und das habe ich gar nicht gedacht zuerst, dass der so einen Kettenantrieb hat. Der Muldenkipper ist halt schneller und das ist ein Gabelstapler, ne? Leute, dann, ich glaube, ich nehme dann doch einen Gabelstapler statt einen Bulldozer oder Bullenkipper. Ich glaube, der ist Gabelstapler das Beste. Gabelstaplerpartie. Ich habe Angst, Alter, wenn ich mit dem Fahrer nicht richtig gedingst, ne? Ist halt, hm. Ja, der ist so schnell, wie ein Panzer sagt, aber der ist niemals so schnell, wie der Panzer. Never, Alter. Muldenkipper ist halt viel zu hoch. Leute, bis ich da ausgestiegen bin, tasern, nehme ich da weg von dem Auto. Es dauert so lange, bis du da von da oben runterkommst. Das dauert so lange. Beim Bulldozer kann ich jetzt so schnell aussteigen und bin direkt weg, wisst ihr? Ich frage mal schnell. Hallo? Sag mal, kauft ihr euch einen Bulldozer oder Ich würde tatsächlich Gabelstapler nehmen. Oder sollen wir alle Gabelstapler nehmen, weil Bulldozer ist, glaube ich, langsam, ne? Ja. Immer alle Gabelstapler, oder? Ja, immer alle Gabelstapler, ist auch günstiger. Ja. Oder, oder ein, ich weiß nicht, oder soll ich denn... Ja, das ist so kompliziert. Weißt du, ich weiß nicht, weil ich wäre übelst gern mit dem Bulldozer gefahren, aber jetzt mal aufgefallen, der hat diese Ketten dran, weißt du? Und den fährst du halt sehr langsam und mit dem Gabelstapler fährst du ja schnell, ne? Ja, das geht eigentlich, ja. Hat der Bulldozer ein Kennzeichen drin? Nee, nee, die haben alle kein Kennzeichen. Also Gabelstapler, Bulldozer und der Muldenkipper, die haben alle kein Kennzeichen. Ich gucke, ich gucke nochmal. Oder halt nur Riss, nur fahren nicht vor mit dem Bulldozer, ne? Scheiße, hab ich kauft den für 70k. Oh mein Gott, ist der langsam. Oh, no, oh, ist schön, okay. Ja, ja, das geht schon. Der Gabelstapler ist nicht wirklich schneller. Ich glaube, das ist der Gabelstapler, das probieren wir mal. Oh, er dauert ein bisschen schneller. Egal, ich nehme den Bulldozer, das habe ich mir gekauft. No risk, das ist noch fahren. Der fährt 18kmh. Aber hey, ich hätte schon einen Plan, was wir dann machen. Kann man detunen? Ich glaube nicht. ich habe Bulldozer gekauft. Leute, ich bin jetzt offizieller Bulldozer-Besitzer. Bulldozer-Kraftfahrer. Wir ziehen es einfach an, als würden wir, ja, wir machen das so. Also, ich glaube, der Plan wäre wie folgt, wir sind einfach Bauarbeiter und dadurch, dass ja gerade in der ganzen Stadt Bauarbeiten vom Gange sind, bauen wir einfach die Bank um. Stimmt, das ist eine gute Idee. Ja, also, ist auch mit dem Bulldozer gar nicht so schlecht. Dann ziehen wir uns alle an wie Bauarbeiter und dann fahren wir Richtung Stadthalle und springen dort vom Ding runter, vom Kahn mit Fallschirm, hätte ich jetzt gesagt. Ja, so machen wir das. Das ist ein guter Plan, ne? Wir müssen nur schauen, was wir danach machen, nach dem Absprung. Ja. Das ist doch mal ein Plan hoch 100, oder Leute? Wir machen gerade einen Bankraub mit einem Bulldozer, der 80kmh fährt. Das Geile ist halt, ich kann nicht eingebaut werden, das Ding ist so stark, da habe ich keine Angst, dass ich eingebaut werde, wie mit einem, äh, mit einem zu langsamen Traktor. Das kann ich wegschieben, was ich möchte mit dem Teil. Da schiebe ich die einfach vor mir weg, wenn es zu einer zarter Fahrt kommt. Ja, das wird lustig, Leute, das wird lustig. Jetzt ziehen wir uns auch ein Outfit an, dass wir aussehen wie Bauarbeiter. Also, Bauarbeiter-Outfit und dann geht es gleich los, würde ich sagen. Dann können wir uns schon mal vorbereiten für den Masterplan. Aber das wird, ey, ohne das nicht schief geht, da weiß ich auch nicht, Leute. Wenn das nicht schief geht, bitte Bulldozer. Ich werde ihn gar nicht erst anmelden. Das ist doch, äh, ist doch kompletter Schwachsinn, das jetzt anzuwählen, ne? A80, Tahou, Mark, 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 Kennzeichen, Dingsbums. Äh, ich nehme bitte wieder, das ist geil, der Wagen. So, das heißt, wir gehen uns jetzt umziehen und dann, äh, schauen wir, wie wir das machen. Eingeparkt ist auf jeden Fall, ich freue mich. Wichtig ist bei dem Plan, dass jeder sein einzelnes Fahrzeug hat, ne? Ja. Weil ich weiß nicht, ist Kami noch da? Kami ist noch da. Ja, ja. Hast du auch schon geholt? Ja, klar. Perfekt. Habt jetzt alle, äh, Gabelstapler, ne? Ja. Jawohl. Okay, dann haben wir, genau, das große Ding. Hattest du so falsch an? Ui. Ich glaube, dass NOS nicht viel auswirken wird, weil NOS hat beim Rasenmäher auch nicht funktioniert. Ich glaube, bei so Autos, die nur 18 kmh oder so fahren, gehen, geht NOS Einspritzung nicht. Aus dem Grund, probiere ich das gar nicht aus, mit NOS. Im Tunen kannst du, glaube ich, auch nicht bis auf Lackierung. Das wird dann auch etwas zu blöd, den jetzt umzulackieren. Doch, Termin ist, äh, äh, Was hast du gesagt? Termin, Kami, brauchen wir noch. Ah ja, genau, und Fallschirm brauche ich noch. Und Fallschirm, ja. Geiselheit und das Outfit. Oh, Polizei, ja, 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 guck, 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 guck. Sollt bitte mal ranhalten, Leute. Uiuiuiuiuiuiui. So, habe ich meinen Fallschirm dabei heute? Ne, muss ich noch holen. Wir können uns schon mal gleich mal wegen Umkleide. Also, Untershirt passt so. Ne, das passt nicht, so, erst mal Hose. Auch eine richtige Bauarbeiterhose. Ui, sowas, ne, das ist Feuerwehrhose, das können wir nicht nehmen. Ach, ich muss schon so dringend pissen, Alter. Das können wir Autos guterfahren. Sowas, perfekt. Also, fand die sich schlecht? Das sag ich, da ist ja mehr Autos guterfahren. Warteile, das kriegen wir hin, Leute, das kriegen wir hin. Wie ein gutes Bauarbeiterhose. Das wird hin. Unfallbevoll beim Kran ankommen, ich sag's euch. Oh, nee, da ist jemand bei mir. Ich komme überhaupt dem Kran an. Oh, so weit, ne? Vielleicht erst mal unter Extras gucken, dass wir erst mal diese Dings haben. Wisst ihr, was ich meine? Das können wir gucken. Bauarbeiter, Bauarbeiter, oh, sowas, ja. Mal Extras. Gibt es hier so ein Bauarbeiter, gut, den suche ich gerade. Gibt es hier nicht. Ist der in der Kette, ne? Oder Untershirt, Untershirt ist der, glaube ich, drin. Äh, Chef, brauchst du noch einen Falschirm? Ja, aber den muss ich selber holen. Jetzt sind, okay, nee, das ist, das ist Polizei-Outfit, ne? Ah, wobei, das hier ist kein Polizei-Outfit, das könnte ich mir drüberziehen. Ah, ja, ja, sowas, das brauche ich, das brauche ich aber anderes, dann brauche ich aber anderes Oberteil. Aber das ist perfekt, das ist perfekt, gut. Bei so ein T-Shirt geht ja auch drum, äh, das passt schon, das T-Shirt nehme ich. Da brauchen wir nur andere Arme. Genau. Ähm, Untershirt war das dann, glaube ich, da kriege ich das Ding her. Okay, rumpa, das gleich, äh, nach dem Wallmarkt haben wir die Treffen, dann ziehen wir uns da um. Jojo. Ich war jetzt hier schon um, aber, guten Tag. Guten Astrid. Ja, das hier. Da ist es, das brauche ich, den Gürtel hier. Den Heimwerker-Gürtel. Da ist er. Gut, das brauchen wir. Ich bin mit dem Oberteil noch nicht ganz zufrieden, nur mit der Hose. Hose, na, weiß ich. Schuhe brauchen wir dann extra, gute Schuhe. Ja, gerne. Also, ich habe einen 20.51, weil ich mir noch eine Brille draufstehen. So, Schuhe brauchen wir dann, ja, sowas, das passt. Jo, machen wir so. Danke für dir. Ja, Ja, danke dir. Mit dem Oberteil nicht zufrieden. Das macht mich irgendwie mad. Oh, das hier wäre geil. Oh ja, das finde ich umso, das finde ich besser. Sowas? Und so andere Arme? Ja, das finde ich mal geil. Das ist es. Das ist der Sound. Dann brauche ich noch eine andere Hose. Mit der Hose bin ich dann auch unzufrieden irgendwie. Lieber so eine Jeanshose oder sowas. So richtig aus wie so ein Handwerker halt. Das sieht doch perfekt aus. Ja, das ist es. Das ist es. I have found it. Finally. It's here. Also bestätigen. Ja, Outfit speichern. Erstmal nein. Das, äh, na, noch nicht. Es fehlt ja noch die Kappe und alles. Das will ich noch machen. Dann speichere ich das Outfit. Ähm, Helm? Noch irgendwas, was alles verdeckt oben. Ohne Maske. Ah, einen Helm brauchen wir. Genau, wir brauchen einen Helm richtigen. sowas. Bauhelm halt. So, Bausteller. Kommst du zu mir in die Bausteller? Der hier. Oh, Entschuldigung. Achso, das kann ich nicht speichern. Okay, gut, dann, alles gut. Mein Baustellerhelm, so. Ja, ja. Ob, der Meister, Bauarbeiter. Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das. So, ich bin angezogen. Frisch. Und jetzt geht's hoch. Ich freue mich. Ein bisschen langsamer fahren vielleicht, dass wir nicht direkt festgenommen werden. Pluszustellen fahren eines Kfzs in der Stadt. So, aber doch nicht. Ah, Leute, das wird lustig. Das, das, das wird richtig lustig. So, äh, Dankeschön an, äh, Cryptic Sebi mit 5 Euro. Danke, Robert. Danke, schreibt er. Ich hab zu danken, vielen Dank hier an, äh, Cryptic Sebi. Was ist denn hier los? Chaos des Todes hier am Hauptplatz. Ja, ist ja auch was los, ne? Darf ja sein. Jetzt sind wir durch das Ding. Tempolimit 150. Äh, ich kann doch nur auf 200er Tempolimit. Oh, Alter, ich war 280. Ich muss aufpassen. Mach 200. So. Herr Alex Weiss, bitte bei Dispatch beim LAPD melden. Was ist denn da passiert? Jetzt kann man Herr Weiss, was ist denn da los? Oh, Blitzer, ja? Ganz vergessen, dass da ein Blitzer ist. Und so Dankeschön an Killy für SIP werden. Gamergeek schreibt, nix in Deutschlandsberg, nur in der Umgebung von Deutschland. Ah, so. Ja, gut, das war's, ich, oder nicht? Kälte, warum können Dondin kein Brezel essen, und da sie den Knoten nicht aufbekommen? Liebe Grüße, Candy, Dankeschön, Candy. Das haben wir wieder, supi. Ihn habe ich heute wieder gebraucht. Hätten mal keine Lumpenflachwitz sein können. So. Wobei, das war ja ein Blondinenwitz, war ja kein Flachwitz. John Eventi. Eventi ist auch wieder dabei. Äh, finde dich einfach nur super, mach weiter, so liebe Grüße, Dankeschön. Freut mich. Äh, Fortnite-Gamer, Leo und Vivi haut raus. Passiert nichts Schlimmes, mach mal bitte sechsmal ganz still, ohne dass es zu... Aber dann bleibe ich sie ja stecken, in der Animation oder sowas. Darf ich dann später probieren. Ich probiere es dann später sehr gerne. Die Maske habe ich nicht, ne? Masken müsste ich noch kaufen. Ich muss noch gucken, ob ich eine Maske habe. Ich habe keine Maske, perfekt. Bauarbeiter, Bob, der Meister, noch mal einen neuen Masken laden. Waffen kaufen? Ah, hier Fallschirm, ja. Eine Rohrzange wäre auch nicht schlecht. Ich gehe jetzt mal so rum. Für den Stil. Ich muss noch mal eine Maske kaufen. So, äh, Stoneman Hurl, dies hast Raupe bei uns. A Raupe. A Biesten Raupe. Ich kenne nur die Biesten Raupe. So, Kreenix und Fortnite Gamer, Neo, wie die Dank für das Zip werden. David, habe eine Frage. Wenn sich ein Wissenschaftler ein Brot belegt, ist es dann wissenschaftlich belegt? Eigentlich schon, ja. Kann man so sagen. Der Flottenadmiral. Aktion, das ist meine erste Spende und bleibst so, wie du bist. Dankeschön. Teile mit 19 sind auch dabei, dann Nepex haut raus. Dankeschön, Nepex. Heute Five Night at Freddy's. Ich glaube nicht, ich habe das Game durchgespielt und bin sehr froh drüber, dass ich es durchgespielt habe. Ich habe es, glaube ich, sogar deinstalliert. Ich gehe hier einfach nackig rum, weißt du. Also ich denke, was mit dem falsch. Spiellöwe. Ein Gebäude sanieren, Straße reparieren, Mitarbeiter schlagen. Genau. Genau das, was wir heute machen werden. Bankmitarbeiter zusammen. So. Grüße an dich und die 8000 Zuschauer. Jawohl. 8700 Zimmer. Da hauen wir mal alle auf den Like-Button, Leute. Geht schon. Auf den Like-Button drücken. Robert, das ist ja unglaublich. Hauen wir mal rauf hier. Leute, es muss heute gedroppt werden hier. Der Like-Button muss zerstört werden. Sofort, halt, Gamer Leo nochmal. Ja, bitte nachher mal ausprobieren. Also es passiert wirklich nix. Immer ist kein Steckenbleiben, nix. Aber wie du es dich, okay. Vielleicht probier's dann. Falls du denkst, dass die Shisha hochgehen sollte. Die geht bei uns nicht mehr hoch auf dem Server. Es gab mal, äh, die Möglichkeit, da ist die eh Shisha hochgegangen, wenn du zu oft, äh, gebraucht hast. Das ist ja ganz schön komisch. Und, äh, Samuel, Servus, bin auch wieder da und kümmere dich bitte mal ein bisschen um deine Verlorenung. PS kenn ich mich noch. Wer ich machen? Und Kuss kenn ich noch. Samuel! Kuss, Kuss, Kuss an Samuel. Also eine Maske kämpfen gehen und dann geht's los, ne? Dann haben wir eigentlich alles. Oh nee, komm, ich war schon weit weg, der Blitzer. Fiel 4 Dollar, weißt du? 4 Dollar will er mir noch abziehen. mit dem Marktmobil. Ransammeln wir jetzt an. Ruhig, ruhig. Belegt, ob ich mich hier einkaufe oder woanders. Alles gut, hallo. Das war aber knapp. Nö, überhaupt nicht. Ich hab keine, ich hab keine Fahrnambit. Ich fahre ja kein Mustang oder sowas. Achso, okay. Oh, Alter, da gibt's. Ah, eine Verfolgung ist. Heftig. Da geht's ab am Hauptplatz. Verfolgungsjagd ist schon wieder. Ich hab mir nur ganz schön eine Maske. was, was sieht denn gut aus? Eine Maske. Wird wieder da. Yes, yes. Das sind alle oberen, ne? Was sieht denn gut aus? Was würden so durchkommen, dass wir menschlich aussehen? Ich guck gerade, ob es irgendetwas menschliches gibt, dass wir nicht zu sehr wie eine Maske aussehen. Die Oma Uli gibt's. Ein Clown. Äh, ich hab ne Idee, die Pferdemaske. Oder die Hundemaske? Ne. Das würde als Maske auch noch gehen, aber man kann auf der Seite reingucken. Ja gut, dann lieber nicht. Das hier würde ich feiern. den Turban. Der Bausteller. Oder das Ding. Der Bausteller. Dafür bin ich leider etwas zu fett an den Backen, wie man sehen kann. Wenn man leicht feststehen kann. Könnte auch ein kleines Mäuschen sein. die gehen leider ich hab nicht zu fett für den Backen. Dann nimm ich mal, ich glaube ich nehme das, was ich vorhin hatte da. wie heißt das Ding? Das ist ein Turban halt. Kann ich Turban halt so bad, ne? Ich würde zu einer Bausteller passen. Ich muss nur schauen, wie das aussieht, wie ich mir das jetzt kaufe. Ja, und ich mach mir da jetzt mein Dings drauf. Äh, Rumpel, wo bist du? Hauptplatz. Hast du schön ein Outfit? Ja. Ja, das passt. Perfekt, wir ziehen uns jetzt auch schon rum. Jawohl, ich hab nicht noch eine Maske kaufen müssen, war das Problem. Aber jetzt hab ich alles. Oh ne, Musik, Musik, ich muss Führermodus anmachen. Jetzt hab ich immer Probleme. Jetzt hab ich einen Copyright Strike hier reingewuppelt. Aber live on stream? Ja, ich mag das schon. Ich hab auch Angst. Deshalb tanzen die hier auch, aber ich soll es ja nicht hören. Ich möchte Auto wechseln, wenn ich jetzt mal was anderes fahr. Ist der Wagen offen? Ne, ich dachte schon, der war offen. Ist das Ding offen? Ne. Kann man Abschlepper kommen und das Ding abholen? Ich brauche nämlich irgendeinen Wagen, mit dem ich hier wegkomme. Und ich glaube, ich werde mit einem Rum Mit dem Ding können wir wegkommen, ganz gut. Stellen wir uns das hier irgendwo hin. War halt ohne Kennzeichen zum Mädels. Das ist das Problem. Ich stelle es mir nur irgendwo hin, wo keine Sau jemals hinkommt. Weil wir müssen ja mit dem Fallschirm von hier aus. Hier, wenn wir mit dem Fallschirm abspringen, müssen wir einen Weg suchen oder das Ding ist nicht aufgetankt. Das ist scheiße. Guck, wie tange ich das Ding am besten auf. Ich setze erstmal meinen Turon auf, meine Maske, so wie man es nicht sieht, wer da drauf sitzt. Hier springen wir ja ab, Leute. Jetzt wisst ihr ja. Hier wird abgesprungen. Oh, es kommt da perfekt. Jetzt können wir das ständig hier auftanken. dann werden wir mit dem Motorrad hier easy peasy erst mal hinstellen und dann, wenn wir dann halt abspringen, werden wir mit dem wegfahren. Das ist jetzt so der Plan erstmal. Hätte ich jetzt gesagt. Recht Motorrad. Müssen wir mal gucken. Bisschen luftig das Ganze. Heute wird es luftig hier. Einmal haben wir 9000 Zuschauer. Ich habe nicht mal einen richtigen Thumbnail heute gemacht. Aber das ist das Schöne, bei meinem chilligen, gemütlichen Livestream, wo ich halt mehrere Spiele so zocke, da kann ich halt kein RLO Thumbnail machen, weil wir sonst irgendwie clickbait und ich dann auch andere Spiele zocke. Das ist ab hier heute und ich mache immer so einen ganz dezenten Text, immer heute gemütlicher Livestream und so. Nicht, dass die sonstigen Livestreams nicht gemütlich wären oder so, aber einfach, dass es ja alles schön ist, dass hier keiner geclickbaitet wird, wenn ich das Spiele was anderes zocke außer RLO. Wollen wir ja nicht. Aber ich spiele heute natürlich relativ lange. Das ist eben, dass bei den Streams, die gehen relativ lang, wobei ich sagen muss, meine ganzen Streams gehen relativ lang. Wenn ich hier oben abspringe, das ist gar nicht mal so hoch, ist das Problem. Das ist gar nicht mal so hoch. Wenn man einen Ort zogen, also ich würde dann sogar sagen, schafft das, was wir hier, sollte ich es bis hierher schaffen. Sollte. Frage ist, kriege ich, nee, ich kriege das nicht gelanden hier. Das ist, aber eigentlich, nee, warte, 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 warte. Ich springe hier ab und springe dann hier. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Hier springe, oh, das ist ein Geldautomate, habe ich gerade gesehen. Ups. Offroad. Das ist mal ein A-Klassenbuch reintragen. Von hier könnte ich mit Motorrad, ich habe eine Idee, Leute, ich stelle das Motorrad, da muss ich runter, stelle ich ins, ins Ding hier rein. Ich habe die Idee meines Lebens gerade. Idee auch mal live. Das stelle ich mit einem Busch rein, weil so kann es unmöglich jemanden finden. Und zwar schaffe ich es, dann hier besser zu landen. Hier unter den Baum werde ich es hinstellen. Muss jetzt mal ein bisschen hier langsam fahren. Muss ich hier, ich komme dann aber hier langsam auch wieder runter, glaube ich, ne? Schau, hier stelle ich es rein. Findet keine Sau. Muss mir das hier nur notieren auf dem Handy, wo ich gerade bin. Wenn ich die GPS-Position auf gar keinen Fall vernachlässige. Plus, machen wir hier Motorrad und Farbe auswählen, machen wir das hier. So, passt, fertig. Dann habe ich hier mein GPS für Motorrad. Abgesperrt ist es. Genau, und dann kann ich hier, ich schaue mir das nur an, ob das sich ausgeht. Ne, das ist zu hoch, das geht sich nicht aus. Aber wir können, hier kommen wir runter, schau mal, das schaffen wir, hier kommen wir runter. Motorrad. Müssen wir nur aufpassen, dass es uns hier nicht aushacelt. Also stelle ich das besser so hin, dass ich in die Richtung schaue. Das ist glaube ich gescheiter. Ah, hier ist das. Ich habe es gar nicht gesehen, wo es ist. Dann fahren wir nämlich direkt. Ich teste das mal schnell. Also wir fahren hier. Ja, passt das schon so. Wie es eingepackt ist, dann passt das schon so. Dann fahren wir hier so runter, dann klappt das Ganze. Das ist mal ein guter Plan, oder? Ich muss jetzt nur hoffen, dass ich da falsch schirme, bis es hierhin ausgeht. Aber ey, das Motorrad ist komplett. Guckt euch das an. Das Ding ist halt komplett in dem Busch drin. Da kommt keine Sau drauf. War das ein Cop? Oh, scheiße. Das war jetzt kein Cop, oder? Aber der hat es nicht gesehen. Der hat es gesehen gerade? War das ein Cop, Leute? Ich weiß nicht. Das war doch ein Cop gerade. Schmutzig, Herr Kami. Was ist schmutzig? Der Bauarbeiterhelm. Den habe ich auch schmutzig an. Also jetzt habe ich Angst. Ich glaube, das war gerade ein Cop jetzt. Wenn der jetzt gesehen hat, dass ich hier bin, dann habe ich ein Problem, Leute. Dann habe ich ein Problem. Ich glaube, der hat das sogar gesehen. Ich vermute, er hat es gesehen. Bin mir aber nicht sicher. Dann stehe ich das Ding irgendwo anders hin. Weil jetzt habe ich Schiss bekommen. Das war so ein geiler Platz, aber ich weiß nicht, wenn der das jetzt gesehen hat, bin ich hier richtig hart gearscht, wenn ich hier runterkomme mit dem Fallschirm. Dann war es das mit dem Plan. Dann war es das. Ey, ich habe gerade so einen geilen Platz gefunden und genau in dem Moment, wo ich das Ding versteckt habe, ich habe ja extra ein Motorrad versteckt, wo ich hinjumpen kann, genau dann ist ein Cop vorbeigefahren. Jetzt können wir einen neuen Platz suchen gehen. Ich hier habe euch einen Tipp, stellt irgendwo in der Nähe von dem Kran ein Auto hin oder ein Motorrad, das hier wegkommt. Ja gut, jetzt muss ich mir, ja gut, scheiß drauf. Also bevor ich jetzt hier irgendwas riskiere, Leute, ich glaube ich mal, ich weiß nicht, hat er es gesehen, ich weiß es nicht, ist mir jetzt egal, ich hole das Ding hier nochmal raus. Ich fange irgendwo anders hin damit. Das ist mir jetzt zu heikel, das Thema. Also so wäre ich gut weggekommen und da wäre ich runter und dann war es das, ne? Aber das wäre jetzt zu heikel. Jetzt muss ich mir einen anderen Plan suchen. Also, wir kommen, hier und die Dings runter. Geht sich das aus, dass ich mit einem Fallschirm, ne, das geht sich doch never aus, dass ich hier lande, oder? Ne, wobei, das ist ziemlich nah dran. Das wäre auch noch eine Idee, wenn ich hier lande. Ähm, das ist, ich meine, ich könnte einen Testsprung hinlegen, aber ich habe Angst davor. Es könnte sein, dass sich das nicht ausgeht, bis ich hier höre, ne? Weil da wäre auch noch eine geile Location, da wird mich auch keiner finden. Wenn ich das Ding hier irgendwo hinstelle, das merkt keine Sau. Also beispielsweise, ich stelle das Ding jetzt hier hinten hin. Hier so. Keine Sau wird es jemals merken, dass ich hier bin. So, hier stelle ich es hin, als Beispiel. Das ist eigentlich fast gleich lange, wie drüben. Guckt mal. Das ist fast gleich lang, ne? Aber ich glaube, es geht sich nicht aus. Ja, soll ich einen Testsprung machen? Ey, meine Frage, soll ich einen Testsprung machen, oder wäre es zu auffällig? Ich denke, das wäre zu auffällig. Ja, glaube ich auch. Ja gut, dann suche ich mir halt einen anderen Spot, das ist besser. Ich glaube, es ist zu weit weg, Leute. Es ist zu weit weg. Sehr gut. Ne, das ist zu weit weg, Leute, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich never dahin. Das ist viel zu weit weg. Ich muss ja mit einberechnen, ich fliege ja ein bisschen runter. Die, die wir jetzt noch hier längst, aber das ist auch nicht so geil. Ja, ich weiß nicht, Leute, das ist, der Spot hier war eigentlich relativ gut. Ah, Idee Nummer 2 habe ich hier. Hier würde es doch noch gehen. Dann würde ich, das ist eine gute Idee. Hier ist ein Spot. Warte mal, da kommt auch keiner jemals drauf. Und hier, das ist der Sound auf der Spinde. Schau mal, das sieht keine Sau. Dann müsste ich hier landen. Dann, dann speichere ich mir das hier als Spot ein. Ich weiß, dass es hier drin ist. So, hier. Und hier machen wir das dann. Ist besser, weil da drüben weiß er dann, dass ich vielleicht hier runtergekommen bin. Und hier sieht das dann nicht, wirst du? Dann machen wir hier unseren neuen GPS-Ding rein. Motorrad löschen wir. Ne, jetzt will ich löschen. Plus, neu. Dann ist halt eins versetzt. Dann bin ich sogar noch näher. dran. Ist besser sogar. So, fertig. Jetzt haben wir ein Motorrad. Perfekt. Das heißt, hier ist jetzt unser Motorrad drin. Verschlossen. So, sieht keine Sau und wir sind weg. Dann müssen wir hier auf der Straße landen. Das kriegen wir hin. Das ist noch näher dran. Das ist perfekt. Jungs und Mädels, das ist perfekt. Und die Sache nicht, ich komme... Aua! Komme ich hier nicht drauf? Ich komme jetzt nicht rauf. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Du trinkst auf Pipi. Du trinkst auf Klo. Was macht der Zaun hier? Das habe ich noch nicht gesehen hier. Der Zaun, der bringt es sich hier übelst, dass der hier steht. Das ist... Hast du nie gesehen hier den Zaun? Dann bin ich mal pinkeln, bin ich mal frei pinkeln hier. Leute, ich bin gleich wieder da. GPS-Position nochmal gespeichert. Ich bin kurz pinkeln, ne? Alles klar. Ich bin gleich wieder da, Leute. Bis gleich. Zwischenzeit hört ihr lustige Musik und einen Dosen-Sack, der wieder umfällt. Ich habe nämlich einen Dosen-Sack im Zimmer und habe den jetzt extra angetreten für euch. So, ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Das ist das Auge, aber ich spende. Ich bin aus. Ich bin gleich wieder da. Also Hicks hat jetzt mal ein P1. Perfekt. Schauen wir mal, wo wir das Auto hängen können. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also Kami müsst ihr auch gut ausparken können. Jaja, ich perke hier gerade auch aus bei der Kirche da. Okay, das ist gut. Ja gut, dann... Also ich parke auch bei der Villa aus. Also muss doch irgendwer woanders ausparken. Äh, ich hatte nur ein Haus, äh, am Strand. Ja nee, da kannst du beim Autohaus da eigentlich auch ausparken. Ist dann auch egal. Kannst eigentlich ausparken, wo du willst. Hauptsache nicht am Hauptplatz. Kommst aber Oli nochmal zu dem Klamottenladen, beim Apple Store. Nicht dumm. Ah, ich war eh richtig. Ich dachte schon, ich bin kopplend bescheuertem Schädel. Ich war doch richtig. Kilian, danke für ´n Euro. Und David Padovic Rlodo mit 20€ mit Fismit. Rrrrrrrrrrrrrruuuuuuuu. ,,Berns!" Dankeschön, das freut mich. Hör auf! Dreckig da hinten, aufhören. Heute kommt auch noch später Grand RP. Da werden wir noch mal unsere Gang erweitern. Also wer später noch Grand RP mitspielen möchte, ihr könnt gerne beitreten in unserer Gang. Also da werden wir ein paar Leute mitnehmen. Voraussetzung unserer Gang ist eigentlich dass man nicht zu jung ist. Olli? Wir haben kaum Voraussetzungen in der 1 zu 2 Gang. So. Forte Gamer Leon haut nochmal raus. Aber das haben wir vorgelesen. Schade, aber okay, dann alles gut. Biro, danke fürs SIP-Werden auch nochmal. Fortnite Gamer, ja bitte nachher mal ausprobieren. Also das passiert nichts. Das haben wir vorgelesen. Jawohl, dann habe ich hier alles vorgelesen. Kranken-OSAP nochmal mit. Hast du mich überlesen? Kuss trotzdem. Nee, habe ich nicht. Ich habe Kranken-OSAP gelesen vorhin. Habt ihr die Donation ja gesehen vorhin. Hier im Gaming. Okay, ich wünsche euch viel Erfolg. Dankeschön. Gm-Dange von Euro. André Frommholt. Stimmt, da war ja also alles gute Nachträglich. Danke. Danke. Alles gute Nachträglich. Das ist richtig wichtig. So, schauen wir mal. Zack, zack, zack. Hallo. Hallo. Soll ich zuerst meinen ausparken? Ja, kannst du machen. Weil der ist riesig. Ich weiß nicht, ob ich da Platz habe zum rausfahren. Jo, ich gehe mal in der Seite. Tanken muss man denn. So. Julian, YouTube. Moin, mein Lieblings- YouTube. Äh, Lieblings- Ohne. Dankeschön. Peter Gotti. Meine erste Spende. Dankeschön. Peter Gotti. Lord Teddy. Mein 10 Monate Lul. Kennst du dich noch? Lord Teddy kenne ich noch, natürlich. Kenne ich noch. Kommentiert auch sehr viel, glaube ich. André Frommholt. Alles Gute zu bewurzern. Das habe ich mir auch vorgelesen. Ja, das vorhin habe ich vorgelesen. Nur prozentig hier von Krankenhaus-RP. Ist nicht viel, aber ein Läder-Show will ich. Jeder sieht Kuss auf die Schnauze. Ah, das habe ich nicht gelesen vorhin. Komisch. Kuss geht raus an dich. Geht so wie Kuss auf die Schnauze zurück. Auf Krankenhaus-RP sein Nacken. So. Komischerweise nicht gesehen vorhin. Sie kann es da leer. Soll sich trotzdem ausgehen. Lecher kann es verpassen. Server 2 sind wir dann später. Werden wir später reinhauen. Dauert aber noch ein bisschen. Wir machen ja noch einen Bankraub und alles. Okay, wieder da. Wie ist der Plan? Also wir wären ready hier am Haus. Wir wünschen, hinfahren dann. Wartet kurz noch. Higgs muss ich ihn nur schnell umziehen. Und dann packt er aus. Und dann fährt er vom Autohaus. Weste brauchen wir noch. Scheiße, ich muss das Ding tanken. Ja, wir haben einen Kanister dabei gehabt. Kann sein, dass ich gleich ein Problem habe. Aber ich werde verfolgt. Warum denn das? Was hast du gemacht? Nichts. Ich bin auf der Fahrerung. Aber ich glaube, die haben das Kennzeichen gecheckt. Oh, das ist scheiße. Ich bin in Maybach gefahren. Ich wäre an deiner Stelle mit einem unauffälligen Auto unterwegs. Ja, du, haben wir Waffen gelagert im Haus? Ich, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich brauche nämlich nur welche. Ich habe keine. Ich war hier drinnen nur einmal. Schau mal. Ja, ich habe alles hinter mir. Ja, scheiße. Dann musst du halt mit in die Bank rein. Ja. Gucken wir, ob ihr noch eine andere Geisel findet. Vielleicht kriege ich die Cops noch weg. Oh, nee. Ja, Entschuldigung. Aber du hast gerade aufgemacht, ne? Ja. Ups, ich habe nämlich gerade auch aufgemacht. Warte, so, jetzt. Das ist der Sound auf der Spinde. Boah, ich habe gerade genießt des Todes. Was das angeht, müsstet ihr euch dann beeilen. Du hast den Piersitzer, oder? Ja. Oh, ja. Ja, ich habe nur über Hälfte Sprit, aber eigentlich müsste es reichen. MP5, Glock 17 ist dabei. Dann fährt X bei dir mit, weil bis der mit seinem Kabelstapler vom Autohaus hochfährt. Ich fahre ihn vor die Bank. Danke für die ganzen Gesundheitswünsche. Das Ding ist, ich bin soweit safe. Ähm, ich habe eine Geisel im Auto halt. Notfall bedrohe ich einfach, die Geisel fährt ziemlich irgendwo zum Stock. Das ist der Sound auf der Spinde. Das ist der Sound auf der Spinde. Ja, die Cops, die fahren halt alles auf. Die haben jetzt noch schon Heli in der Luft. Ja, dann Leute lassen an Bank anfahren, dann geht er halt mit rein. Machen wir das so, ja. Jetzt fahren wir schon mal Bank und du kommst dann halt nach. Wäre auch eine Möglichkeit. Jo. Dann lenkst du halt ab. Also, wer ist jetzt alles auf dem Weg zur Bank? Äh, ich fahre jetzt los. Ja, wir fangen jetzt auch los. Sag mal bescheid, wenn ihr da sind. Dann passe ich das ab, was ich dann auch pünktlich da bin. Jawohl. Es wird ein bisschen dauern, bis ich mit dem Ding dort ankomme. Alter, was hast du alles am Arsch? Ja, weißt du auch, wieso ich auf der Fahndung stehe? Ja, dass ich das überhaupt war. Du fährst nicht bergauf mit dem Ding. Was wird lange dauern? Du fährst nicht bergauf mit dem Ding. Hä, warum? Du willst mir nicht Power. Ich will euch nicht hetzen oder so, aber, ähm. Ja. Ich hab noch Hälfte. Ich will auch nicht hetzen oder so, aber mit dem Bulldozer bis zur Bank zu fahren, ist gar nicht mal so einfach. Glaub ich. Ich nehm sogar grad Abkürzung. Aber wir schaffen das schon irgendwie. Ja, wie gesagt, wenn ich hab ne Geisel am Auto. Äh, am Megas ist ein Helie-Einsatz, FD, gesperrt. Danke für die Info. Die Frage ist halt, kommt ihr noch in die Nationalbank rein, wenn ich mich da schon hinstelle und die Geisel bedrohe? Das ist die Frage. Äh, das ist ne sehr schwere Frage, aber theoretisch ja, weil du hast ja die Geisel und, äh, wobei das doch sehr dumm wäre. Ja, das wär dumm. Aber wir, gib, gib uns, wie lang kannst du noch fahren? Zwei, drei Minuten geht's nicht aus? Ich kann mal gucken, ob ich das schaffe bis dahin. Ja. Ich schätze mal, dass ich in halben Minuten halte der Tank noch. Ja, Problem ist, das Ding ist so langsam. Ich fahr auf 18 kmh damit. Eyo, ich probier das rauszuholen, was geht. Äh, die stehen schon vor der Bank, wollte ich nur sagen. Äh, hier sind Cops an der Bank. Warum stehen die in der Bank, da ist doch nix. War eine Änderung Juve oder wie? Er ist wieder weggefahren. Es stehen halt drei Typen davor, ne? Achso. Ich fahr gerade hinter der Bank, jetzt bin ich vor diesem... Äh, ich bin direkt vor der Bank. Ey, Leute, ich muss unbedingt tanken, die Kiste. Du hast so viel Sprit an sich zieh, ist unglaublich. Ja, ich hab auch nur noch Halb voll. Scheiße, zeig mir doch kurz hinter der Bank. Der kommt durch, die Polenpatrouillen hier. An der Bank? Yep. Also vorhin waren die ganze Zeit alle beim Juve, bei der Bank war da gar nix los. Patrouillen die ganze Zeit in Juve. R1 ist auch hier. Das ist wegen mir hier. Das sucht mich, glaube ich, gerade. Äh, dann fahr weg von dort, oder? Ja, ich bin schon dabei. Wie viel Tank hast du noch? Neun, 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 neun. Hälfte, sondern ein bisschen weniger als die Hälfte. Äh, Kamil, wo bist du gerade? Ist an der Bank vollgetankt? Das geht sich niemals aus, bis dorthin. Der Bank hat sich ja getankt. Es kann sein, dass mir wehren kann, dass ich es da bringen muss. Okay, warte mal. Dann kommt es hinter uns. Alter, Tag Louis. Gesundheit, danke schön. Da, 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 da. Dankeschön, ne? Bei dir kann. Mit 50 Euro. Oh, ich weiß halt echt nicht. Fangen wir jetzt vor, oder? Ja, ich muss auch noch danken, warte, ich bin auf dem Weg. Ich weiß echt nicht, Bruder, wie ich das zu ihm bekommen soll. Tag Louis, ich bedanke mich für eine 50 Euro Gesundheitsglückwünsche. Das ist wirklich sehr lieb und nett von dir. Oh, das ist mir auch etwas zu. Oder hauen wir mal Like-Up raus. Auf Tag Louis, Herr Nacken, Leute. Lassen wir mal alle einen Like. Fütz mich raus an dich. Ich schau, sonst lasse ich zum Mechaniker fahren und dann noch mal auftanke, ja? Wie weit seid ihr? Ja, ich weiß wirklich, ich weiß nicht, wo ich mich hinstellen soll. Ja, bei mir ist es noch ein Kilometer, aber Tank ist fast leer. Ach, scheiß drauf, ich schau, dass ich noch drin komme. Ich schaffe das schon irgendwie. Noch 900 Meter, dann habe ich es. Ich hätte doch... Kannst du mich mal anstupsen? Aber zachte bitte. Oder hat gerade wer Zeit, einen Kanister vorbeizubringen? Oh, nee, da ist überall Hubschrauber. Oh, nee, da ist überall Hubschrauber. Oh, nee, da ist überall Hubschrauber. Ich bin drinnen, ne? Ja. Gut, dann fahre ich durch. Dann wäre ich einfach... Ich werde einfach durchfahren und hoffe, dass ich schaffe. Kommt in die Bank, ich habe jetzt zwei Geisel. Ja, ja, ich werde hoffen, dass ich es schaffe, ne? Wenn nicht, dann scheiß auf einen Gabelstapler, dann tragt ihr euch. Das ist kein Gabelstapler, das ist ein riesengroßes Gerümpel, ist das. Oh Gott. Ich komme jetzt auch in die Bank. Ja, also kannst du mich den Kanister vorbeibringen? Geht das? Ich habe einen, ich habe einen. Ja, kannst du dich schon vorbeibringen? Ja, ich bin bei der Bank schon. Achso, das ist schlecht. Ja, ich muss jetzt schießen. Ja, ich habe mich überschlagen, ich bin raus. Ich bin durch irgendwas in die Luft geflimmt. Oh, nee. Ja, komm mal, wir sind in die Bank. Ja, mir fliegt ein Helikopter. Ganz viele Einsatzfahrzeuge, gerade haben wir vorbei. Das war die dümmste Idee ever, dieses Scheißding, diesen Bulldozer zu nehmen. Das war die dümmste Idee. Planänderung, ich hole mich für den Kanister. Ja, weil ich halt, weil wir mussten halt einen, ne? Das einer ist, äh... Ich werde da noch nicht verfolgt, ich kann mich noch mit dem Skateboard fahren. Aber wir haben keine Geißel, ne? Komm mal, wir sind zu überschlagen. Wir haben zwei. Wir haben zwei in der Bank. Und einer liegt bewusstlos vor der Bank. Eine liegt bewusstlos? Das ist super. Ja, die wollte die Cops rufen. Ach ja, dann ist das selber schuld. Ja, jetzt habe ich aber genug Tank, Leute. Wenn ich jetzt zurückkomme. Jetzt habe ich genug Tank. Ich hoffe, das klappt so. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, das klappt so sehr. Ihr müsst halt durchhalten. Ich bin gleich bei euch, ja? So, das Ding anschmeißen. Startet ihr schon in den Raub oder wartet ihr noch? Wir warten noch. Oh, danke. Dauert nur so, ich gebe drei Minuten, bis ich drüben bin. Ungefähr, das Ding ist so langsam. Das Ding ist so langsam, ich gebe drei Minuten, bis ich drüben bin. Das Ding ist so langsam, ich gebe drei Minuten, bis ich drüben bin. So, ich gebe drei Minuten, bis ich drüben bin. 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 So, Leute, ich wünsche euch viel Glück, aber ich muss jetzt los. Tschüss. so bin unterwegs alles geile ist die kopf habe ich komplett ignorieren das ist nicht gecheckt dass ich damit maske um stehen 50 kopf haben wir vorbeigefahren nicht getankt habe jetzt geht es rein in die bank ist okay bitte was bitte bescheid geben wenn du reinkommst ja natürlich so blöd bin ich nicht das habe ich einmal in meinem leben gemacht los geht's leute los geht's rein in die bank mit dem ding gibt es klingt die dichteionen die diese es~~ch în Es ist schön Oliver rein in die olga so leute was habt ihr davon über dass die miks forty hier vorne. Einmal hin, alles drin. Einmal rein in die Olga. Ja. Ja. Guckt euch das an, wie ihr wieder reinflitzt mit der Flitze. Ja, rein in die Olga. Ich find's geil, wie noch keiner was sagt. Einmal anhalten, ne? Das glaub ich nicht. Guckt euch das an. So, ich bin jetzt da. Das ist wunderschön. Ey, fahren Sie doch nicht hier vorne hin. Hallo. Aufbauweiten. Ey, was machen Sie den? Zurück da. Ich muss da rein. Hallo. Hier ist keine Sperrzone. Hier muss ich, ich muss ja die Dings fertig machen. Ey, könnt ihr dem bitte sagen? Ja, da ist ne Geisel drin. Wenn sie mich da jetzt abknallen, wo oder irgendwas machen, ist die Geisel da drin, droht. Ich komm da jetzt mit rein. Aber, zacki, weg hier. Zacki, zacki. Wir machen hier auf. Aufräumerweiten. Raus, raus, da. Geht schon. Platz machen hier. Geht mal hier mal Tacheles. Können doch nicht hier einfach in mein Ding reingehen. Aber hallo, wir müssen hier aufräumen hier drin. Geht doch nicht. Ist doch alles drin. Dreckig. Bisschen Platz machen. Bisschen Spielkameraan hier rauslassen. So, alles gut hier. So. Bitte passen Sie ein bisschen auf. Dankeschön. Sind Sie mal so lieb. Stabil, oder? Die dachten zuerst, ich gehöre nicht dazu. So. Wem kann ich denn hier verhandeln? Warten Sie mal ganz kurz. Ich würde das Ding hier mal abstellen. Das wäre mal super. Machen wir das. Das wäre super knackig, wenn wir das hier abstellen können. Na, das machen wir. So, gut. Ah, ist das schön. So, Kollege, kommst du rein? Ja, gleich. Die wollten mich zuerst nicht durchlassen. Ich weiß auch gar nicht, warum. Wir sind immer noch zusammen. Man sieht es doch, dass wir hier alle Handwerker sind. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon sieht man das. Ja, oder? Das verstehe ich auch nicht. So, wem kann ich denn hier sprechen? Ja, wir sind Handwerker. Wir machen das. Wir machen das. Wir machen das. Wir sind Actionhandwerker. Das heißt, wir machen das auf eine ganz lustige Art und Weise. Wir nehmen uns eine Geisel und wenn irgendwas schief geht, erschießen wir die Geisel. Also das ist immer so unser, unsere Handwerkskunst besteht darin, alles so schön zu machen, bis einer stirbt. Das geht aber nicht. Finden Sie nicht auch, dass das Wort Todesschön irgendwie noch eine Verbindung hat in dieser Welt? Also ich fand das irgendwie schade und lasse ich mir so, Todesschön, das könnte unser Auftrag sein. Dafür sind wir da. Jetzt hören Sie mir mal zu. Bitte. Sie haben da aktuell eine Geisel. Sie sind bewaffnet und ich möchte die Geisel haben. Jetzt möchte ich Ihre Forderung hören, was Sie dafür haben wollen. Was ich haben möchte ist, also was wir haben möchten, ist erstmal ein schönes Mettbrötchen. Also ein bisschen was zum Essen. Ähm, dann hätten wir sehr gerne, was hätte ich noch gerne, diese, ähm, wie heißt denn das? Warte, ich frage mal ganz kurz, braucht ihr irgendwas da drin? Äh, oh, ich hätte gerne so, so ein Spiegelei, wäre es lecker. Ich glaube, die haben keinen Spiegel. Wie viele Geisern habt ihr? Fünf oder zehn. Ich weiß ja noch Kameras, oder nicht? Wie viele Geisern habt ihr? Ich glaube fünf oder zehn. Also wir würden jetzt gerne mal erstmal reingehen und alles besprechen, oder? Wäre das nicht mal so ein Plan? Hör Sie bitte drauf. Weil unser Kollege hier war spät dran. Können Sie mir bitte einmal sagen, wie viele Geisern Sie haben? Hör Sie bitte auf die Dame. Warten Sie ganz kurz, wir können das ganz easy klären, warten Sie ganz kurz. Ich bin gleich wieder da. Hallo? Meine Frage, wie sieht es aus bezüglich, äh, äh, Tresorraum, wie machen wir das? Ja, wir müssten jetzt mal anfangen, deswegen sage ich doch, ich will es noch nicht machen. Ja, wir müssen mal anfangen, warte mal ganz kurz. Meine Frage? Können Sie mal kurz eine Minute warten, wir müssen unten noch ein bisschen renovieren? Eine Minute noch. Bisschen warten. Ne, wir müssen unten renovieren, der Keller gehört renoviert, da müssen wir ja mal anfangen mit dem Stemmhammer. Jetzt hören Sie bitte auf, hör den Quatsch. Ich möchte jetzt wissen, wie viele Geisern Sie haben. Ich kann es Ihnen tatsächlich nicht sagen, was ich nicht weiß, ich kann mal fragen, warten Sie ganz kurz. Entschuldigung, wie viele Geisern haben wir denn jetzt? Zwei, drei, vier? Zwei. Nimm Sie mir die wieder weg. Ich gebe das so durch. Also, wir haben zwei Geiseln. Sie haben zwei Geiseln, darf ich die bitte einmal sehen? Eine habe ich ja schon gesehen. Ja, 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 warte, 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 warte. Ja, wir bräuchten noch kurz die zweite Geisel, damit er uns das auch glaubt, dass wir eine zweite Geisel haben. Was sind das denn für welche? Die kommt jetzt gleich, äh, die ist gleich da bei Ihnen. Ja. Das mit den Renovierungsverwaltungen unten machen wir dann noch und, ähm, unsere Forderungen sind eigentlich relativ einfach. Also, wir hätten gerne so ein Mettbrötchen. Mhm. Spiegelei, glaube ich, haben Sie nicht, aber, äh, wir hätten da noch gerne folgende Forderung. Ähm, wir würden sehr, sehr gerne, was sollten wir nochmal, ähm, wie fällt das nicht ein, das Wort? Warum bin ich so dumm? Was ist denn los mit mir? Wir sind am Eingang, alles gut. Lassen Sie mich kurz überlegen, was wollte ich denn? Ja, was wollte ich. Äh, das Mettbrötchen haben wir aufgeschrieben. Ähm, ähm, ähm. Hm. Salzstangen. Salzstangen hat der Herr nicht, das, lass Sie mal, der Arme, der muss sonst zum Spar rüberfahren, muss er sich das wohl. Warten Sie mal, was, was hätte ich denn gerne? Hm. Ach, ein Benzinkanister wäre schön, weil das Ding, das schluckt, wie sonst war das Ding. Können Sie mal ein Benzinkanister besorgen, wäre das möglich? Das wäre sicherlich möglich. Ja, weil meiner, warte, ich schmeiß den da mal hin. ...der erste Geißel bekommen? Also, das Mettbrötchen, um den Benzinkanister zu bekommen. Kommen Sie im Gegenzug die erste Geißel? Oder wissen Sie was, wir machen folgendes. Sie machen folgendes. Sie geben mir gar keinen Benzinkanister, Sie tanken das Ding auf für mich. Oder, oder müssen Sie mir, ach nee, warten Sie. Geben Sie mir einfach den Benzinkanister, dann, äh... Ja, machen Sie so, Sie geben mir den Benzinkanister. Den können ich Ihnen auch jetzt sofort geben. Dann, ja, können Sie mir den geben, geht das? Weil ich hab, ich hab noch einen dabei, aber da ist nicht mehr viel drin. Das ist das Problemchen gerade. Aber, wie gesagt, die zwei Forderungen bekommen Sie sofort, wenn wir die erste Geißel danach bekommen. Ich weiß nicht, da ist nichts drin, ne? Ach so. Nee, da ist nichts mehr drin. Ja, also, wenn Sie, wenn Sie die, ja, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Das schaffen wir schon irgendwie. Gut. Und dann, wenn wir die erste Geißel haben, fahren wir weiter, will es weitergehen. Ja, können wir das später machen, weil wir müssen nochmal runtergehen. Wir, wir machen das dann, ja? Machen wir so. Wenn ich Ihnen jetzt den Benzinkanister gebe und das mitbrötchen. Ja, ja, dann machen wir mal ein paar Minütchen, bitte. Ich kann jetzt gerade nicht die Saunen Trollys jucken. Ich bin gleich nochmal da, ja? So, machen wir das schnell. So, wir ziehen schnell durch, wir müssen runter. Wie bitte? Wir ziehen das jetzt durch, wir müssen runter. Jawohl. Na ja, einmal mitkommen. Hast du denn gesucht, was er dabei hat? Wie bitte? Hat er was dabei? Hast du geguckt, was er dabei hat? Ja, wir haben alles geschaut. Ja, ich hab ne... Ist alle schon weg. Jawohl, da kommt der Mildprinzessin. So, dann macht er mal auf, das Ding hier. Ja. Kommst du? Ich hab gesagt, wir renovieren noch unten ein bisschen. Ja, sehr schön. Jo. Also, äh... Sehr nette Mitarbeiter. Forderung war halt, dass wir einige alles raushassen vom Benzinkanister. Ich finde, das ist eine gute Forderung, oder? Ich hab einen. Jo. Haben sie heute noch was vor, der Herr? Ne, eigentlich nicht. Und sie? Meine Frage, wo gibt man so einen schicken Pulli her? Aus dem Kleidungsladen. Ja. Oder er schaut mal gerne bei mir im Shop vorbei. Unten verlinkt, da gibt's einen Relive-Online-Pulli nämlich auch. Könnt ihr gerne vorbeibuppeln. Also, wenn ihr den Relive haben wollt, gönnt ihn euch. Werbung. Diese Anspielung, ich meine. Können wir auch wieder bei NordVPN so machen. Na, finden sie... Sie müssen aber schon aufpassen im Internet. So ganz ohne VPN. Müssen schon aufpassen. Bleib so, ihr wisst alles gute Nacht. Richtig. Kann man aber mit 12 bei GRP in die Familie. Was ist GRP? Meinst du bei GrandRP? Mit 12. Kommt drauf an, wenn du die tiefe Stimme hast. Kein Problem, Bruder. Und alt genug bist. Also, du dich alt genug fühlst. Die Leute sind mit 12 etwas weiter fortgeschritten als andere. Die haben halt gesagt, bitte im Stimmbruch sein. Sonst ist das immer ein bisschen komisch. Also, ich find's halt etwas komisch. Uli hat einen Benzinkanister. Ah ja, sonst können wir mal bei Uli fragen. Aber das... Ne, das wär jetzt wieder ein Meter. Schau, ich darf nicht auf den Chat hören. Guck. Der blöde Chat immer. Wird auf, Big Seed Gaming zu betreiben. Das ist unglaublich. Lass mich immer vom Chat mietern. Da muss ich echt aufpassen, dass ich da nichts mit ins Game nimm. Ist mir schon einmal passiert und ich schau, dass ich das so unterdrücke, wie nur möglich. Vergess dich NordVPN, genau. Für NordVPN, die Ehrenmänner, die wollen weiterhin Interaktion bei mir haben. Das ist sehr nett von denen. Die wollen weiterhin, dass ich für die ein bisschen Werbung mache. Ist aber cool, weil die wollen so 60 Sekunden oder so haben. Dann mach ich so 60 Sekunden mal rein. So ein bisschen Werbung NordVPN. Ist doch schön. Vor allem Produkt, wo man auch hinterstehen kann. Und dafür werde ich jetzt grad nicht bezahlt. Hier, wo ich jetzt grad drüber rede. Ne, aber NordVPN ist schon gut. Ich mein, ich hab's ja selber jahrelang genutzt davor. Also kurz geht da raus. Also VPN speichert genauso Daten wie alle anderen. Ne, das stimmt nicht. Aber eins muss ich dir sagen. NordVPN hat ja so, die sagen, sie speichern nichts. Ne, aber die musst du natürlich auch vertrauen. Ich traue NordVPN. Weil das ein Unternehmen ist, wo ich sag, da kann ich dahinter stehen. Ich, ich trau denen das zu, dass sie das nicht speichern. Steht ja auch dabei, dass sie keine Daten speichern. Theoretisch kann jeder, wo du halt ein VPN hast, theoretisch verspeichern. Ja, das stimmt. Aber sie bieten den Service an und sagen, sie speichern's nicht. Und auf die muss ich natürlich vertrauen. Und auf das vertraue ich auch. Ganz easy. Aber in der Theorie, ne, technisch gesehen, kannst du natürlich alles speichern im Internet. Alles. Es gibt natürlich auch Anbieter, die speichern auch. Also da steht auch drin, dass die speichern. Das gibt's natürlich auch. Die dann auch die offen das drin haben, ne. Gibt's natürlich auch. Hoffe, das stimmt. Ja, aber das ist immer so eine Sache des Vertrauens, ne. Aber ich vertraue dem Unternehmen. Ich steh dahinter. Und ich vertraue denen, dass sie meine Sachen nicht speichern. Wenn sie das auch angegeben haben, dass sie nicht speichern, ne. Technisch gesehen ist natürlich alles möglich. Das stimmt schon. Technisch gesehen ist alles möglich, aber da ist das Vertrauen ganz ehrlich auf der Firma. Und das hab ich so auch im Kopf. Aber das find ich unrecht. Also technisch ist natürlich alles möglich. Im Internet. Das ist alles möglich natürlich. Das gleich voran. Frau Penson, sinnlos. Also ich find die nicht sinnlos. Ich hab das zum Beispiel benutzt, weil sehr viel blockiert wird. Was du zum Beispiel bei Netflix hast, kannst Netflix-Serien gucken, die du sonst nicht gucken könntest. Das kannst du mit dem VPN machen, was du sonst nicht kannst. Oder teilweise, wenn der Seiten blockiert in ganzen Ländern, da kannst du auch... Das ist ja nützlich von so Zensur-Seiten oder Zensur-Ländern. Wenn du in einem Land bist, wo Zensur betrieben wird, aus dem VPN rein, kannst du alles angucken. Ich geh rechts, ja. Also da ist das auch nicht schlecht, muss man sagen. Also das ist schon nicht schlecht. Hm. Und natürlich die Script-Kiddies, die immer mit deiner IP prahlen können. Geht dann auch nicht mehr, wenn du mit VPN irgendwo reinwuppelst in irgendein Game und dann kommt irgendein Script-Kiddy, zieht dir deine IP ab und DDoS dich dann. Geht dann auch nicht mehr so einfach. Das darf man auch nicht vergessen. Also ein VPN hat schon Vorteile. Also das muss ich schon sagen. Deshalb, ich kann es mit gutem Gewissen bewerben, weil ich da stehe, weil ich es selber auch nutze und ich habe es, wie gesagt, schon vor dem Deal mit NordVPN benutzt. Und da habe ich auch so eine 5-Jahres-Lizenz mit damals gegönnt. Habe ich einmal bezahlt. Was waren das? 120 Euro oder 200 Euro? Ich weiß nicht mehr. Fünf Jahre lang habe ich das damals bekommen. Das ist zu lange her, dass ich das schon geholt habe. Aber ja, jeder, wie er will, ne? Es gibt auch Leute, die sagen, die halten davon nichts. Jeder, wie er will. Ich halte davon was und gut ist. Muss ja nicht jeder holen, ne? Bleibt ja jedem selber überlassen, was er holen möchte, was nicht. Äh, 5 wird es euch noch sagen. Zieh mal rein, die Kohle da. Zieh mal rein, die ganze Kohle. 30. Die Geiseln sind oben, Leute. Die sind oben. Alles gut. So, haben wir alles gesnackt. Ja. Alles in die Taschen. Jetzt ist es schon hoch. So, ich bin hoch, Jungs und Mädels. Wir sind full. Full. Oh, es geht's weiter mit Verhandlungen. Äh, ja, 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 ja. Ich komm rein und so die Bank wird gemacht. Beste, ne? Beste, jetzt ist es so, nur guck, ob wir hier wieder wegkommen. Da auch wieder. Hallo? Hallo, 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 hallo. Scusi. Ja. Ich bin da. Ich würd sagen, wir setzen da die Geiseln hin, ne? So, passen Sie auf. Wir sind jetzt so fertig, einigermaßen. Mhm. Ähm, ich bespreche noch schnell was hier drin und dann kommen wir gleich mit der ersten Geise dann raus für Sie, wenn das okay ist für Sie. Und dann? Also, natürlich zuerst den Kanister. Dann, aber ich überlege nur schnell was hier drin, ja? Bin gleich wieder da. Äh, kurze Besprechung. Ja. Äh, wo sind wir alle hierher? Erstmal Flüster, Flüster. Äh, erstmal die Taschen ausziehen. Das ist mal wichtig. Wegen, äh, wegen der, äh, ich weiß nicht wie das ist, wegen Fallschirm. Hatte gemacht? Ja. Ja. Perfekt. So, ähm, was soll ich denn fragen? Ähm, wegen, äh, Fortfall. Also, ich hätte jetzt gesagt, ich, ich tausche jetzt den Kanister ein, gegen, äh, eine Geisel. Weil, meine, es gehört bei euch auch nicht irgendwo aufgefüllt. Kommt ihr irgendwo nicht hin? Nee, ich denke, ich denke, bis dahin müsste das reichen. Also, mein Kabelstabler ist halb. Okay, ja, mit der Hälfte kommst du hin, das reicht. Ja. Problem ist nur mein Fahrzeug. Ich überlege nur, ob es gescheiter wäre, wenn wir alle zusammenfahren. Mein Auto ist zwar sehr langsam, aber das Problem ist, wenn ihr jetzt vorfährt, wissen die ja schon, wo wir hinfahren. Ja. Das heißt, wir müssten, wir müssten dann alle zusammenbleiben. Und ich fahre halt mit 18 kmh. Dürft ihr euch schon mal anschnallen, dass es 18 kmh fährt. Boah. Ähm, jedenfalls, wir fahren da dorthin. Also, ihr wisst ja, wohin. Und, ähm, wie gesagt, also, ihr kommt dort auf jeden Fall hin, ne? Mit eurem Gespräch. Das sollte sich ausgehen. Sollte ja. Ja. Was denn? Ein Kanister, du brauchst gar keinen fordern. Warum? Also, du kannst doch einen fordern. Ich meine, ich hätte auch einen. Weil es für jemanden noch nicht reicht. Ach, du hast einen Kanister? Ich hab doch gesagt, die ganze Zeit, ich hab einen. Ach, dann gib mir den. Dann nehm ich den bitte. Ja, ja, klar. Dann sag ich dem, der kriegt keine Geisel für den Kanister. Dann frage ich was anderes. Dann will ich eine andere Forderung stellen. Passt schon. Äh, du musst deinen, äh... Ja, ja, warte. Ich muss dann irgendwie loswerden. Kann irgendwer einen Lernkanister nehmen? Ja, ne, ich hab auch meinen Freund. Ich geb dir sonst mal einen Lernkanister. Du konntest ihn wegschmeißen. Hab schon, hab schon dir gegeben. Passt schon. So, jetzt bin ich frei. Ja, dann passt das doch. Dankeschön. Dankeschön. Gerne. Ist ja viel besser so. Hast du ein Zwei-Sitzer? So, hallo. Hallo? Ja, Sekunde, Sekunde. Folgendes, wir brauchen keinen Kanister mehr. Ja, die Dame hatte noch einen. Ah, okay. Mhm. Die süße Dame da drin. Ähm. Was wollen wir jetzt da für die erste Geisel haben? Da bin ich erstmal auf den Topf. Also, äh, dann will ich was anderes fordern. Und zwar wie folgt, wie Sie sehen, wir sind heute sehr langsam unterwegs, ne? Mhm. Wäre es möglich, wenn sie so nett wären, keine Nagelbänder zu legen und, und, und nicht dermaßen heftig reinfahren, dass sie einen kompletten Schlaganfall bekommen, das wäre sehr nett von ihnen. Das war so einmal eine angenehme Verfolgung. Ja, ich sag Ihnen sowieso, äh, mit dem Bulldozer hier, der fährt nicht ziemlich schnell und ich glaub, wenn Sie sich da in den Weg stellen, haben Sie ein Problem. Das ist halt ein bisschen problematisch. Wir wollen das heute ganz genehm angehen, ja? Wir möchten die ganze mal weg. Dann gebe ich das gleich nochmal im Funk durch und dann möchte ich die erste Geisel haben. Genau, dann bringen wir die erste raus, das ist auch gut so für alle. Ich kann das auch gleich durchsagen, wenn, damit Sie zuhören, damit Sie hören, dass es alles eine Richtigkeit hat. Ja, ne, ich muss Ihnen da eh vertrauen, ich vertraue Ihnen. Na gut, dann machen Sie das, das ist nett. Wenn Sie uns vertrauen, vertraue ich auch Ihnen. Natürlich. Ich funke das jetzt einmal durch, dann komme ich hier wieder her und dann möchte ich die erste Geisel haben, ja? Perfekt, machen wir das so. Perfekt, dankeschön. Gut, danke. Bis gleich. Bis gleich. Ah, das ist voll nett. Aber wir sind auch immer nette Bankräuber. Ich muss sagen, wir machen das immer übelst nett. Das ist der Sound, der für Spende. So, folgendes. Ich habe ihm gesagt, keine Nagelbänder, kein dauerhaft ins Auto reinfahren, wenn wir eh relativ langsam unterwegs sind. Er hat gesagt, das ist okay, wir machen das gemütlich heute. Und darauf habe ich gesagt, kann ich eine Geisel eintauschen. Also das wird dann, ja, relativ geschmackig, das Ganze. Jo. Kannst du euch eine vorbringen, oder? Eine vorbringen, ja. Eine suchen wir uns aus. Also eine, jetzt schon, oder? Schauen wir mal, wer hat es denn von euch eilig, von euch beiden? Nee, nicht so wirklich. Ja gut, dann nehmen wir... Dann können wir den hier nehmen, der war vorhin ganz freundlich, finde ich. Ja, dann nehmen wir den da. Ich habe vorhin sogar meinen Benzpunst angeboten. Das ist ja nett, stimmt, da war was. Dann nehmen wir den mal mit raus, der freut sich sicher. Der hat auch gemeint, dass wir ganz freundlich sind. Ich fand es gerade so kuschelig hier drin, ja. Möchten Sie hierbleiben? Wir können Sie auch mitnehmen. Ach, Sie können mich auch mitnehmen. So. Hallo. Ach, die erste Geise kommt raus. Die erste Geise hat alles seine Richtigkeit, dann möchte ich die erste Geise jetzt haben. Jawohl. Das ging mal hin. Bitte schön. Und tschüss, Olaf. Tschüss. Tschüss. Ach, freundlich. Wir haben noch gar nicht geredet, ne? Ja, stimmt. Ich würde sagen, jeder behält. Ja, klar. Würde ich auch sagen. So. Da bist du wohl der letzte, ne? Mhm. Boah, das freut mich. Nicht sehr gesprächig, ne? Wo soll ich denn sagen? Ja, keine Ahnung. Kannst du steppen? Was? Ja, steppen halt, so steppen. Nee. Nicht, es gibt ja diese Stepdance. Oder den Fortnite-Tanz? Ja, Fortnite-Tanz, kannst du den? Oh, den will ich sehen. Auch versuchen, ich weiß, dass sie noch kann. Ach, komm, komm, sie, komm, komm. Wir haben Waffen, sie können eigentlich gar nicht nein sagen. Jetzt machen sie mal einen Fortnite-Tanz für mich, komm. Let's go. Aufstehen und jetzt mal das Tanzbein schwingen. Den Default-Fortnite-Tanz. Ja, guck, er kann ihn doch, guck. Er kann ihn und wie er ihn kann, guck. Oh, yeah. Biest, richtiges Biest. Sehr schön. Der hat sein ganzes Leben lang genau auf diesen Moment gewartet, glaube ich. Ich glaub's auch. Ja, genau auf diesen Moment, dass er sagen kann, guck, ich hab's geschafft. Ich hab mein Leben, hab ich riskiert und hab dann extra diesen Tanz einprogrammiert. Genau deshalb, dass ich den dann hier vortragen kann. Ich programmier mir auch keine Sachen in den Kopf, wissen Sie. Einprogrammierten Tanz. Luca, danke für den Euro. Kados, ist am Wochenende Grand RP geplant, würde gerne mitmachen, aber Europa sagt in der Woche leider nein. Weiß ich noch nicht, aber ich werde, ähm, also ich stream mir, der ist eh häufig Grand RP, von dem her, ich mach halt immer so meine gemütlichen Livestreams, da kann ich ja mehr Games zocken, ähm, auf gemütlich. Ich schau immer, dass ich auf und zu auch mal Grand mach, natürlich. Vor allem, ich hab da auch Bock, dass ich wirklich eine große Crew dort aufmach. Was eigentlich? Ey, was? Auf was warten wir? Wann gehen wir los? Ja, ich frag mal draußen nach, ne? Auf ganz gechillt. Sind richtig gut vorbereitet. Bei dir hinten noch alles gut? Hallo. Jupp. Kannst du mal kurz an vorkommen? Ich würde nur gerne mal mein Fahrzeug betanken, wenn möglich. Machen Sie das. Können Sie den Kollegen das sagen, dass das okay ist, dass ich kurz einsteigen muss, damit ich den betanken kann? Ja, warte. Ja, der eine Herr müsste einmal sein Fahrzeug... Ich betanke jetzt mein Fahrzeug draußen, ne? Ja. Wollte mich ja wundern. Äh, warte, sag dem Bescheid, ich komm auch raus. Ich tante meinst auch raus. Äh, es kommt noch ein zweiter raus fürs Betanken, ist das okay? Machen Sie. Ja. So langst du beim Betankenbleiben, ist alles gut. Jawohl. Damit tanken wir doch schnell. Ja. Schauen wir noch mal was voll ist, ja ist voll, passt. Dankeschön. So. Zumachen die Tür, perfekt. Dankeschön. Es ist Pfeifen. So, wir sind fertig mit dem Betanken. Oh ja, jetzt wollte ich noch mal mit ihm reden, stimmt aber ja was. Hallo? Also, wir wären soweit fertig da drin. Gut, was wollen sie denn für die zweite Gasse haben? Eigentlich nur ihr Vertrauen und ihren Respekt. Das haben sie soweit. Ja gut, also wenn es sonst nichts ist, wir würden dann einfach rauskommen und würden die ihnen einfach übergeben und würden dann einfach losfahren. Also solange sie respektvoll sind, alles gut. Machen wir das so, dass sie 22 Uhr rauskommen? Ist aber ein bisschen spät, ne? Eine ganze Minute ist das jetzt. Dann bei, jetzt ist es ich. Was geht's? Ne, sonst machen wir das, 22 Uhr passt. Gut. Informativ 22 Uhr. So, wir kommen um 22 Uhr raus und bringen dann die Geisel raus, ja? Perfekt. Nicht vergessen, alle schon zusammenbleiben, ihr wisst wohin und dann hat sich die Sache. Ähm, sollte, ich sag nur mal, sollte dort ein Problem auftreten, fahren wir, äh, warte mal, ich, äh, komm mal zusammen, dass wir alle nochmal flüstern zusammen. Mhm. So. Also, sollte es zu irgendeinem Problem kommen, dass dort schon ganz, ganz viele Leute sind, ne? Dann können wir jederzeit, wenn's möglich ist, natürlich nochmal zu den gewissen Fahrzeugen fahren. Oder, ja, wir können nochmal zu einem anderen so einer Gerätschaft fahren in der Stadt. Ihr wisst ja, es gibt ja mehrere. Ja. Und dann dorthin fahren, sollte es zu den Problemen kommen. Und, äh, ja, wir probieren es einfach, unser Bestes, ne? So machen wir das. Perfekt. Ja, dann, let's go. Dann, let's go. So, dann die letzte Geisel raus, 22 Uhr, es geht los. Extra lustige Musik für heute. So? Raus, raus da, geht schon. Die Geisel zu mir, die Geisel zu mir, die Geisel zu mir, die Geisel zu mir, nicht um sie kommt davon. ha, 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 ha. Ups Guckt euch das an Drückt das Ding Schieben, schieben Ich werde schneller Ich werde schneller schieben Ja, wir schieben doch schon Ja Wer schiebt, geht nicht Was schon Das ist die beste Highspeed-Verfolgungsjagd, die wir immer hatten Highspeed-Verfolgungsjagd Keine einzige Highspeed-Unit im Einsatz, Leute Keine, ist das eine, ne, wobei der ist Keine Highspeed-Unit Ich sterbe Da sind die besten So, Leute, jetzt noch ein bisschen Pamela und dann können wir jetzt eigentlich Polmusik hören Das ist die Polmucke Guckt euch das an Das ist Party hier Party hart Zu der Bausteller Auf geht's Auf zur Bausteller Ba 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 Ich glaube, wir müssen so lange fahren, bis das Ding dann irgendwann mal leer ist. Volle Kanne. Und mit 18 kmh cruisen macht schon Spaß. So eine schnelle Verfolgungshaft hatte ich noch nie. Ne, Highspeed Unit im Einsatz. Oh ja. Also so war das ja nicht ausgemacht, ne? Ja, ich weiß, die Geistel heißen, kein Problem. Ich fließe die, wenn sie nicht machen lassen wollen. Das Schöne ist ja Bulldozer. Das heißt, ich kann jederzeit mit dem Bulldozer gut rüberfahren, wenn es sein sollte. Aber so war das ja nicht ausgemacht mit dem Kuscheln hier drin. Müssen wir mal Platz machen. Also wenn du dich für mich liebhaben, ne? Und nicht zu nah dran. Tue so, als wirst du links fahren wollen. Ah, die haben uns reingekesselt, Leute. Dann hole ich euch da raus. Haben sie sich doch immer reingekesselt? Ja, ja, bestimmt. Aber der Mechaniker. Uff. Ja, das kannst du nicht machen. Rauf auf das Ding. Willst du dich in meine Richtung? Ey, kommst du rüber? Da ist keiner, da ist keiner. Kommst du rüber? Fahr rüber, fahr rüber, fahr rüber mit dem Ding. So schnell wie es geht. Und so schnell es geht da rüber zu dem, zu der Dings, zu der Einfahrt da. Ah, du kommst jetzt nicht rüber, ne? Probier. Ah, nee, nee, nee. Ich kann nicht ausdecken. Dann fahr zum anderen, fahr zum anderen Hauptplatz oder so weiter. Wir müssen das jetzt rippen. Du, du hast jetzt, jetzt kannst du so schnell fahren, wie du willst. Fahr so schnell, du kannst. Scheiße. Scheiße, wie mache ich das jetzt am besten? Scheiße, wie mache ich das jetzt am besten? Der wartet nur, bis ich abspringe, ne? Der wartet nur drauf. Ich werde springen. Bist du weggekommen? Nee. Scheiße. Schaffst du es noch zu dem anderen? Ich bin doch am kämpfen. Bei mir ist gerade niemand mehr. Ah doch, da stehen noch welche unten, never mind. Soll ich den rausschießen da oben? Das wäre etwas assi, ne? Ich warte hier, bis der da kommt. Ich müsste, warte, schon mal aufs Handy. Ich müsste einfach GPS sehen. Oder GPS. Motorrad. GPS setzen. Das ist hier drüben. Das ist direkt hier um die Ecke, Leute. Das schaffen wir. Ich warte mal, bis der da oben ist und dann springe ich erst ab, Leute. Ich warte, bis der da oben ist und erst dann springe ich ab. Also ich kann warten, bis die R1 hier weg ist, ne? Ich warte hier einfach jetzt. Ich warte hier auf ganz gechillt, Leute. Ich warte hier auf ganz gechillt. Ich werde hier erstmal meine Eier schaukeln hier oben. Hallo. Passen Sie schön auf, dass Sie ja nicht so nahe kommen. Baby, nicht mich wehren. Baby, nicht mich. no more what is love baby don't hurt me no 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 baby don't hurt me ich glaube ich gehe richtig auf den sack da oben es geht ihm richtig auf den sack der hat überhaupt kein bock drauf ja was los scheining light ich sehe es ja schön licht jungs ich bin doch immer hier oben auf dem kran und der helikopter der bleibt hier oben stehen ich weiß nicht was der von mir will ich habe gar nichts gemacht wo jetzt kommt darauf ja ihr jetzt jetzt kommt einer von unten das freut mich natürlich sehr und ich war das ist ja alle nach oben kommen ja ich war hier einfach ja problematikum gemacht hier keine ahnung ich habe mir ein pferd gekauft jetzt ist sich hier auf dem kran also ich weiß nicht was ich gemacht habe was hast du genommen und wo kriege ich ganz viel davon her hier adrenalin nennt sich das zeug adrenalin soll ich den fortnite tanz machen die auf das pc er wanders sieht ich glaube ich mache fortnite tanz der typ war so leid da kann auch nichts machen ist er weggekommen ich weiß nicht wer war denn noch bei dir ja bitte was mit wem warst du noch unterwegs mit ein paar anderen leuten ist jetzt gerade schwer zu sagen die a1 schwebt direkt neben mir ach so ja gut ja da kommen gerade leute hoch muss jetzt das timing perfekt haben ja Motorrad Ja Baby Yes Baby Oh yeah Auf welchem Kran bist du? Dann kann ich gucken Auf gar kein Kran Ich bin auf dem Motorrad Yes Baby Der Plan ging auf Wennst du doch noch Hilfe brauchen solltest Sag mal Ich brauche Hilfe Wo bist du? Ich flüchte gerade Und mein Adrenalinpegel Auf 190 Ich fahr gerade Richtung Autohaus Ich brauche Hilfe Ich bin in Gefahr Bitte helfen Sie mir Ich bin in Gefahr Bitte helfen Sie mir Mein Adrenalinpegel ist so hoch Ich brauche gleich einen Unfall Oh mein Herz war's Ich glaube ich briche gleich zusammen Ich bin jetzt hier Casino vorbei Au Mülltonne Ach Ich mag Mülltonnen Ich liebe Mülltonnen Meine Lieblingssportart Das ist Mülltonnen Das ist Mülltonnen surfen.com Ja ich bin gerade in eine Mülltonne reingerasselt Mit glaube ich 10 km oder so Aber sonst geht es mir super Danke der Nachfrage Alter Fast krass jemand reingefahren Auf dem in der städtischen Highway Liegt ein Kopf auf dem Dach Perfekt Alter war das knapp Der spinnt doch Ich bin gerade eine reinrassige Schildkröte Bin ich gerade reingefahren Soll ich dich einsammeln? Oh ja da geht es runter Kannst Einsammeln ist gerade sehr schwer Weil hier sehr viel Polizeigrad ist Und ich habe Angst Dass der Motorrad kaputt wird Ich bin in eine Mülltonne gefahren Aber es ist gerade sehr schwer Mit dem einsammeln Weil hier sehr viele Cops sind Ich bin gerade am Alter ich bin so unter anderem Ich weiß gar nicht Ich bin gerade am Oh mein Gott Wo bin ich hier gerade? Die sind R35 mit Blaulicht? What the fuck? Keine Ahnung So was gibt es? Seit wann dürfen die in R35 fahren? Ist das ein weißer R35? Ja Da ist blaulicht drin Gefällt mir Ja ich muss jetzt auch kurz durchziehen Ich stehe nämlich viermal auf der Verhandlung So ich konzentriere mich jetzt aufs Fahren Ja ich muss erst kurz den Cop hinter mir loswerden Alter Leute mein Adrenalin ist gerade so hoch Das glaubt ihr mir gar nicht Ich scheiß mich gerade so ein Das glaubt mir keine Sau Ich mich gerade hier einstuhle Ich hab ne Idee Tja da hat er kurz gemerkt Dass ein BMW nicht zu schnell in die Kurve fahren kann Wie ein Turbo S Scheiße gelaufen für ihn Ist er so schnell hinter mir Was macht er denn? Wer dir alles gut mag? Ja noch Ich hab einen Cop Der geht mir nicht aus dem Dings raus Pass auf wo bist du gerade? Autobahn Area Arena Ich fahr grad in die Grove Street Versucht zum Casino zu kommen Warum? Und da genau vorm Eingang stehe ich mit meinem Auto Mit offener Tür dann Du musst einfach nur einsteigen Äh Du kriegst mich weg da? Ne 100% Ah gut 100% nicht Aber Ich hab ne High Speed Unit hinter mir Was für eine? Äh Ah wie heißt das? Den kein Charger sondern Challenger Den krieg ich sowas von easy weg Echt jetzt? Ich sitze in nem Turbo S Ein besseres Auto für die Stadt gibt's nicht Okay Ja ich würde das Angebot gerne annehmen Aber ich fahr grad wo ganz anders Also ich fahr jetzt Richtung Dings rüber Ich probier's Ach das ist knapp Scheiße Scheiße Der fährt so guter Typ da hinten Äh Entschuldigung Ist glaub ich ein Camaro Ich weiß nicht Challenger ist Camaro Okay das könnte schwierig werden Je nachdem wer da drin sitzt Also ich jetzt könnten wir Orion gebrauchen Das ist einνοi Ja ich bin Ich bin Die Äh Ich Ja ich bin Ich bin Ich hab eine Idee. Langsam. Über das Ding drüber. So nicht auffallen. Weg bin ich. Ich glaub ich hab's. Bist du weg? Naja. Ich schau, dass ich wegkomme. Nee, ja doch. Ich glaub ich bin weg. Ich glaub ich bin weg. Ich fahr jetzt Richtung Norden. Ach du Scheiße. Ich hab den grad so ausgetrickst. Ich glaub ich hab's. Ich steh immer noch am Casino. Also falls ich dich nicht mitnehmen soll. Sag einfach Bescheid. Nee, ich fahr grad Richtung Norden. Am West Highway. Ziemlich gleich dort oben irgendwo. Fahr schon mal in die Richtung, dass ich dich dann gleich mitnehmen kann. Ich hoffe zumindest, dass ich das jetzt schaffe. Schnell rein da. Oh mein Gott. Das war jetzt nicht schlecht. Bis auf, dass mich einmal mit dem Parkkammer in den Mülleimer geschmissen hat, war das jetzt nicht schlecht. Ja, ich bin weg. Ich bin am Kleidungsladen dort am West Highway direkt, da wo der Tattoo-Shop auch ist. Was mich abholen willst. Ich wechsle Auto ins Handy und dann komme ich. Jawohl. Ich mache es jetzt der Bootstunde in der Zwischenzeit, da habe ich gerade Bock drauf. Ich weiß noch was, wir treffen uns irgendwo, sag wenn du ready bist, dann fahre ich mit dem Boot irgendwo hin, dass ich weg vom Motorrad komme. Haben es alle geschafft? Ich weiß es nicht. Jetzt kannst du mir sagen, mit wem du unterwegs warst. Ah ne, scheiße. Ne, die anderen haben es nicht geschafft. Waren alle, die eingetragen sind, sonst mit dir in der Bank außer Rollo? Ja, ich glaube ja. Wir waren wir waren nämlich insgesamt zu viert, müssten alle gewesen sein. Ja, dann haben sie wahrscheinlich alle anderen vier gekriegt. Das ist scheiße. Ja, es war halt ein sehr, sehr, ich sag mal extremer Plan. Das war nichts Einfaches. Das war echt, ja. Ich meine, mich hätten sie jetzt auch vorhin fast gehabt. Sechs Kilometer bin ich da. Achso, ich werde schon mit dem Boot gefahren. Okay, gut. Ja, kannst du ja ruhig. So, jetzt treffen wir uns, treffen wir uns am Strand in den Ding drüben in L.A. Beim Autohaus bei Andl. Okay. Alter, sehr schade. Aber wir haben es geschafft. Sonst werde ich immer direkt das Erste geschnappt. Das wundert mich ein bisschen. Weil mich hat es einmal mit dem Bike aufgeschmissen. Also theoretisch, da, wo es sich mit dem Bike aufgeschmissen hat, ne, wären die da hinter mir gewesen, ich wäre weg gewesen. Also der eine Typ, der ist an mir vorbeigefahren. Wäre der ausgestiegen, hat mich getasert, Leute. Das wäre keine Chance mehr gewesen. Der hat mich aber voll übersehen, weil ich in das Ding reingefahren bin ich so, ich, ich liebe Mülltonnen. Ich, ich habe sogar noch gerufen, ich liebe Mülltonnen. Und der ist an mir vorbeigefahren. Und da hat sich so viel zu nichts gedacht, ne. Aber der hätte mich kriegen können. Theoretisch. Theoretisch. Der hätte, der hätte mich kriegen können. Aber es war echt, also gegen den Typen zu fahren, das war echt hart. Da habe ich jetzt mal die Trickkiste auspacken müssen. Also das mit dem, mit dem Dingsmachen, dass ich da mit dem Motorrad ganz langsam reinfahre. Aber da habe ich ihn echt gut abhängen können. Das war, ich habe mir gedacht, der fährt mir hinterher. Ja, ich dachte, das wäre es. Vor allem, als der Helikopter noch dazugekommen ist. Holy shit. Ich habe mir gedacht, ich scheiße mir gleich ein Füßchen. Habt ihr die Hälfte der Beute? Ne, haben wir nicht. Wir haben ein Drittel der Beute. Ein Drittel haben wir. Leider. Aber es hat Spaß gemacht. Es geht ja um den Spaß. Es geht ja nicht um die Beute. Es geht darum, einen kreativen Raub hinzukriegen. Und das Wegkommen ist dann nur so ein Bonus mit der Beute. Das ist noch der Bonus. Aber uns geht es eigentlich immer nur um das AP, dass wir alle Spaß haben. Ist ja für die Cops auch mal lustig, so ein Ding hinterherzufahren. Gabelstapler und so einen riesengroßen Dingsset. Also das macht schon Spaß. Müssen wir gucken, wegen der DNA-Spur, ne? Das kriegen wir schon irgendwie hin. Wobei ich kann mit den Waffen nicht eigentlich rausballern, wenn ich da keinen Bock drauf habe. Aber egal. Ich fahre jetzt nicht so ein Ablauthaus. Das ist mal ein Getaway gewesen jetzt hier. Das war echt nicht so ohne. War echt nicht so ohne. So, Skygamer.de. Bin auch dabei. Erst einmal Shisha rauchen und dir zuschauen. Bist der Beste. Kannst du Herzring oder so machen. Komm, hau mal raus. Leute, sowieso haut mal alle ein Herz rein und lasst mal alle ein Like da für die Verfolgungsjagd. Der ist insgesamt mit dem ganzen Plan. Haut euch mal alle auf dem Herz in den Chat und den Like da lassen. Ganz wichtig und richtig, Leute. Hau mal raus hier. Einmal Herzring. Herzring ist da. Komm, hau mal raus. Ich freue mich, dass die mich einsacken. Äh, wie können wir machen? Ich habe gerade andere Probleme. Ich werde von einem Siren verfolgt und die waren vor unserem Gelände mit einer Langwaffe. Und andere davon sind maskierte Fahrer. Ich kann den aber nicht erkennen. Mit einer Langwaffe war der? Ja, die wollten mich, ja, die wollten mich ausbremsen und wahrscheinlich mitnehmen. Aber man wollte dich mitnehmen. Ist das auf der Fahndung? Ich stehe vielmal auf der Fahndungsliste. Perfekt. Seht irgendjemand da? Also ich kann dich abholen. Das Problem ist nur, ich habe noch die Beute dabei. Ich kann dir gleich auch die Beute abnehmen und sie zum Gelände bringen. Hast du nicht gerade gesagt, du bist auf der Fahndung? Ja. Ist das nicht übelst bescheuert? Regeln-Fahrer? Ja, trotzdem. Kennzeichenabfrage, hallo? Ich schau mal, vielleicht kenne ich hier jemanden. Okay. Wie gesagt, irgendjemanden schnell, bevor mich das Pili dann nachher mitnimmt. Ich bin gerade noch in Behandlung. Du weißt doch, wie von einem Eingang ich hätte alle raus spriten, wenn man das aufsteigen kann. Was haben sie denn auf BMW-Technik gestanden? Da hat man nicht vor dem Eingang gestanden. Ja, BMW, den L5? Entschuldigung. Ja. Sie haben nicht zufällig gewesen, wenn Sie einen Taui einstecken? Taui? Sie haben gerade nur einen Taui anpumpen oder was? Taui wollen das für mich. Wir können eine Orange vor ihm haben. Bitteschön. Lassen Sie sich die Orange schmecken. Du musst da bloß kurz anfangen, damit ich einstecke. Ist jetzt aber, würde dann aber schon eher so in die sportlichere Richtung gehen. Schick, schick. Haben Sie deine Personalien schon? Ja. Haben Sie den Taui einstecken? Nee. Ich kenne da leider niemanden, dem ich was zustecken könnte. Das ist problematisch. Ich dachte gerade Rollo ist da. Nicht Rollo, Olli dachte ich gerade. Nicht Rollo, Olli dachte ich hier gerade hinten. Olli. So warte, ich hole mal mein Auto raus. Ich habe die Idee meines Lebens, Leute. Wir fahren einfach ganz gechillt. Mit einem WTI. Ist der angemeldet? Ich hoffe, der ist angemeldet. Scheiße, ist der angemeldet, der Wagen? Ich fahre zur Anmeldestelle. Ich checke das schon ab. Mit 80 und gechillt. So. Lucky, dank fürs HIP werden. Lucky oder Lucky. Warst du das in dem Golf? Positiv, ja. Wenn es doch richtig funken konnte, die haben noch keine Personalien. Ich kann nur funken, weil das AMR nicht bei mir ist. Ich checke noch schnell ab, ob der Golf angemeldet ist, dass ich mich nicht angehalten werde. So. Mark, wenn du gleich kommen soll, ist das zum Abholen. Du brauchst irgendwas Schnelles, falls das hier eine Highspeed-Unit hat. Ja, ich versuche nur ganz schnell meine Sachen loszuwerden. Das probiere ich gerade. Jo. Also vor 1 zu 7 ist was los? Immer noch? Ne, ne. Da war ein Sian. Der hat da gestanden. Neben war einer mit einer Langwaffe. Hat, glaube ich, geguckt, ob da jemand ist. Und dann ist er eingestiegen und mir hinterher gefahren. Wollte mich ausbremsen und dann wahrscheinlich als Geisel nehmen. Der wollte dich als Geisel nehmen. Gehe ich von aus, weil warum sollte der sich sonst auf einer leeren Straße quer vor mich hinstellen? Okay, verstehe. Schnell mit dem Blinker fahren. Mit 18er Stadt. Also dann wie ein Rasenmäher. Ne, wie ein Rasentrimmer. Abonnieren, Glocken, aktivieren, nicht vergessen. Genauso hat sich das an, Alter. Die, wenn du mit einem Rasen trimmst. Bitte, was ist? Ich meinte, vor dem Krankenhaus stehen mindestens zwei oder drei Kaufkarren. Das ist schlecht. Wie gesagt. Ja, aber das sind zwei Charger und ein Crown Big, glaube ich. Ich werde mein Bestes probieren, dass ich noch rechtzeitig herkomme. Gerade ist mir so schlecht, weil ich müsste Sachen loswerden. Thomas wird gleich sonst festgenommen und der steht auch schon drei oder vier Mal auf der Verhandlung. Achso, aber Thomas hat doch gerade noch vorhin gefunkt, oder? Ja, der ist noch im Krankenhaus in Behandlung. Aber sobald ihr die Rechnung vom Arzt kriegt, will der halt rausrennen und du nimmst ihn dann mit. Das ist scheiße, ey, wie soll man das machen? Das geht. Die dürfen eben nicht tasern im Krankenhaus. Ja, aber haben die nicht sein Funkgerät abgenommen oder so? Das PD weiß nicht mal, dass er das ist bisher, meint er. Die haben keine Personalien. Wie dumm ist das denn, dass sich die Personalien nicht abnimmt von ihm? Das ist ja grob fahrlässig, was das PD macht. Ich bin sowieso teilweise so schlampig mit ihrer Arbeit in letzter Zeit, das ist unnormal. Also, dass ich schon unten stand im Krankenhaus, wussten die, aber dass das immer da ist. Woher auch immer. Gut, dann bringt es eigentlich nur was, dass seine Fahndungseinträge jetzt nicht vollzogen werden, wenn wir ihn jetzt mehr... Ja. Und allein dafür geht er, glaube ich, schon so 30, 40 Monate in den Knast und kriegt nochmal ein Gerichtsverfahren wegen Mordessengerades. Aber dann bringt es ja eh nichts, wenn wir ihn jetzt abholen, dann hat er noch mehr Scheiße am Stecken. Nicht wirklich. Aber das Gericht ist im Moment eh nicht verhandlungsfähig. Es haben fünf oder sechs Leute da gekündigt. Was? Warum? Weil die mit der Harris, also mit der obersten Leitung nicht zufrieden sind, weil die irgendwie Scheiße gebaut hat. Und jetzt haben die zu wenig Personal und können keine Gerichtsverhandlungen durchziehen. Okay, das ist scheiße. Joa, für uns Gutes. Ja, für die halt Kacke. So, ähm... 44 Diamant-Boxen. Lagern wir mal ein in die Firmenkasse. Ah, nicht da. Item einlagern. 44. Zisch. Dann so was. Nee, so ist Schwarzgeld, ne? Soll ich das Geld auf die Firmenkasse draufbauen oder... Oder rechnen wir das zusammen? Achso, ist ja gerade keiner da. Ja, wir haben es meistens glaube ich so gemacht, dass das Geld aufgeteilt wurde unter allen, die dabei waren und halt geholfen haben. 1, 4, 2, 7, 3, 5. 1, 4, 2, 7, 3, 5. 1, 4, 2, 7, 3, 5. Verkauft die Diamant verteilt nochmal das Geld. Ich bin bescheuert. 1, 4, 2, 7, 3, 5. 1, 4, 2, 7, 3, 5. 1, 4, 2, 7, 3, 5. 1, 4, 2, 7, 3, 5. 1, 4, 2, 7, 3, 5. 1, 4, 3, 1, 4, 3, 7, 2, 5. Das ist der Sound auf der Spende. Das war nicht richtig, was er hier macht. Ah, jetzt so. Ähm, und dann haben wir noch... 44 Mal. Hallo? Ja, bitte? War das eigentlich dein Enzo, der da auf dem innerstädtischen Highway stand? Haben die jetzt reinge... Äh, der gelbe, ja. Ich hatte irgendwie extreme Kopfschmerzen. Keine Ahnung. Das teilen wir dann nur auf. Ich dachte schon. Ich bin da vorbeigefahren. Das Auto gäbe ich da. Das ist ich und Zahlen ganz schlecht, Leute. Ja, das war irgendwie gut. Kilometer weiter lag ein Kopf auf dem Dach. Hauptsache, jetzt kann ich es nicht mehr merken, ne? Hat noch wer da? Ja. Eine Sache wegen Aufteilen. Ähm, also, weil ich werde dann jetzt dann gleich gehen. Ähm, in den Feierabend. Ich habe jetzt die Diamantboxen reingelegt. Also, dass ihr das auch wisst. Und es sind 34 Stück. Und 142.735 Dollar habe ich jetzt eingezahlt in die Firmenkasse. Aber das möchte ich dann mal aufteilen an diejenigen. Alter. Ja, bin ich sehr froh drüber. Alter. Sie uns gucken. Kars wieder am Start. Haut raus. Dankeschön. 99,99 Euro. Das ist dein Digi-Beste aber. Kuss geht raus. Und It's King, kannst du mich grüßen? Ich liebe deines Videos. Dankeschön, dein It's King. Grüße gehen auch raus an dich. Alter, Aua. Alter, vielen herzlichen Dank an, äh, Exus. Guten Kars, dass er wieder am Start ist. Kuss, 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 kuss. Wirklich, Daumen, Mann, Doshab auf Ehre raus. Und Leute, lasst den Like-Button pushen auf die 8.000 Likes. Wir sind kurz davor. Schauen wir mal wegen, äh, Dings hier. Nachricht bekommen die, ne? Gern. Ich schreibe mal hier, ähm. Ja, das ist jetzt kack jetzt. Die haben ja kein Dings mehr. Die haben es sicher abgenommen. Ja, es bringt sich eh nichts, wenn wir die jetzt abholen. Das bringt sich nichts im Krankenhaus, Leute. Das bringt sich nichts, weil er... Hier werden die... Also ich fahre da jetzt nochmal doppelt und dreifach ein. Wenn ich ihn abhole, ich bin gerade komplett vogelfrei. Wolltest du jemanden abholen? Ich weiß nicht, ob das so gescheit ist. Weil er, er wird sowieso mitgenommen aus dem Grund, wir kriegen ihn dann nicht rausgezogen, glaube ich. Äh, wie sieht's aus? Also das mit dem Krankenhaus ist sinnfällig, oder? Ja, ich versuch's trotzdem, wenn die nicht schon direkt mit Kabelbinden an unserem Versehen im Krankenhaus. Ich weiß nicht, ob sich das das bringt. Ich meine, ich denke mir nur, was bringt's ihm, wenn... Er geht halt nicht schon vor dem Knast. Ja, aber überleg mal. Was bringt's ihm, wenn er jetzt mitgenommen wird? Er hat ja noch nie mal ein Verfahren gehabt, oder? Noch nicht, glaube ich, ne. Ja, eben, dann kommt er nicht mal in den Knast. Dann stapelt sich das ja eh wieder nur auf. Wir wissen halt nicht, warum genau er auf der Verhandlung steht. Es kann halt auch sein, dass er dann jetzt gleich 39 Monate im Knast geht, weil er irgendwann abgehauen ist. Ja, pass auf, wenn du jetzt sowieso ihn, äh, hier jetzt nochmal mitnimmst, so oder so, er muss jetzt irgendwann absitzen, weißt du? Da kommt nochmal was drauf, wenn du jetzt mitnimmst, weil sie wissen, dass er's ist. Ja, stimmt auch. Ey, ich meine, muss er wissen, ich weiß nicht, ob das so geil ist für ihn jetzt, weil er will jetzt schon seine Sachen nicht absitzen. Wenn wir ihn jetzt nochmal mitnehmen, kommt da nochmal die Flucht oben drauf. Irgendwann summiert sich das. Er kann halt gerade nicht funken, weil das Arme ja wahrscheinlich... Ja klar, ist halt die Frage. Ich meine, wir können uns mal reingehen und fragen, ob er das will, aber... Ich kann da nicht reingehen, wenn da Cops drin sind. Ja, ich kann da ja reingehen. Ich mach das sonst schnell. Ja, du schon. Ja, ich, ich, weißt du was, ich geh da so schnell rein und check da schnell ab. Aber dann frage ich, dann frage ich ihn, ob er das überhaupt will, weil ich glaub nicht, dass er das will. Er liegt halt oben auf dem Privatzimmer, im Zimmer 200. Ja, da komm ich hin. Ja, da komm ich hin. Ja, da komm ich hin. Ist ja scheiß drauf, ich zieh die Waffe raus. Das, das schau ich mir nochmal an. Ah, nee, nicht. Hallo? Aha. Bin ich froh, wenn wir neues Waffenmenü haben. Gut, da durchs Feld rein. Bin ich froh, weil wir mal was Neues haben. Gut, dann schauen wir mal, was wir mit dem machen. Waffen einladen, so. Also, was auch immer ich gerade gemacht habe, es war nicht gut, weil die Waffe ist eigentlich weg jetzt, ne? Vielleicht, ach, das könnte der Fehler damals gewesen sein. Aber das ist auf 3.0 gefixt, weil wir da neues System haben. Da haben wir Waffen als Items. Dann kannst du die auch endlich mal stacken. Ach gut, dann habe ich die Waffe also gar nicht mehr, obwohl mir das Game sagt, ich habe sie noch. Das macht natürlich wieder viel Sinn. Das macht natürlich wieder Sinn. Gar keinen Sinn macht das. Oh, da bin ich so froh, wenn wir auf die 3.0 upgraden. Da haben wir die ganzen scheiß Waffenprobleme nicht mehr, die wir hier haben. Das ist ganz schlimm mit den Waffeln. Auch mit den Aufsätzen. Die bangen hier so rum. Also einmal sind sie dran, dann sind sie wieder weg. Du kannst die Aufsätze nicht richtig speichern. Und auf 3.0 hast du, jede Waffe ist ein Item. Und dann kannst du die stacken, du kannst die Aufsätze speichern. Das ist richtig geil. Also 10.000 mal geiler ist jetzt. Dann passieren noch solche Bugs nicht mehr. Waffen werden in 5M ganz komisch gehandelt. Ich sage es so, die meisten Server, genau aus dem Grund, Waffen als Item sind nicht mit dieses Rad, was wir da drin haben. Oder Ausschuss, sondern ein bisschen alles anders. Aber rasen wir mal durch. Schauen wir, ob wir das jetzt noch hinkriegen. Dass wir rauskriegen, dass wir keine Ahnung, 30er sind. Wir sind nur den einfach zurückgelassen. Ich frage mich, was mit Kami passiert ist. Die muss ja auch mitgenommen worden sein, ins Krankenhaus. Stiebevollgas mit 50.000 ES. Aber er fährt sich gar nicht mal so scheiße, muss ich ehrlich zugeben. Fährt sich richtig gut eigentlich. Also voll in die Kurven ausfahren, das Teil. Da hebt grad ein Polizeilicopter ab, also beim Hospital, sieht grad sehr schlecht aus glaub ich. Ja, ich musste mich verziehen, ich hatte fast wieder Kopf am Arsch. Spiel jetzt im Krankenhaus. Privatzimmer haben sie gesagt. Ich glaub der ist weg, ich glaub den haben sie mitgenommen. Ich glaub genau jetzt ist er mitgenommen worden. Aber ich war immer in so einer... Hier war ich immer irgendwo, ne? Oh, ich hör jemanden. Wenn ich Glück hab, komm ich hin. Hallo, ist da jemand? Ist hier ein Funke, ja? Achso, ich wollte eigentlich schreien. Ja, ich weiß wie kranken aus ist grad niemand irgendwie. Ich such grad aber... Okay. Also wie gesagt, Thomas ist wenn oben, Zimmer 200. Das hab ich schon mitgekriegt. Danke. Nee, den haben sie mitgenommen. Der ist ja nicht mehr. Ich hätte den sonst noch gehört, der ist weg. Also die, die Polizeihelikopter genau dann weg, wo ich rein bin. Ich muss ganz dringend schlafen. Ich wünsch euch noch viel Spaß, passt auf euch auf. Gute Nacht. Ich muss dann eh auch still schlafen gehen. Der arme Alter. Aber was willst du machen, ne? Was willst du machen? So, das Brötchen. Ich glaub, die schreibt mir nicht mehr zurück. Ich glaub, die ist mätt auf mich. Ich glaub, die mag mich nicht. Gern. Nein, schreibt mir nix mehr. Korb Rot. Kein Kontakt mehr, seit Jahren. Hättest du heute mitnehmen können. Irgendwie was raus muss ich mir mit dem Korb Rot mal bei 1 zu 7 aufnehmen. Das wär richtig lustig. Stell dir mal vor, ähm... Chefin, Vize-Chefin Rot. Ist das gut? Können wir heiraten? Wär schon geil. Würde ich fühlen. Ich muss ein bisschen langsamer fahren davon, dass es mir mal ausgehebelt. Aber der Wagen fährt sich echt nicht schlecht. Er fährt sich echt gut. Der Sound ist auch geil. So. Was ist denn hier los? Der geile Golf-Romme. So, ich fang mal das Ding ein. Dann treiben wir uns mal aus. Auf die Frau Brot jetzt nicht an, Leute. Ich hab ihr geschrieben. Wer wird sich schon melden, wenn es was gibt. Ich fang mal aus hier. Zack, zack, zack. Mitarbeiterliste. Mal gucken. Nein. So, ich bin nochmal für heute schlafen, gell. Alles Gleitchen, guten Nacht. Ich wünsch euch die schönsten Träumchen. War schön heute. Ja, ebenso. Guten Nacht. Ja. So, denn, Leute. Wir werden heute noch woanders reinwuppeln. Wir gehen noch Grand rein. Ja. Heute noch auf Grand. Wenn wir noch vorbei wuppeln. Hauptsache blinken. Das ist richtig und wichtig. Genau so ist es. Also das heißt, wir müssen, äh, da muss ich später wieder mal ein Soundpack, äh, reinmachen, ne? Weil ich da wieder auf Grand gehe. Ich hab eh mal überlegt, vielleicht ein Soundpack über den Server streamen zu lassen. Das ist ein bisschen kompliziert. Hab ich schon gesehen. Ist gar nicht mehr so einfach. Das Soundpack einfacher zu erstellen. Ähm. So, erstmal starten. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Vor allem, ich hab jetzt ja ein geiles Haustier auf Grand RP. Das ist ja das Geile. Das will ich auf 3.0 eigentlich auch machen. Auf Errelo 3.0 hätte ich übelst gerne Haustiere. Da kann man, also ich muss schon sagen, Grand hat echt gute, äh, äh, Sachen, die man sich da ein bisschen abgucken kann. Kann man sich mal ne Scheibe von abschneiden. Natürlich nicht eins zu eins kopieren, ne? Aber Haustiere wären schon schön. So, äh, Cozy vom Bier. Ich finde das ist süß-Wega. Mach weiter so Wuff. Dankeschön. Ähm. Ist King. Äh, wann kommt wieder Cisco? Geo macht mit dir Rösti Pommes? Ich weiß noch nicht. Also, äh, wir haben jetzt noch nix ausgemacht. Vielleicht mal für'n Tag. Könnt ihr spielen. Chandel, willst du mitspielen? Grand RP? Hättest du Lust drauf mit mir zusammen? Also wenn ja, dann schwing dich rein auf Grand. Würde mich freuen. Äh, und, und dann können wir vielleicht auch noch ein bisschen Fortnite spielen. Wir können ja heute ein bisschen längeren Stream machen. Ist ja, ist ja gerade unter der Woche Mittwoch, Leute. Das ist doch perfekt für alle. Dann stream mal bis, äh, 50 Uhr morgens in die Runde rein. Ähm. Äh. Loilboi, YouTube. Danke fürs Schwieser haben. Das 17. Mal schon. Liebe geht raus an dich. Stefan Kohn. Rianoschnitte. Danke für 5 Euro. Und Jakob. Danke für 2 Euro. E46 auf Wipp raus. Danke dafür, Bruder. Demonflow. Und das Rubbellos hat gelogen. Aber sowas von. Ich dachte, ich fahr heute ein. Ich dachte, ich fahr heute volle Kanne ein, Leute. Ich dachte, das war's heute, ne? Sky Game ID bin auch dabei. Erstmal schiechen. Ach, warte. Wir müssen das ganz wichtig. Äh, bap, bap, bap. Dauerwerbesendung einblenden, weil ich werde ja auch bezahlt vom Grand RP. Ist ja kein Geheimnis, Leute. Die bezahlen mich ja auch. Darf man, darf nicht vergessen. Da muss man Dauerwerbesendung einblenden. Das ist wichtig und richtig, dass ihr das auch wisst, Leute. Der Hundi wird dafür auch bezahlt, hier zu zocken. Ist aber eine Win-Win-Situation für alle. Ich hab nämlich Spaß drauf. So. Ist doch ein komplett anderes RP-System, aber... Ja. Das ist schlecht. Sorry, Leute. Falls es kurz einen Ruckler gegeben hat. Mir hat grad mein OBS die Verbindung verloren. Frag mich nicht, warum. Internet war was stable. Hab nur Grand RP gestartet. Was ist denn doll los, Grand RP? Eingriff in mein OBS? So, Sky Gamer, die, ähm... Das haben wir vorgegeben. Der Shisha-Balook haben wir vorgelesen. Ähm... Ah, hier, äh... Vincent. Mit 35 Euro mit Fees vorhin. Liebe geht raus. Äh, eben Merch bei dir gekauft. Merch gekauft für 60 Geld. Alles Gute zu deinem Jungen Gruß an Pia. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Auf welchen Krant spielst du? Äh... Server 2. Der Deutsche. Serverro 2 bin ich. Also wir haben beide schon mischt und meiner, ähm, ähm... Dings beitreten möchte. Wir können heute eine richtig große Gruppe werden, wenn ihr da Bock drauf habt. Woop, woop. Das ist der Sound auf Spende. Nur der Charakter zählt. So, ähm... Krankenhaus.RP. Hype in den Chat, Hype Hype in den Chat. No name. Äh, ist Krant. GTA und wie kann man beitreten. Äh, Krant RP, ich hab unten einen Link, da könnt ihr reinwuppeln. mein Reef-Link. Ist in der Videobeschreibung, gerne rein wuppeln und dann könnt ihr hier mitspielen. Wenn ihr drauf Bock habt, auf Server 2 bin ich. So, nicht wundern, dass ihr noch kein Bild habt. Ich muss hier gerade noch mein Passwort eingeben. Mein Passwort ist an die Ente 51. Jetzt habt ihr das auch. So, perfekt. Dann können wir hier wieder das... Ja, alles. Normal. Weißt ihr im Krankenhaus einfach was futtern, dann bist ihr auch schneller draußen. Unser Funk, der geht ja schon. Auf zum Haus. Weitiges Geschenk abholen. Und David, falls du das Funkgerät anhast, pass auf, draußen wird geschossen, wie blöd. Ö, hallo. Hm, okay. Ja, hallo. Ja, guten Tag, Jens. Dann können wir gleich mal sagen, der Chef ist da, ne? Moin. Moin, Moin. Ja, uns kennen wir ja auch schon, ne? Ja, ich hab das Funkgerät an, alles gut. Sell. Perfekt, perfekt. Boah, jetzt hab ich auch mal auf Schiss, wie's draußen aussieht. Es sind schon Leute da, muss updaten. Okay, Schandl kommt noch dazu. Nach draußen wollen wir. Ja, geht eigentlich, ist gar nicht so viel los hier draußen, das passt schon. Schau. Ja, schau. Die Ehrenmänner sind schon da, bei uns in der Einfahrt, das ist schon schön. Funkcheck. Funk. Jo, Funk. Danke. Jo, check. So, mal, wie viele sind wir denn heute? Hm, vier oder fünf? Das muss ich aber schlagartig innen. Laut Tablet sind gerade vier da. Ja, das innen wir heute schlagartig, ne? Ja, vorher waren mal sieben oder acht Leute da und der Chef wird von etlichen Leuten gesucht. Ja, der Chef ist doch da. Hallo. Ja, ja, deswegen sag ich's ja. Es sind da etliche Leute rumgelaufen mit Waffen in der Hand und haben nach dir gefragt. Achso, wollten die mich umbringen oder was? Ich weiß nicht, ob sie dir ans Leder wollten, auf alle Fälle haben sie speziell nach dir gefragt. Und vorher war auch noch einer da, der hat von der Familie aus Ärger gemacht. Das hab ich ja mehr oder weniger schon mit denen geklärt. Die meinten, sie wollen mit dir auch nochmal reden. Achso, okay, alles gut. Ich hab heute ne früh, waren auch mehrere rote Autos hier vor dem Anwesen und die sind dann, als ich dann gekommen bin, sind sie weggefahren. Achso, wir machen mein Auto raus. Auch nicht schlecht, wir suchen schon Leute anscheinend. Hast du was zum Fahren da oder? Ja, natürlich, alles da in der Garage. Ach ja, stimmt. Da ist in unserem Haus ne schöne Tiefgarage verbaut. Soll ich meinen Rolls nehmen? Der Neon Rolls? Oh, schau wie er da steht, da müssen wir noch tunen gehen. Leute, den fahren wir heute, den tunen wir noch aufwett. Der Neon Rolls. Der ist ja was wert, Leute, der ist richtig wert. Oh, hab ich kein... Also, nee, ich hab den Führerschein nicht mehr, muss ich wieder nachmachen. Ah, nee, passt. Geil, mit meinem Neon Rolls geht's heute raus. Den Hobel hab ich mir letztes Mal gezogen, ne? Ich muss noch Türen fahren. Oh, geschossen, Leute. Ja, pass auf, hier ist Ghetto, ich kann nicht umschießen, wie du willst. Ach, scheiße, ich hab auch schon 22 Uhr, ne? Mhm. Och, scheiße. Ja, komm, hier vorne, schnell, komm. So viel zu mir fahren, schnell. Eine Krankenwagen rufen. Aber die dürfen dann hier einfach umballern? Manchmal geht der, äh, manchmal geht dem Staat der Strom aus. Dann bekommt die Elektrik keine Lohnverdopplung. Was hat das damit zu tun? Ach, das sind nur Hinweise. Ja, ich ruf mal einen Krankenwagen. Das Geile ist ja, auf Grand RP hast du dieses Hardcore RP, wo du dann 50 Stunden im Krankenhaus sitzt. Aber die haben um 22 Uhr, darfst du dir, glaub ich, den umballern hier drin. Das ist das Problem, Leute. Das ist das Problem. Also, das war ich grad letztlich, das ist kein RDM. Wir sind im Gangviertel. 22 Uhr geht's hier ab. Ich hab das voll vergessen, weil sonst streame ich immer so früh auf Grand. Ich vergiss das, dass um 22, weil bis 22 Uhr, ich hab noch nie auf 22 Uhr gestreamt, glaub ich, auf Grand, oder? Oder halt nicht im Gangviertel. Ich bin so ein Trottel, Alter. Ich geh erst mal raus im Gangviertel. Hallo Jungs, hallo Jungs. Hast du Waffe? Nee, ich hatte keine Waffe dabei. Der hab ich jetzt mal abgeben müssen. Das war ja die Scheiße. Ich hab tatsächlich die RD in die Hand genommen. Ich wollte jetzt noch grad schnell wegfahren, bevor der hier reinmettelt, weil ich wusste, der kommt jetzt. Ich wusste, der kommt jetzt zu uns. Gutes AP. Ja, das, ähm, ich mein, dass du da zugeschossen wirst in der Hood um 22 Uhr, ist halt, ist halt da eine Sonderregelung auf dem Server. Jeder, wie er will. Ich mein, ist kein Hardcore-RP. Grand-RP sowieso nicht. Also wer Hardcore-RP will, das ist nicht der richtige Server. Aber man hat hier trotzdem AP und es macht trotzdem Spaß. Schaut mal auf dem Krankenwagen. Ob der sich reintraut in die Hood, ist halt die Frage, ne? Das Geile ist, ich kann jetzt hier wenigstens vorlesen, das ist ja schön. Aber kommt dann eh einer, der wuppelt dann hier eh rein. Scheiße, ich hab heute ja gar kein Admin gesagt, dass ich heute streame, ne? Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Weil sonst, äh, wenn man in der Hood vielleicht noch gestreamt wird oder so, weil wenn ich mein Auto abholen, wäre es blöd. Außer wir statten uns voll außen, gehen da so rein. Ah, da rutscht schon der Krankenwagen. Krankenwagen ist da. Ja, kommt das hier. Aber hier drüben lieg ich nicht, Bruder. Hä? Ah, der hat mir den anderen wiederbelebt, verstehe. Der belebte mich auch noch. Das ist die Frage, ne? Da ist die Tür unten. Sie guckt nicht da drinnen. Ah ja, der macht das schon. Der macht das schon, schau. Oh du heiliger, hallo. Geht's Ihnen gut? Ja, jetzt geht's mir wieder gut, dankeschön. Ich hab gar nicht vergessen, dass ich hier in der Hood lebe. Ich höre sie ganz schlecht. Da hinten liegt auch noch einer, glaub ich. Nee, wurde gerade geholt. Wir müssen mal aufpassen, Jungs. Da müssen wir uns erstmal ausstatten, bevor wir hier was machen. Wollen Sie mal, ich muss uns mal das Auto wegstellen. Kann ich mal, ja. Ich stelle es sonst mal weg. Was ist denn? Das hört aber nicht zu uns, ne? Aua, das wie. Guten Tag, was los? Nein, ich wurde nicht erschossen, gerade. Ach so, sie wurden erschossen. Ja, ich wurde erschossen. Jens, kann dich ganz kurz stören? Ja, bitte. Könntest du mal mit hinterher ans Haus kommen, bitte? Kein Problem. Wir müssen ja gucken, dass wir hier vielleicht weggehen, ne? Weil hier ziemlich scharf geschossen wird. Ich hab keine Waffen dabei. Hast du ne Waffe? Äh, ja, hab ich dabei. Ja, pass auf, geh mir hier an die Ecke. Die sind wir sicher. Relativ. Die zwei Herren hier, die hatten heute Nachmittag oder Abend schon ein Problem mit einem von der Familie und die hab ich schon beruhigt, da die wollten mit dir nochmal reden. Ach du Scheiße, komm, ne, die Waffe, die hat, hat wer eine Waffe dabei? Jungs, ich brauche eine Waffe. Habt ihr gut gemacht. Wir sind, wir müssen hier ein bisschen raus. Wisst ihr, sollen wir vielleicht irgendwo hinfahren? Ja, das... Wie, wie wär's, wenn wir Westpucci Beach fahren? Oh, da drüben, da drüben, Jungs! Scheiße, ich komm nicht weg vom Grundstück. Ich verstehe nicht, warum wir hier nicht einmal wegfahren. Ich will doch nur hier weg, Alter. Die kommen jetzt sicher alle zu uns, weil sie Streams lipen, die Pisser. Aber ich will hier nur weg, weil hier ist grad richtig schlimm. Wir haben keine Waffen, also ich hab keine Waffen. Ich würde die ja sonst umnatzen hier zusammen. Wir können ja eine richtig fette Gang machen und umnatzen. Aber so kommen wir nicht weg. Wir können hier keine Gespräche führen. Ich will nur ganz normal Gespräch führen hier. Also das ist ein Problem hier. Also jetzt verstehe ich, um 20 Uhr in der Hood leben ist scheiße. Vor allem, wenn du Streamer bist, da kommen sie alle zu dir. Aber egal, wir warten jetzt hier. Hm. Will nur Gespräch führen. Und ich sag denen, komm, lass weg, lass weg, lass weg. Aber er so, nein, wir müssen hinten reden, wir reden hinten. Ja, da hast du dann hinten reden. Da hast du dann hinten reden. Also Familienreden hier drin ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht hier drin. So, nochmal. Danke. Boah, es wird eh gleich aufgeholfen. Aber ich hoffe, dass wir jetzt hier einfach, ich will hier einfach nur weg, Leute. Ich will hier einfach nur wegkommen. Gibt es keine Polizei, doch. Aber die fährt hier, die fährt hier schon auf Streife, aber bei uns grad nicht. Ist grad, wir haben nur eher das Problem, dass jetzt, wo ich hier streame, ein paar Streamsniper kommen. Weil ich glaube, so schlimm ist das nicht, dass du in unserem Haus kommst, direkt umgeschossen wirst. So schlimm ist das nicht. Aber die, die sind ja direkt alle auf uns zugefahren. Wenn wir gesehen, ich stelle die alle da waren. Die sind ja, also der erste glaube ich nicht, aber die, die jetzt hier waren, die haben ja extra am Zaun grad gewartet. Die haben uns ja nicht gesehen zuerst. Die haben extra am Zaun gewartet. Vor allem, wir waren ja, wir waren ja en masse hier, ne. Aber das kriegen wir schon hin. Wir müssen einfach nur rausfahren, ein paar Waffen kaufen. Schau, da kommt der nächste. Ich sag doch, ist ganz schlimm gerade. Das ist grad ganz schnell hier. Hilfe, Hilfe. Ruf Admin, ne. Ich schaff das schon. Der macht das schon. Wir müssen hier nur weg, Leute. Wir müssen nur aus diesem Areal weg und wegfahren, so schnell wie es geht. Schau, der hilft ja schon. Und dann fahren wir ganz schön weg und dann hat sich die Sache. Wir müssen die Beschränkung woanders halten. Ich geb das dann durch den Funk einfach durch. Schau euch das an hier. Ihr werdet grad so scharf geschossen hier. Ich weiß nicht, sie können jetzt zu uns? Nee. Und weg. Wir müssen weg, wir müssen weg, Jungs. Und schnell weg, komm. Doch, wir müssen weg. Komm schnell weg, Jungs. Ich glaub, ich werde jetzt alle zwei Sekunden umgeschossen, weil die ganz genau wissen muss ich mir auch nicht. Oh, das ist verschlossen, komm schnell weg. Nein! Was ist denn los? Steig doch ein, Bruder! Ich will nur weg hier, aus dem Gangviertel. Warum ist der so langsam? Nein, kein Tempomat. Mach den Tempomaten außer hier. Boah, ist der langsam. Hat mir ein schweres Auto holen sollen, ne? Ja, warum ist der so langsam, der Wagen? Aber ich, ich falle mit dem Ding halt auch auf wie so ein bunter Fisch im Fischrestaurant. Keine Ahnung. Aber das Ding ist langsam, Alter. Für was hab ich den gekauft? Schick, 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 schick. Vor allem, das ist ein Cabrio. Dümmst du dir die ever, mit dem Cabrio zu fahren? Oh, nee. Oh, nee, ich dachte, da kann man durchrasen. Ach, mein Herz. Ich dachte, da kann man einfach durch. Ich und der Zaun. Ich und die Schranke. Oh, Alter, ganz schnell weg von dir. So, jetzt bin ich endlich allein. Gut, also wartet. Jens, bist du im Funk? Jo, ich bin im Funk, alles gut. Soll ich den Herrn von gerade mal anrufen und zum Würfelpark hier holen? Jo, jo, wir treffen uns am Würfelpark einfach, okay? Alles klar, dann ruf ich den mal an und sag, dass er auch herkommen soll. Alles klar, ich tue nicht das Fahrzeug betauschen. Jawoll. Das war einmal umgeschossen am Haus, Bruder. Das ist RP. Aber das ist schön, du musst kein Krankenhaus RP direkt machen, wenn du hier umgeschossen bist. Kommt einfach, wer hielt dich hoch und dann warst das, ne? Das ist das Schöne. Aber deshalb, hier ist echt, also hier ist eher auch so, du kannst einfach, wenn du so ein richtiges, also im Gangviertel bist, kannst du richtig Gambo spielen um 20. Das ist das Schöne. So richtig reingambonen. Ist halt, wie gesagt, keine Art Core RP, aber man kann hier seinen Spaß haben. Einparken wäre halt nicht schlecht, ne? Äh, dann krieg ich hier wieder nicht eingeparkt. Warum nicht? Sonst immer funktioniert mit dem Einparken. Oder muss ich das jetzt hier anders machen? Ach nee. Ich muss das hier anders machen. Weil ich meint, wenn ich meinen BMW raushole und da für ein... Ja. Ich kann den Wagen hier nicht einparken, aber es liegt vielleicht daran, dass ich es drüben in der anderen Vermietung drin habe. Ja, das ist jetzt scheiße, ne? Ich mache das jetzt am besten. Ich muss das Ding hier irgendwie einparken, Leute. Ich bin da, ich bin dafür, ich bin da, ich bin wieder zu blöd dafür. Das gibt es doch gar nicht. Das Ding nur einparken. Also ich probiere mal was. Kann man nicht so doof sein, oder? Wie ist es so doof sein mit dem Einparken? Ich möchte einen Blick, nein, danke. Ich möchte mein Auto einparken. Hä, es hat doch sonst nicht funktioniert mit dem Einparken. Ich gehe da hin, drücke mein, drücke mein E und dann parke ich das hier ein, das Ding. Das geht gerade irgendwie nicht. Ah, warte. Vielleicht muss ich hier drauf. Wähle. Hier, und dann kann ich das hier parken. Oder auch nicht. Jo, darf ich dir Blumen schenken? Ey, ja, warten Sie ganz kurz. Wie bitte? Ich kriege das Ding hier nicht eingeparkt. Bin ich komplett bescheuert in meinem Köpfe, der was? Ey, ja, Sie können mir gerne Blumen schenken, wenn Sie das wollen. Dankeschön. Wunderbar. Vielen, viel Spaß damit. Dankeschön. Ich kriege dort das Ding noch nicht rein. Parken, verlängern, die Anmietung ist raus. Ja, ich probiere es sonst woanders einzuparken. Ich kann doch nicht so blöd sein, oder? Ich bin noch nicht so dumm, dass ich mal mein Auto eingeparkt bekomme. Ja, das ist das ganze Google. Ja, ich kriege das Ding nicht eingeparkt. Ich mache irgendwas falsch. Ich probiere es nochmal. Ah, hier kann ich. Schau mal, hier geht's. Hä, ich verstehe das System. Ich verstehe das Parksystem bis heute nicht. Auf Grand. Ich verstehe es nicht. Hier geht's. Also, das muss ich mir nochmal erklären, wie das funktioniert. Also, ich kann meinen pinken Wagen könnte ich rausholen, oder? Ja, komm, ich brauche meinen pinken Wagen raus. Passt schon. Einen Tag anmieten, passt. Also, violett ist der Wagen. Passt schon. So. Da bin ich zufrieden. Also, liegt's doch nicht an der Familie. Ich kann ihn doch hier einparken. Das passt schon. Ja, das Ding ist so geil. Oh, ich habe aber keinen Tank mehr. Aber das Ding ist auch übelst langsam, ne? Kann sein, dass die Autos übelst runtergepatcht wurden, weil das so langsam fährt? Oder vielleicht muss ich Premium tanken? Ah, ich will mal Premium tanken. Den muss ich so oder so auf tankenden Wagen. Oh, das sind ja viele Bumps. Unglaublich viele Bumps sind da. Schau mal, ich hoffe, dass Premium tanken, dass es nicht so langsam ist. Weil ich bin ich gar nicht mehr gewohnt, außer Premium tank. So, mal früh machen. Oh, jetzt geht er. Wie die Blumen vorne rausgucken. So, treffen wir uns am Würfelpark, haben sie gesagt, ne? Und das heißt das Hauptplatz, weil wir keinen Würfel mehr haben, aber... Oh ja, jetzt sieht er besser. Ui, ja, jetzt sieht er auf jeden Fall besser. Aber treffen wir uns hier. Packe ich mich hier ein. Ich hoffe nur, dass ich mich... So, ich bin jetzt am Würfelpark. Alles klar, ich bin vorne an den Bänken. Die anderen zwei sollten auch gleich kommen. Der wartet nur noch auf seinen Kollegen. Äh, an welchen Bänken denn? Äh, gegenüber von der kleinen Bänke, wo er ist. Da, wo die Food Trucks stehen. Ach so, ja, warten Sie dann vollstrau hin. Ich stehe direkt neben dem grünen Lexus wieder. Da an den Bänken, wo die Eisenpfeiler sind. Da stehe ich und warte. Okay, alles klar. Bitte, kann ich Ihnen helfen? Bitte? Sehr schönes Auto haben Sie. Dankeschön. Sehr schöne Kette haben Sie. Den habe ich gewonnen. Den habe ich gewonnen. Quack, quack. Schöne Farbe haben Sie. Jo, sehr schön die Farbe, ne. Warum fällt man überhaupt nicht auf? Er tankt dieselbe Farbe. So, fangen wir mal vorne hin. Aber Schande kommt noch dazu. Oh, ne bitte, nicht Polizei. Au. Oh, so, endlich. Ähnlich Geschäfte. Hallo. Die anderen zwei sollten auch gleich kommen. Der wartet nur noch auf den Kollegen und sind dann unterwegs. Jo, perfekt. Warten wir hier. Kleine Besprechung, ne? Ja, ich denke mal, weil da war wer in Familie, der wo, ich sag mal, den IQ von einem 12-Jährigen hatte, der hat ihn geschlagen und so hat sich dann im Haus versteckt. Im Endeffekt habe ich es schon mit denen zwei auf friedliche Art und Weise klären können, aber die wollten halt mit dir auch noch mal reden. Darf ich dir meinen Hund den Rainer vorstellen? Wer ist denn das? Mein Hund, der Rainer ist das. Na, Rainer? Ich den ganzen Lied. Oh, jetzt habe ich kein Futter dabei. Jo, ich habe ganz, warte, ich kann dir mal ein Skimmel, warte mal. Jetzt gebe ich dir ja schnell eins, dann kannst du ihm das Skimmel. Ich habe da noch eine alte Dose, wo will ich sie auch hier? So. Ja, gib dir mal eine Dose. Ich freue mich, dass ich es sich. Ich habe das bis jetzt so schön bekommen, ich habe nicht mehr die Dose öfter für das Ding. Ich habe ihn auch nicht dabei und scheinbar haben sie alle oben die Ringe abgerissen. Ja. Komm mal her, Rainer. Vielleicht kann man dich ja so mit Leckerlis ein bisschen füttern. Ist der Rainer mit AI ganz wichtig. Aber ist ja süß. Der Mann ist ja goldig. Ja, der ist richtig goldig. Der kann so einiges. Und ich sage, folgst du? Bist du brav gekommen? Ein braver bist du, gell? Ein ganzer braver. Ja, ein braver bist du, ja. Ja, der ist echt ein braver Hund. Guten Tag. Guten Tag, der Herr. So. So, der geht jetzt alle. Wir sind am Hauptplatz am Wöfelpark. Warten wir hier mal. Ich muss ja so viel vorlesen abends. Sorry Leute, dass ich noch immer nichts vorgelesen habe alles. Aber ihr wisst, ich lese alles vor. Dauert nur ein bisschen lang bei mir. Ich bin mal gespannt, ob die anderen zwei uns auch finden. Ja, also hinterm Wöfelpark. Einmal da bei der Disco, das sieht man sehr schön. Bisschen viel los hier, ne? Ja, aber war die letzten Tage auch schon so, dass abends viel hier am Wöfelpark los war. Boah, da ist es krank, ne? Aber sonst ist am Wöfelpark nie was los gewesen. Also ich fahre öfters vorbei und dann ist so wenig los. Aber heute ist ja mal hier richtig gefüllt, du. Ach, da werden wir mal eine Runde. So, ähm. Ist der eigentlich den neuen Lexus schon mal gefahren? Den grünen hier, ne? Ist ja schnell. Also, manche sagen, sie sind mit dem über 300 gefahren. Also bei mir schafft er das definitiv nicht. Und ich hab ihn auch voll. Vielleicht haben die einen besseren Fahrerskill wie ich. Hast du Premium getankt? Nee, aber ich glaube nicht, dass das knapp 50 kmh ausmacht, oder? Äh, doch, 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 doch. Premium macht, äh, viel aus. Das kann ich dir sagen. Da müsst ihr Premium tanken gehen. Dann schaffst du die 300. Okay. Aber bei dem Handling, was die Schüssel hat, da würde ich mir die 300 eh nicht zutrauen. Ja, bei der war, ich glaube, der ist viel langsames geworden. Also der, der F90 M5, den ich da gerade fahre. Der war früher viel schneller. Jetzt ist er übert nicht mehr so schnell. Also, keine Ahnung, er wurde ein bisschen runtergeschraubt vom BMW. Und doch. Vorher, sie gerade was reden mit mir? Ich verstehe nichts. Ich verstehe den Herr auch nicht. Ja, ich höre da nichts von dem. Ganz komisch. Sollte man an seinem achten Finger ziehen. Denke ich auch gerade, ne? Ich glaube nicht einmal das. Ich glaube einfach, dass der Herr sehr, sehr leise vielleicht ist, ne? Sehr leiser. Oder das? Da musst du jetzt einmal aufpassen. Jetzt ist es ein Platter hier. Jetzt ist es ein Platter hier, ja. Man hört sie nicht mehr. Ich glaube, ihr Stimmen in einem Problem. Man versteht kein Wort. Hört man mich jetzt? Man hört sie, ja? Oh, eine lila, schöne Stimme. Oh. Ja. Sie haben echt einen Süßen. Wie hat er gekostet? Den habe ich geschenkt bekommen. Woher? Ja, da war ein Special Agent. Mein privater Special Agent. Der hat mir den geschenkt. Ja, ja. Das heißt, was will ich, dass du mich angefangen hast. Ja, sonst muss der wirklich sehr teuer sein. Ich kümmer mich. Warten Sie mal kurz. Ja, natürlich. Ich kann ja gerne warten für Sie. Ich glaube, die zwei Herren kommen, weil den Regenbogenpulli kenne ich. Wo ist er? So, hallo, guten Tag. Ja, hier neben mir sitzt der gute Herr. Bitte? Wie kann ich Ihnen helfen? Was wollen Sie von mir? Ich gehe jetzt etwas für los, wenn wir dann noch ein bisschen was haben. Hallo, bitte? Hallo. Ja, als OB-Geräusch schon. Hier ist ein bisschen laut, ne? Hier ist ein bisschen laut. Ja. Lassen wir mal ein bisschen rüber gehen. Genau. Geben wir mal ein bisschen in den Park rein. Da ist ein bisschen leise. Dann treffen wir uns da drin. So. Aber hier, die driften ja alle, was zusammen ist ja unglaublich. Gehen wir mal in den Midi oder so. Boah, das blendet, also die Jacke, die blendet echt heftig, da. Die blendet bis zum Gehtnimmel. Das ist mein Hund. Das ist der Reine. Ist das toll, hier ins Wasser reinzulaufen? Ja, ist doch so angenehm. Okay. Gehen wir mal kurz schwimmen. So. Gehen wir mal komplett in unsere Ruhe. Bitte. Ja, jetzt natürlich die Sirene, gell? Ja, genau jetzt, natürlich. Ja, genau. Ja, bitte. Ich hab gehört, Sie wollten was von mir. Bitte. Wir hatten heute eine kleine Auseinandersetzung mit Ihrer Familie. Ja, welche denn? Hier mit einer. Ich glaub, das weiß der Herr hier sogar gut. Ja, deswegen bin ich jetzt mitgekommen. Ich hab mir was erzählt, ja. Was ich mitbekommen. Ich bin halt an eurem Haus anwesend vorbeigelaufen. Dann wurde ich geschlagen. Sie wurden geschlagen? Dann ist der Herr abgehauen. Sie wurden einfach so von jemandem von uns geschlagen, oder wie? Genau. Okay. Und bei Ihnen? Was können Sie, können Sie erzählen? Also, meinst du jetzt mich, Jens? Oh, nein, ich mein jetzt gerade den hier in dem Rainbow-Outfit da mit ihm. Schau, bitte. Schau, bitte. Ich bin jetzt hier aufgehauen. Ähm, er hatte ja auch, er war ja, er war ja da. Ja. Der ist da aber nur vorbeigefahren und hat dann auch nochmal erzählt, wie es für ihn war. Er ist anscheinend hatte ein Kollege von Ihnen jetzt aus der Familie, warte, ich muss ganz kurz mal verpasst machen. Sorry. Es war anscheinend so, dass ein Kollege von Ihnen aus der Familie mit einem anderen Familienmitglied gesprochen hatte, er halt nur vorbeigelaufen ist und dann anscheinend der Kollege, der da stand, der gesprochen hat, zu ihm hin gerannt ist, geschlagen hat, dann ins Haus rein gerannt ist, kam halt dann wieder nicht. Wir hatten dann mit ihm und ein paar, die noch draußen waren, darüber gesprochen, dass es halt nicht so geht, dass man einfach geschlagen wird und sich dann nicht mal mehr entschuldigt. Ähm, wir waren dann spätestens nochmal da, wo die Person ja da auch wieder draußen war, hatten dann auch nochmal mit ihm gesprochen. Da ist es halt dann wieder vorgekommen, dass er nochmal geschlagen hat. Äh, ja, wir hatten halt dann auch Gewalt angewendet, hat jetzt nicht ganz wahrscheinlich so gut geklappt, wir wollten es eigentlich nicht klären ohne Waffen, ähm, da wir das selber natürlich nicht gut finden, dauernd Waffen oder Schlägereien zu haben. Ja, klar. Wissen wir, wer das war bei uns? Äh, ich glaube, er sollte es wissen, weil er war auch erstmal kurz dabei. Ja, aber wenn du das weisst, dann kann ich dich natürlich direkt rausschmeissen, ne? Ich glaube, er ist ein bisschen verstummt. Kann sein, ich höre dich gerade nicht. Andy, hallo? Hallo? Oh, jetzt hört man dich, ja. Äh, weisst du, wer das war, der da geschlagen hat? Ja, ich weiss, wer es war. Ja. Ich habe das auch versucht mit den zwei auch friedlicher Art und Weise zu klären, die waren auch sehr kooperativ, haben ihre Waffen auch weggetan. Ich habe ja auch von dem Herrn in der lila Hose die Nummer bekommen, dass wir das dann nochmal mit dir klären können. Ja, natürlich. Das war der Marco bei uns in der Familie. Ja, da gucke ich sonst mal rein. Mach ich das mal schnell. Der Marco, soll man den rausschmeißen direkt, ne? Das liegt in deiner Hand. Ja, also so ganz, jetzt sind wir Butter bei den Fischen, ne? Aber wenn da einfach jemand unglaublich nervig herkommt oder irgendwelche Leute schlägt und sich so nicht mehr entschuldigt, das geht nicht. Das habe ich auch zu ihm gesagt und vor allen Dingen, ich finde, es geht auch einfach nicht, dass wenn dann schon die friedliche Lösung geklärt wird, dass er ihn nochmal schlägt. Ich habe auch zu den zwei Jungs gesagt, dass ich mit Herrn Hartmann so lange mal ins Haus gehe und die drei alleine lasse, kurz, dass sie das friedlich nochmal klären können. Wie heißt der, wie heißt der mit vollen Namen? Hast du den vollen Namen für mich? Ähm, einen Moment kurz. Ja, dann komme ich gleich noch. War auf jeden Fall auch ein bisschen jemand, der jünger ist. Alter! Marco June, wenn ich mich jetzt nicht absolut irre, müsste das gewesen sein. Ja, ich habe den gerade rausgeschmissen. Ich habe den gerade rausgeschmissen. Okay. Wie gesagt, wir wollten jetzt irgendwie nicht Stress hier auffrauen. Ne, wir ja auch nicht, das ist ja das, das selbst im Jahr hier. Alles gut, das selbst im Jahr hier. Wie gesagt, auf denselben Pfad war ich ja mit euch auch schon, dass man eigentlich mit Reden auch alles klären kann. Xions Kuppenkars, mit Wallerbruder Film heute, mit Kartell am Tisch. Kuss geht raus, Brudi. Andere auch irgendwie. Kuss, kuss, kuss geht raus, hat dich. Ein bisschen wütend seid wegen der Person. Nee, nee, ich finde auch, wie sie sich hier mit dem Kopftuch eingesetzt haben. Der mit dem Kopftuch? Sie haben sich die ganze Zeit für uns eingesetzt, haben versucht, das zu erlernen. Ja, natürlich. Gewalt schafft nur Gegengewalt und das möchte ich vermeiden persönlich. Stimmt, vor allem in diesem Stadt hier, da ist auf jeden Fall... Schönen Sie bitte, wie auch sind Sie? Ja, vor allen Dingen ist es schon gefährlich genug in dem Viertel und da möchte ich nicht, dass, wenn ich die Haustür aufmache, gleich mal drei Kugeln im Kopf haben. Ja gut, das ist ja jetzt in der Uhrzeit eben ein bisschen schwer. Nee, ich meine, tagsüber. Da hat es nämlich auch schon so den ein oder anderen Zwischenfall gegeben. Was passiert hier? Bitte weitergehen. Was passiert hier? Können Sie aufzuhupen? Was sind das sehen? Wie hat man hupen? Das ist ja laut. Lass man Eierlegen? Ja, vielleicht. Ja, dann will ich ein Eierleger werden. Nicht Bombenleger, sondern Eierleger. Glaublich. Gibt es lustig. Jens, was macht denn der Reiner dahinter? Geht der tauchen? Ja, ich glaube schon. Irgendwie fehlt auch so ein bisschen. Das sieht wirklich nicht gesund aus. Nee, also irgendwie... Sagen wir mal eine Sache. Wir haben jetzt ja Gang... Also jetzt ist es gerade im Gangviertel, ist ja gerade um 12 Uhr, dass ich auch wieder die Post ab. Ja. Dürfen wir uns dann eigentlich auch einschalten und uns komplett bewaffneter durchfahren? Ja, natürlich. Das darf jeder. Sobald man ins Gangviertel reingeht, dürfte sich jeder beteiligen, auch außerhalb von Familien. Das ist ja auch schon heftig. Man darf sich dann auch noch einschalten, wenn man im Krankenhaus war. Darf immer rein und umballern. Das ist so der tägliche Purge einfach. Ja. Bisschen wie die Händler. Okay, das ist heftig. Aber ich dachte zuerst, da sind sie zuerst so Gangviertel, die dagegen soll ich bekämpfen. Das ist aber wo ich gerade buff, dass da wer herkommt und einfach einen Köpfschiss hier so rein und rein die Eierleger, ne? Ja, das ist schon heftig. Das ist ja auch schon heftig. Das heißt, wenn du da wirklich rumläufst, dass die halt wild auf dich schießen, ohne irgendwas zu sagen. Ja, das ist schon heftig. Vorhin hat man ja gut gesehen, wo wir im Garten waren, aber... Ja, da war ein bisschen was los. Ein bisschen ist gut gesagt. Gut, äh... Ja, dann hast du das geklärt, ne? Jo, wahrscheinlich. Ja, passt. Jo, ihnen ist ja noch ein schöner Tag, ne? Gut, ebenfalls. Ebenfalls, bitte einen schönen Abend, ne? Ah, die Herren, wollen wir uns noch die Hände geben, falls wir uns irgendwo sehen, dass man sich auch wieder erkennt? Ja, da müssen sie aber die Masken ausziehen, sonst nehmen wir sie nicht. Ja. Ja. Muss man hier auch kennenlernen dürfen, genau. Ja, danke schön. Ja, warten Sie. So. Oh. Oh, guten Tag, guten Tag. Oh, ihn kennenlernen? Jawohl, genau, guten Tag, guten Tag. Oh, man hat das auch geklärt, ne? Hat ja noch jemanden, guten Tag. So. Gut. Jo, eben ihren Hund, für den bete ich, dass der auch noch nicht ertrunken ist. Ne, ne, den bete ich nicht. Ach, der macht die Taucherausbildung. Der macht die Taucherausbildung, genau. Hier geht's, gell. Aber der Rücken, also. Hey, komm, komm, Butch, Butch, komm her, doch. Komm her. Ich bin hier. 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 Schau, shuttle, kommst du eigentlich noch dazu, oder nicht? Das wäre lustig, wenn ein Shuttle dabei wäre. Ja, haben wir gar nicht schlackieren. Ha? Alter, was hier los ist. Das ist voll süß. Ihr Hund, Sie schleifen den hinterher? Ja, schleifen den hinterher, warum? Entschuldigung, der Herr, aber ich glaube, Ihr Hund, der liegt am Boden. Ja, oben sehe ich. Sehr. Ach, jetzt hat er ihn abgetrocknet. Das war nur so viel Fell und so nass. Ja, der war, der war ein bisschen zu nass. Ich muss ein bisschen herschleifen, alles gut. Ja, können Sie gerne machen. Beisst der? Ne, der beisst, ich bin ganz lieber, ist ein Labradoodle. Ich beisse nicht, der schluckt im Ganzen. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Weg. Oh, Schangel kommt dazu, wie schön. Das muss ich noch warten, weil ich habe heute noch einen Tinder-Date. Ich schaue mal, ob die kommt. Ich komme nicht noch einen Tinder-Date oder so. Na komm, und ich komme her, da komm. Gut, gut. Ja, ja. Oder gerade, woher hast du gesagt? Wenn ja, höre ich sie ganz schlecht. Warum höre ich mich da doppelt bei Ihnen? Hallo? Der Herr, hallo? Ja, aber bei Ihnen höre ich mich doppelt. Warum höre ich bei Ihnen doppelt, was ich gerade vorher gesagt habe? Nehmen Sie mich auf. Ja, ich glaube, Sie haben gerade... Hallo? 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 hier hin. Erstmal Stream snipen. Ich warte hier auf Schannel. Zwischenzeit kann ich hier ein bisschen was vorlesen. Schannel kommt nicht heute noch dazu auf ihre. Das haben wir alles vorgelesen. RLU-Film haben wir vorgelesen. Patrick haben wir vorgelesen. Robert haben wir auch vorgelesen, genau. Hallo? Hallo? Ja, da bin ich ganz zur Zeit, oder? Ja. Peter Gott hier mal vorgelesen. GM habe ich vorgelesen. Ah, hier. Den haben wir noch nicht vorgelesen. Wünsche dir viel Erfolg von EM Gaming. Dankeschön. GM dank mal für einen Euro. Ähm, und, äh, xxbluefacexx. Spiel mal wieder Dead by Daylight. Vielleicht mal wieder eine Runde. Dicke Bär hat das Ding genommen, mein Freund. Letztens habe ich Fanta verschüttet. Das fand er meiner Freundin nicht so lustig. Ich hingegen habe, äh, ich, ich hingegen aber funny, okay, liebe Kusses Ulm. Ich fand das gar nicht lustig. Äh, Peter Gotti. Du hast mich überlesen. Ne, habe ich, äh, Peter Gotti habe ich jetzt um unten gelesen. Mit meiner ersten Spende, das habe ich 100 pro gelesen. Hat nur ein bisschen gebraucht, Bruder. Alles gut. Ähm. Krino Tech. Fortnite AP. Heute Fortnite AP. Rain Slower. Hoffe, du kennst mich doch. Dich kenn ich doch, ja? Muss wieder die AP werden. Kuss. Jeremy Nilla. 8800. Ich habe einen roten Benz. Dank für den Streams. Nice. Hast du das? Einen roten Benz durch mich? Okay. Luca, 4,735, 4,90 Cent. Äh, Tech Lose. Für mich 50 Euro mal sogar vorgelesen. Da geht immer Kuss raus. Cel Tuschek. Bleibst du, du bist. Alles gute Nachricht. Kannst du aber mit 12 bei GRP in die Familie. Ich habe die aber auch. Aber auch. Das haben wir auch vorgelesen gehabt, ne? Ich habe dir bei Weiß. Das passt gut. Äh, Joel Tuschel. Ich versuche meine Stimme etwas tiefer zu stellen. Muss aber mein Charakter in Grand machen. Ja, wir sind ja einfach hier. Aber ich kann nicht. Lass mal ablehnen. Die ganze Zeit hier zugedienst. Ist am Wochenende Grand AP geplant. Das haben wir vorgelesen. Cardos. Nochmal Dankeschön Cardos für deinen Donate vorhin. Aber die haben wir vorgelesen. Genau. Zwei Mal hat er dasselbe donated. Luca Lang für einen Euro. Ähm, Matthias ist auch draus. Hexium hat leider das Bewerbergespräch verkackt. War zu nervös. Ich bin getraus, der Arme. Äh, No Name. Ist an der AP GTA und wie kann man beitreten? Ja, das ist GTA und man kann beitreten. Und dann Link in der Beschreibung. Ähm. Sky Game habe ich schon vorgelesen. Bin dabei. Das haben wir vorgelesen. Genau. Demon Flow. Und das Rubellos hat gelogen. Das haben wir auch vorgelesen. Das haben wir vorgelesen. Ähm. Chris Schenk. Gutes AP. Dankeschön. Geht so. Auf, auf Erre nochmal. Haben wir auf jeden Fall ein bisschen besser. Aber ist ja, ist ja typisch. Weil ich habe hier Streepsniper auch. Das darf man nicht vergessen. Hab ja auch viele Streepsniper muss man aufpassen. Aber schau mal wie voll es jetzt schon wird. Und ich war gerade nur auf Schandl eigentlich. Didi, Dankeschön für euch das sind. Äh, äh, Captain Bad Morty. Kennst du dich doch? Ich hast ja vorhin auch schon eine Nade und Bruder. Aber Dankeschön. Mister Professor Doktor Westig sagt versippt werden. Puma de Sascha. Ich bin gerade neben dir. Alles klar. Ja. Der müsste noch die ganze Zeit mit die Hand schütteln. Ich kenn sie doch alle gar nicht. Was ist das denn für eine Mose? So, da bin ich auch wieder. Ja. Da sind gerade ganz, ganz viele Leute vorne und ich weiss nicht, was sie falsch gemacht haben. Gucken sie sich das mal an da vorne. Ja zum Beispiel. Gucken sie sich mal an. Ist alles gut bei Ihnen? Ich glaube, der will da sich noch viel Geld bezahlen, aber ich kriege kaum einen Pfennig von mir. Kaum verschwindet. Sie ist ja zu dessen Landgewinst, der Birne. Ja, ich mach das. Ich mach das, damit ich nicht kacken muss, weisst du. Ah, okay. Ach so, bist du ein bisschen Freischheiser. Siehst du nicht genau so aus. Das ist von der Hand ja unten neben mir. Nee, nee. Ich mein dich da. Irgendwann möchtest du mir die ganze Zeit die Hand schütteln. Wer ist denn das denn hier? Ich war die ganze Zeit hier auf mein Date, ja. Aber hier kommt gerade niemand. Hilfe. Was schreibt Schandl? Hilfe? Was ist denn los, Schandl? Schandl, warum kommst du nicht? Was ist denn los? Sag doch. Warum Hilfe? Nee, ihr musst mich holen. Hab keinen Führerschein mehr und lässt mich kein Moped ausparken. Ich bin beim Hotel. Okay, warte, Schandl, ich hol mich ab. Guten Abend. So, ich muss mal los. Ich muss meine Freundin vom Hotel holen. Mein Tinder-Date. Sehr. Andy und ihr, ihr könnt alle mitfahren, wenn ihr wollt. Ich hab genug Platz für euch. Ein Hund mit mir. Lass mal den Finger knacken, vielleicht hörst du dann die alle anderen. Ja, ich hör hier auch niemand mehr. Ich hab mich im Zimmer freuen. Lass mich den Finger knacken, hab ich auch schon. Danke, wir spannen der vorne. Vorne. Ach nee, diese blöde Lampe muss natürlich genau vor meinem scheiss Auto stehen, ne? Es wird so typisch. Wie geht der Hund jetzt eigentlich? So. Ach nee, genau jetzt läuft mein Führerschein ab. Ich glaub es hackt. Oh nee, du. Also jetzt könnte ich echt katzen, du. Jetzt ist mein Führerschein abgelaufen. Wo ist denn der Andy hin? Andy, hallo? Entschuldigung. Andy, oder David? David? Ich war gerade eben im Ghetto und wollte mich für die Familie bewerben. Wollen Sie einen Führerschein haben? Ja, ich wollte mich für die Familie bewerben. Ich mach jetzt einen Führerschein. Jetzt ist grad schwer, Leute. Ich muss da jetzt eben gucken, dass ich da irgendwie hinkomme. Genau jetzt läuft mein Führerschein ab. Das gibt's doch gar nicht. Welche Familie denn? Ich kann deinen Führerschein geben. Ich glaub, die heißt 102. Kannst du den geben? Was? Also wenn du mir den übergeben könntest, nimmst du dir noch zwischen an. 102 heißt... Äh, Jens, noch ne Sache, falls du gerade im Funk zuhörst. Der Herr mit dem, wo wir gerade geredet hat... Ja? Der hätte auch Interesse der Familie beizutreten und meinte, falls Interesse besteht, da er ja schon in etlichen Familien war, könnte er ja auch eventuell nützlich sein für den Aufbau und so. Wäre auch nicht schlecht. Ich brauch die Wärme zu beaufbauen. Das wäre auch nicht schlecht. Ey, wollt ihr mitfahren, oder? Der hätte auch Interesse der Familie beizutreten und meinte, falls Interesse besteht, da er ja schon in etlichen Familien... Unglaublich. Weil er so offensichtlich Stream snipen kann, ist halt unglaublich. Der, der dreht ja sein Handy auf 150.000 Prozent. Ja gut, ich fahr jetzt einfach los. Ich hab nen Führerschein bekommen, ich fahr jetzt einfach weg da. Du steigst mir hinten nicht ein. Jeder Stream Sniper. Was ist denn da drin? Hallo, wer sitzt denn da drin? Hallo? Können Sie bitte aussteigen? Hallo? Hallo? Ja, der Herr, hallo? Hören Sie mich nicht? Ja gut, dann nimm ich sie halt mit. Ich schmeiß sie halt irgendwo raus, Bastje. Ich schmeiß sie halt irgendwo weg. Das ist der Stream Sniper von vorhin. Ich hab so ne richtig geile Idee. Achso, Stream Sniper. Dankeschön an den Admin. Ah, das ist äh... Dankeschön, Tom. Dankeschön. Ist doch ein Admin heute da, der über mich drüber guckt. Das ist nett. Danke, Tom. Stream Snipen. Das ist nett, mein Lieb. Schau. Ich hab heute nicht mal gesagt, dass ich jetzt um diese Uhrzeit streamen mit Grand-RP. Also das ist mal echt gut. Also da geht wirklich kurz raus an die Admins, die hier trotzdem da sind, obwohl ich nichts gesagt hab. Liebe. Ich muss jetzt nämlich zum Hotel, ich muss Schandl abholen. Kannst du mit E rauswerfen. Danke für die Info. Wäre ich machen. E? Mit E? Ne, mit E kann ich jemanden rauswerfen. Mit G, glaub ich, ne? Mit G kann ich jemanden rauswerfen. Den Andy könntest du echt befördern, der macht das echt gut. Ja, find ich auch. Also der Andy, der ist echt ne nice Socke. Aber der ist jetzt leider verschwunden und ich fand den auch nice. Und das geile ist, dass ich nicht streame, ist das halt auch besser. Äh, mit der Gang und so weiter. Aber sobald ich streame, hab ich natürlich Stream Sniper am Poppes. Aber die Admins gucken halt eh drüber. Aber trotzdem ist das spielbarer, weil ich nicht streame, ganz klar. Und dann kannst du hier auch was geiles aufbauen an sich. Ist halt Off-Stream dann auch geiler, so zu zocken. Da hab ich mir vorbeigefahren, ne? Hier oben ist das Hotel. Da holen wir mal unser Date ab, Leute. Aber der Andy, der macht das echt gut. Der hat mir gefallen. Also bis jetzt sehr komplizierter Eindruck. Den kann ich mir auch gut vorstellen. So in der Führungsetage war 102. Die 102, geil. So, schau mal, ist Schandl da. Ich hoffe. Ich hoffe, mein kleines Schandlchen ist hier. Schandl Bundle in Richmond Hotel. Ich bin schon da. Oh, da ist sie schon. Da sehste schon. Hallo. Guten Tag, junge Dame. Mein Tinder-Rate vom letzten Mal. Doch, doch. Oh, wie geht's? Hallo. Hallo. Hörst du mich nicht? Doch, mal sprichst du gerade. Hörst du mich jetzt? Ja. Ja, hallo. Da bist du wieder. Mein Tinder-Date von damals. Schön, dass du uns wiedersehen. Ja. Es freut mich. Bravo. Oh, warte mal. Warte mal, war das der Kollege von vorhin? Mal gucken. So, wie geht's denn dir? Ja. Perfekt. Und dir? Ja, auch gut. Ich hab jetzt meine eigene Familie aufgemacht und gegründet. Ach so. Ja. Eine eigene kleine Family. Ich kann dir diesmal zeigen. Ich kann dich auch gerne zu meiner Familie einladen, wenn du drauf Lust hast. Ja. Also wenn du drauf Lust hast, ne? Ja. Also du musst mir sagen, wenn du Lust hast, lade ich dich ein. Ja. Ja. Ja, da muss ich mal gucken. Aber ich muss nicht aufpassen. Ich kann euch gerne mein neues Haus zeigen. Ich hab jetzt, ich bin jetzt endlich nicht mehr obdachlos. Wenn ich was kennengelernt hab, war ich ja obdachlos, ne? Ja, stimmt. Ich hab jetzt ein Haus. Nur ein Problem haben wir, wenn wir zum Haus hinfahren. Um 22 Uhr geht dort die Post ab. Dort ist in dem Assi-Viertel immer was los. Ich wurde heute schon zweimal angeschossen. Von du halt zweimal im Wohnen gelegen. So ein bisschen problematisch dann, ne? Okay. Wollen wir denn überhaupt dort hin? Das ist jetzt halt die Frage, ob wir das wollen oder nicht, ne? Ich hab's nie mehr. Warst du das? Der wird geschossen. Der wird scharf geschossen. Schau mal ob der Andy da ist. Der Andy ist ein guter Flitze. Wird auch wer den Führerschein gerade geschenkt? Ich wusste gar nicht, dass man den Führerschein auch schenken kann, ne? So. Hallo. 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 Ey, danke dir mal für den Führerschein. Soll ich dich zur Führerscheinstelle bringen, wo du jetzt keine mehr hast, ne? Ja, wäre gut. Ja, du hast mir ja geschrieben, ich sollte dich abholen, ne? Aha. Also irgendwas sollte ich abholen. Das machen wir doch. Kein Problem. Ja, natürlich. Wir hören uns alle wieder. Ach, warte. Scheiße, das Ding ist wieder zu. Warte, da brauchen wir ein bisschen einen Anstübse. Genau. Und dann können wir einsteigen. Das Problem ist, die Tür ist ein bisschen problematisch. Da wird rein, da in die Ola. Genau. Dann fahren wir los. Ja. So, die Türen lassen wir einfach offen. Also, äh, du Chantal, die muss ich auch noch zur Führerscheinstelle bringen, wo ich gehört. Chantal, hallo. Chantal, hörst du mich? Ich glaube, die Chantal hört mich nicht. Chantal, hallo. Wer ist denn Chantal? Seid ihr denn noch alle im Funk? Ja, ich bin im Funk. Hallo? Ah, ja, ich bin auch gleich wieder Richtung Hauptplatz auf dem Ding. Hallo, ich habe mich. Äh, wir fahren also ganz schön zur Führerscheinstelle. Ja, ja. Ich warte dann dort auf euch, ne? Ja, ja, ja. Das wäre doch so schön, wie wir die Intense haben. Dann geht's los. Man könnte sich einen im Dark Web wie auch illegal kaufen für 10.000. Aber... Ja, für 10... Im Dark Web, wie kommt man da rein überhaupt? Auf dem Handy geht das? Oder einfach ins Dark Web rein, oder was das? Ja... Handy. Aber wir sind ja noch für 10.000. Oh, das wäre auch nicht schlecht, ne? Beim illegalen Markt am Handy. Ja, aber wenn ich dann noch mit angehalten werde, habe ich noch ein Problem, oder? Ne, eigentlich nicht. Okay. Gut. Egal, trotzdem danke. Tschüss. Ja, bitte. Chantal, magst du auch den Führerschein machen? Ich habe nur gerade gekauft. Achso, du hast jetzt gekauft. Na, perfekt. Perfekt. Achso, du hast jetzt gekauft. Ich bin nicht. Ach, statt der Regeln jetzt machen, was ich nicht eingebracht habe, ne? Na ja. Sollen wir auf ihn warten, oder? Wir sind einfach fahren. Guck die falsche Hose an. Wie tut die falsche Hose an? Kannst du mal die Hosen ausziehen, dass ich mal gucken kann? Also natürlich, ob die Hose schön ist, oder nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie du auch eine Hose aussiehst. Wir sind aber auch mal Schlüpper. Ich habe nichts, was Schöneres vorgestellt. Geht sie einfach mit der Oma Schlüpper rum. Ich glaube es nicht. Ja, passt sonst. Stell dich mal ein. Warte mal. Ich will nur einsteigen. Ich stelle dich gleich ein, ne? Kannst du mir vielleicht 100 Dollar leihen? Du, wir können auch den Führerschein kaufen, wenn du willst. Pass mal auf. Du hast mir den Führerschein gegeben, ne? Ja. Ich gebe dir den sonst zurück und ich kaufe mir einen. Pass auf, das machen wir so. Okay, ja. Führerschein. So, dann David. Eist du David oder David? David. David. Okay, warte. Dann gehe ich mir jetzt meinen kaufen. Ja, danke. Ja. Ich habe mal Dark Web Anzeige. Bunker Einstellungen. Ah, hier. Illegaler Markt. Ah, hier. Führerschein für 10.000. Das ist ja geil. Das kostet 10.000 im Dark Web. Das ist ja geil. Gefälschte. Polizeiliche Dokumente, alter. Das wusste ich gar nicht. Papier für Geld. Luft. Ich kann dir alles kaufen, was ich will. Muss ich gar keinen Führerschein machen. So, perfekt. Warum fahren sie mir hinterher? Hallo? Fahr uns wahrscheinlich den ganzen Tag hinterher. Ich weiss nicht, was das Problem ist. Wie schön. Du schon toll. Stell ich mal ein. Wir fahren. Was haben sie zur Frage gefragt, ja? Bitte, was wollen sie von mir? Leute, wo habt ihr euch alle versteckt? Dann komme ich mal zu euch. Ja, wir sind gerade nicht versteckt. Wir sind da gerade am Führerscheinstellen. Alles klar. Dann komme ich da auch mal kurz hin. Wir treffen uns doch anders. Es ist gerade ein bisschen was los. Äh. Ich sag gleich durch, wo wir treffen. Ich hab ne Idee. Alles klar. Wir treffen uns an einen Ort, wo wir hinfinden, ja? Okay. Hoppala, hab ich mir mitgenommen. Scheiwäsche anmachen. Habe ich, glaube ich, ne Salmonelle. Salmonelle habe ich gerade gehört. Vorstehen. Oh, das ist aber... Ups. Ja, passiert ab und zu. Der ist aber halt schlug. Ja, der ist selber schlug. Wir treffen uns halt hier, ne? Ich glaube, hier ist ganz gut. Da ist nichts los. So. Äh, gut. Ich weiss nicht, wo wir uns treffen. Ich bin gerade am Burgershot. Wenn man da Richtung, äh... Richtung Strand fährt. Da ist auch, glaube ich, ein Lieferservice. Dort können wir uns treffen. Okay, ich bin unterwegs. Jawohl. Gut, dann warte ich hier mal. Soll ich mal einstehen bei mir? Weiß ich dir Lust drauf? Ja. So richtig rockig? Ja. Ja, dann machen wir das doch mal. Willkommen in der Familie. Du musst das annehmen, ne? Willkommen. Mhm. Freut mich. So. Ich schreck die Tür noch nicht zu. Du kriegst die Tür nicht zu. Diese blöde Tür. Hier kann ich Fahrgäste. Kein Fahrgast. Ah. Das kann ich einstellen. Gut. So. Dann warten wir hier ein bisschen. Hier machen wir einen kleinen Treffpunkt. Warte. Möchte ich das Hallo sagen. Entschuldigung. Hallo. Guten Tag. Ja, hallo nochmal. Alles gut. So, warten wir doch ein bisschen. Sneakers Eis. Danke für zwei Euro. Ole. Hi, mein Hund. Ja, das ist wieder sehr schön, wenn ich das vorlesen darf. Das ist, weißt du, erst so voll... Urlaub, äh, Dings, das ist nicht schön. Was ist denn das denn? So, der sucht glaube ich sehr Euro. PUBG Server mit einem Preisboot von 20.000. Das ist ja geil. So, ähm. Neuäge. Stabilanz-Typ. Würdest du für mich, äh, den Furlan grüß? Das ist mein Florian. Kein Problem. Schaue dich seit LSPDFA-Zeiten und feier dich nur. Dankeschön, Captain Bad Morty. Ähm. Da können wir uns echt befreundet machen. Das ist echt gut. Das haben wir auch vorgelesen. Didi haben wir vorgelesen. Ähm. Puma, die Sascha haben wir vorgelesen. Das haben wir zu uns gucken. Käse haben wir vorgelesen. Äh. Tim Sebastian Fuß. Bin gerade auf Klassenfahrt. Guck in der Videoschool. Das geht raus an die Klassenfahrt, Leute. Daniel Recktenwald. Ist der Beste aller Zeiten. Gönn. Weißt du für was. Dankeschön. Krankenhaus AP. Motor reparieren bei der Tuning-Werkstatt. Dann zieht der nicht mehr so viel. Tank und ist schneller. Ja, das ist, das ist egal. Und froh, wenn er, wenn er Überpferderwagen. Didi. Kannst du mich und Juliane grüßen, bitte. Grüße mal Juliane und den Didi. Olli Klabe mit 28 Euro mit Fies. Danke für den lustigen Abend und für das geile Auto. Kuss, Kuss Olli. Das war, ey Olli, das ist das beste Auto, aber ich wusste, du hast das nicht. Ich habe überlegt, welches Auto kann Olli noch nicht gekauft haben. Das war einfach das hässliche Entlein. Ich dachte, das kaufe ich dir einfach. Ey Olli, du kannst dich freuen auf die nächsten Autos, für das nächste Auto-Update. Ich kann dir schon so viel leaken. Es wird eine Ente geben. Andel die Ente als Auto. So, den werde ich dir auf jeden Fall als nächstes Haus geburtstagsgeschenk kaufen. So, Didi. Wie noch was ist denn? Dankeschön. Liquid Viper. Hey, bisher wieder ein super Stream. Ich muss morgen erst ab 18 Uhr auch arbeiten. Daher kann ich lang machen. Dankeschön. Freut mich. Stefan Kohn, kannst du Ria grüßen? Das ist meine ich. Ria. Rainslower, ne Rainslower. Danke fürs das Wippwerden nochmal. Cozy von Bia. Ich finde das ist mega. Mach weiter so, Bufi. Dankeschön. Ich habe das immer alles vorgelesen, ne? Ja. Falls ich irgendwas vergessen habe, tut es mir leid. Mir kommt vorher, ich habe bei Pia alles vorgelesen. Ja. Ich habe hier alles vorgelesen. Ich sehe jetzt nichts mehr, was ich vergessen habe. Bluefests haben wir vorgelesen. Gamergeek habe ich vorgelesen. Slauens haben wir vorgelesen. Dominik Köller haben wir vorgelesen. Schwimmste Albtraum. Ja, ich habe alles vorgelesen. Ich bin echt. Heute bin ich gut drauf, Alter. Heute kriege ich das richtig gut hin. Heute bin ich gut drauf. So. Falls ich mich vergessen habe, tut es mir echt leid. Es ist heute wieder sehr viel unterwegs gewesen. Oh, schau, da ist der Andy. Darf ich dir mal vorstellen? Chantal, komm mal mit. Das ist der Andy. Der ist sehr kompetent. Ich kenne ihn zwar noch nicht lang, aber er ist ein sehr kompetenter Mann. Hallo. Ja. Hallo. Hallo. Ja, der Andy, der ist auch drin bei uns in der Gang. Den habe ich... Ich glaube, ich habe dich als zweiter oder dritter erst eingestellt, gell? Nee, ich bin tatsächlich ein bisschen später gekommen. Warum? Da war ich gar nicht da, oder wie? Da war die Familie zwei oder drei Tage alt, was mir gesagt wurde. Ja, echt jetzt? Ja, weißt du, was derzeit ist so, dass ja unsere Familie komplett offen ist. Das heißt, jeder kann jeden einladen, theoretisch, ne? Das möchte ich ja dann ändern. Ja, genau. Genau, das will ich ja dann ändern, dass wir da ein bisschen Übersicht haben. Ich fand das auch sehr gut, wie du das gemacht hast. Also, ich wollte dich mal fragen, ob du da vielleicht irgendwie Lust hättest, hast du das dann zu übernehmen so gesehen, dass du der, sag mal, offizieller Einsteller bist, dass man dich ein bisschen hochschraubt, weil du sehr professionell gerade mit der ganzen Sache umgegangen bist. Danke, das freut mich, wenn der Umgang so gepasst hat. Das einzige Problem ist, unter der Woche bin ich sehr eingeschränkt. Ja, das ist ja kein Problem, du. Wenn der so ist, das ist ja kein Problem. Du, wir kriegen das sowieso hin. Wenn wir da ein paar mehr Leute finden, die ein bisschen was im Kopf haben, passt das ja, ne? Ja, ich sag's mal so, ich hab heute auch mit Herrn Hartmann schon etliche Zeit gesprochen. Der ist auch ziemlich gut. Und die Frage, was wir noch gehabt hätten, wäre, wir haben ja im Haus da den Schrank. Genau, ja. Und zwar, ob man da irgendwie noch was machen kann, dass da zwei, drei Leute eventuell drauf Zugriff haben. Ja, natürlich. Vorsicht nicht, dass der Bus dich wegschiebt. Ne, alles gut. Ich könnte ja sonst das mal geben, ne? Dass wir da irgendwie den Rang erhöhen, dass du da mal Zugriff hast auf das. Das würde es dann nur Leuten geben, wo man nicht vertrauen kann, ne? Ja, weil, vor zwei Tagen zum Beispiel, da hatten wir am Nachmittag das Problem, da wurden wir vier Stunden lang weggeschossen. Da hab ich dann auch, weil ich ein bisschen was noch auf der Bank hatte, für 200.000 oder 300.000 für die Jungs und mich noch Waffen mit Munition besorgt gehabt, dass wir wenigstens außen ein bisschen verteidigen konnten, lauter so kleine Spielereien. Das, was ja gar kein Problem ist. Das einzig doofe, sag ich mal, war halt, dass wir nichts im Außen Schrank rausholen konnten. Ja, gut. Ein Revolver liegt schon drin, den hab ich hier reingelegt. Achso, ihr könnt's auch ein reinlegen, wo ich's rausnehmen, ne? Genau, reinlegen kann jeder, was ich gesehen hab, nur um's herausholen ist gegangen. Oder willst du, dass jeder rausnehmen kann auch? Oder findest du auch blöd? Ne, würde ich nicht sagen, weil sonst ist das Lager regelmäßig leer vermutlich. Ne, da mach, pass auf, ich stell da schnell ein, ne? Mach mal das gleich, ich beauftragte da mal schnell jemanden Worte ganz kurz. Äh, Familienmanagement, Rollenverwaltung, wenn wir Probe und dann haben wir Mitglied. Einladung in die Familie, Fahrzeug in die Funkrechte. Da müssen wir, ähm, plaudern mit der Familie. Ist jetzt ein Sammelpunkt. Schicke Schuhe! Äh, meine? Ja. Nett, oder? Einflussgebiete. Da muss ich glatt aufpassen, dass sie mich nicht beißen. Stimmt, du hast gar keine Ahnung. Doch, ich hab schon Schuhe an. Echt? Ja. Da sind meine Augen ein bisschen kaputt. Also ein Rang, Schlüssel zu Familienfahrzeugs. Jetzt hab ich sie nochmal neu angezogen, vielleicht. Ja, jetzt. Ja, ja, ja. Abheben und Gewinn von dem Einsammeln, dann teile ich mich schon. In der Besitzverwaltung von Waffendepots. Ah, Verzug aus, Steinraube, Verlauf und Lade, Entnahme von Waffen, Familienmitglieder auf der Karte anzeigen. Ah. Das ist wichtig. Verkauf und Familienbesitzer vertreten, dann von mir im Chat schreiben. Meeting Point. Moment. Setzen. Und sonst einen angenehmen Tag gehabt. Ja. War ganz nett. Das hört man doch gerne. Ja, Arbeit war ein bisschen stressig, aber sonst alles bestens. Super. Muss ich sie mal befördern. Ah. Sie warten mal. So. Äh. Das machen wir gleich. So. Ich beförder dich mal. So. Ich beförder dich jetzt auch mal, ja. So. Theoretisch müsstest du jetzt dann Zugriff haben auf mehrere Sachen, auch auf den Schrank. Okay. Dankeschön. Also ich glaube jetzt bist du Mitglied, ne? Ich schau mal ganz kurz, ob das bei mir auch schon drin ist. Ja. Ich sehe mich auch als Mitglied. Perfekt. Perfekt. Ja. Das ist nämlich dann sehr gut, dass das funktioniert. Jawohl. Gut. Aber was mir auch schon generell aufgefallen ist von den Leuten, wo jetzt in der Familie sind. Ja. Da wurden auch etliche eingeladen, die wo noch mit so einem Entchen vergleichbar sind. Und das von der Stimme ist ja wie vom IQ. Ja. Verstehe ich. Verstehe ich. Ne, deshalb habe ich auch gesagt, zuallererst würde ich mal ein paar Leute, so gut wie es geht, so viele Leute wie möglich machen, ne? Und die dann halt rausschmeißen, die dann halt nicht passen. Und die, die bleiben, die bleiben dann einfach. Und dann gucken wir einfach mal weiter, wem wir was geben, ne? Für Rechte, dass wir dann weiter einstellen und dann dürfen die, ich sag mal, untere nicht einstellen, ne? Das ist eigentlich der Plan. Ja. Dass wir mal das hier so schnell vergrößern, wie es geht und dann kommt man ja immer drüber und drunter und dann kriegen wir das schon hin. Irgendwie bekommen wir das schon auf die Reihe. Ja. Äh. Ja, der David, der David Burns fragt hier, jeder will einstellen. Sollen wir eigentlich jeden in der Familie, oder will ja, ist was besonders. Der möchte halt, glaube ich, alle einstellen, so. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ähm. Was wollen wir das hier nochmal? Mal. Also, ich schau nochmal kurz ins Tablet. Da haben wir ja mittlerweile irgendwie auch Familienmanagement gehen. Da haben wir vier Ränge, haben wir. Da muss ich nochmal gucken, für was alles ist, ne? Da muss ich mich mal einlesen, ein bisschen. Ich mein, bis auf, bis auf ihr zwei sind jetzt ja alle auf Probe, ne? Ja gut, hier sind 18 Personen erst. So gross ist es noch gar nicht. Hallo? Ja. Ja. Hat man mich gar nicht gehört, Karl? Doch, mit 18 Leuten. Achso, ja. Also 18 Leute sind wir gerade. Insgesamt. Also das ist noch nicht so gross. Ich habe jetzt geschaut, wir hätten vier Ränge frei, jetzt haben wir erst zwei Ränge in Benutzung, so wirklich, ne? Also da können wir noch viel draus machen. Ja. Ich habe jetzt erstmal Mitglied und die anderen sind ja alle noch auf Probe. Muss man ja noch gucken. Ja, genau. Also ich sag mal so, beim Herrn Hartmann hätte ich jetzt auch keine Bedenken als Mitglied. Ja, aber da musst du ja auch mal als Mitglied einstellen, das ist kein Problem, wenn sie doch sagen. Also ich habe jetzt nichts Negatives mit ihm mitbekommen. Er war heute Nachmittag auch dabei und ja. Und eine Sache gäbe es noch mit dem Herrn, wo wir gerade im Wasser geredet haben, da würde ich dir die Nummer gleich noch weitergeben, weil der würde uns auch gerne helfen, die Familie aufzubauen, der war auch schon, meinte er zu mir in mehreren Familien und könnte eventuell hilfreich sein, wenn ich dir da die Nummer weitergebe, dass du mal mit ihm noch mal telefonierst. Ja, ich würde ihn direkt anrufen, der hat auch sehr kompetent gewirkt. Also ich finde das nicht schlecht, wenn man Robin hat, der das auch mitmacht. Wir wollen ja ja was richtig großes Ei aufziehen, ne? Ja, so gut wie es halt geht. Ja, gut, dann ich mach mal mein Phone auf, ne? Jawohl. Die Nummer wäre dann die 169 00. Äh, den kann ich nicht anrufen. Also 169 00 steht bei mir, geht nicht dran. Weil der hat mir gerade nochmal eine SMS geschrieben. Sind Sie sicher, dass es 169 00 ist? Das war die sehr, sehr kurz die Nummer. Also vor zwei Minuten hat er mir noch geschrieben, dass er noch eine halbe Stunde ungefähr da ist. Ja, vielleicht ist es auch gegangen. Ich schreibe ihn mal zurück eben. Ja, ja. Ruf ihn doch mal an, probieren wir, ob es geht. Ja, dann ruf ich ihn mal ganz kurz an. Ja, klar. Warte mal. Oder am besten, gib mir mal deine Nummer, dann schreibe ich ihm die, dann kann er dich anrufen. Ja, klar. Warte mal. Geht das nochmal schnell meine Nummer geben? Ah, hier. Osspicker? Server 2 ist das, Leute, ja. Steht doch oben rechts. Man sieht immer oben rechts, ob ich im Server meinst. Ich bin Server 2. Ach, 169 00. Sag doch gleich. Schau mal. Er meinte nämlich, woher ich das gemacht habe. Ich dachte 169. Hey Jens, findest du deine Nummer gerade? 69, 9, 0. Ja, warte mal ganz kurz. 169, 0 war das. So. Ey sag mal. Ey, hast du die Nummer nicht gerade bekommen von mir? Ah, ich habe sie gerade gesehen. Dankeschön. Ja, bitte. Pass auf, hast du 169, 0 gesagt? Weil ich habe 100 nicht eingegeben. Ich habe 169 eingegeben. Es wäre die 1, 0, 0, 6, 9, 0, 0. Ja, ich habe nämlich, ich habe nämlich, du hast nämlich gesagt 100 und dann 69 und ich dachte, das wäre die 169. Sonst dachte ich mir aber, warum ist die Nummer so kurz? Ich habe 100, 0, ok. Dort ist klar, dass keiner rangeht. Ich bin komplett bescheuert, aber ich probiere nochmal. Alles klar. Ja, das wollen wir wieder komplett. Dann warte ich mit der Nummer schicken, schnell. Vielleicht geht er ja gleich dran. Komplett los, aber er hat 169 gesagt. Ich glaube, der geht nicht ran. Das wäre Schandles Nummer. Die Schandles Nummer wäre 169, 69. Das wäre eine schandeleere Nummer. Lenny, moin. Kennst du mich noch und kannst du mich grüßen? Lenny, Gruß und Kuss geht raus. Ich kenne dich noch, natürlich. Ne, der geht nicht ran. Leider. Hab ich gerade zweimal probiert. Geht nicht. Okay, dann schicke ich ihm mal deine Nummer weiter. Oh, jetzt gehen wir mal hin. 2 und 3, danke für den Euro. Also ich muss sagen, wir haben es hier komplett ruhig hier gerade. Ich dachte, da kommen 50.000 Autos her. Ja, irgendwie schon. Das ist echt angenehm gerade. Wirklich angenehm. Ich hätte gedacht, dass hier mehr um die Uhrzeit essen gehen. Ja, dachte ich auch. Weil hier auch die ganzen Foodtrucks stehen und so. Du Schandle. Ah, wenn es eh gerade so ruhig ist. Willst du den Sportflitzer mal testfahren? Den will ich testen, natürlich. Aber da haue ich guten Sprit rein für dich. Den bezahle ich dir gern. Achso, ich habe den Herrn Hartmann jetzt auch Mitglied gemacht. Nur, dass du es weisst. Okay. Der ist jetzt auch dabei als Mitglied. Er braucht ja irgendwelche besonderen Rechte. Falls du irgendwas weisst. Dann lass es mich wissen. Alles klar, mache ich dann. Ja, weil ich habe jetzt ein bisschen was für euch eingestellt. Ihr könnt jetzt auch aufs Tresor und alles zugreifen. Sollte es jetzt die Schlüssel gerade bekommen haben. Ja, habe ich bekommen. Ist das ein Viersitz, oder? Schauen wir gleich mal. Darf ich die Chantal mal mitnehmen? Ich komme dann gleich wieder. Jo, Jo. Könnt ihr auch beide Probe fahren? Ja, Chantal, steck mal ein da. Wir kommen gleich wieder. Ja. Ne, der meinte, ich soll den... Ach du Scheiße. Der meinte, ich soll den Probe fahren, den Wagen. Sollte er schnell sein. Sollte er 300 fahren. Also 300, über 300. Alter, schnell. Holy Shit. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ah, das ist wirklich schnell. Wenn ich da jetzt noch Premium reintanke, fährt der wirklich seit 300. Also das Mamba-Chef. Wir tanken mal Premium. Also wenn der 300 fährt, dann staune ich. Schau, dem Jungen, den gönne ich jetzt mal. So. Erstmal Premium kaufen. Ja. Und dann wird hier noch Reparatursatz gekauft. Ich reparieren sogar für ihn, wenn es geht. Ah ne, das geht gar nicht. Scheiße. Ah doch, das ging. So, Reparaturkasten. Hä? Hallo? Jetzt geht es so. Fahrzeug reparieren. Ja, ich würde ja... Bruder, was ist denn los? Jetzt aber so. Geh. Fahrzeug reparieren. So, reparieren wir die Kiste nochmal und dann ist alles schick und schön. So. Und dann kann man die noch schön wieder zurückgeben, den Wagen. Er hat ein Repkennzeichen, aber das ist ein generiertes, ne? So, schauen wir mal. Also theoretisch muss das Ding jetzt richtig flitzen. Laut Angaben soll er 300 fahren, der Wagen. Und das testen wir jetzt. Ich hab da jetzt Premium-Split drin. Ah ne, da vorne bist du ja abgebremst. Och ne. Das liebe... Es ist an der Stelle, warum verliere ich an der Stelle immer mein Auto? Eh, hallo? Oh, hallo. So. An der Stelle verliere ich bei mir immer mein Auto. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht war ja mal zu schnell für das System. Ich war einfach zu schnell, Bruder. Ich war einfach zu schnell. René Halberwelt. Ich bin Fan. Schickst du mir eine Autogrammkarte oder machst du sowas nicht? Vor allem finde ich cool, wenn du das machen würdest. Wir machen immer Autogrammkartenaktionen im Shop, wenn es geht. Die haben wir eigentlich fast jedes Jahr. Und sonst haben wir halt immer dieses VIP, wo wir immer Autogrammkarten mit versenden. Aber wir hatten auch damals ein Postfach, wo ich auch Autogrammkarten zurückgesendet habe. Das hütte ich auf. Das Problem ist, wenn ich jetzt einmal eine Autogrammkarte sende, dann müsste ich alle eine Autogrammkarte senden. Das scheiße. Deshalb hatten wir damals das sogar mit einem Postfach, wo mich halt wer angeschrieben hat, auf eine Autogrammkarte, da habe ich halt eine zurückgesendet. Aber wenn ich halt online sage, ja jeder bekommt jetzt eine Autogrammkarte, dann habe ich ein Problem mit, weil da komme ich glaube ich nicht mehr nach. Dann wäre das zu viel, glaube ich. Dann müsste ich jetzt allen 4000 Zuschauern eine Autogrammkarte senden. Das meine ich damit. Das ist immer das Problem. Deshalb habe ich das so gemacht, dass das bei diesem fetten VIP-Pack habe ich das drin. Und sonst halt ab und zu, wenn ich diese Merchaktion habe, dass ich mal eine Autogrammkarte beilege, dass es da Autogrammkarten wieder gibt. Und sonst habe ich halt damals mein Postfach gehabt, was ich leider nicht mehr habe, aufgrund von einem Postler, der ein bisschen gestalkt hat, leider. Weil sonst wäre das schön gewesen. Stell dir vor, dass ich ein Postfach schreiben könnte, hätte ich einer zurückgesendet. Das finde ich halt schade. Ich würde empfehlen, um die Gang zu machen, wenn alles geordnet ist. Mit die E-Fung. An der Discord. Jetzt habe ich aber meinen Discord, ne? Also ich fahre damit auch keine 300, ehrlich gesagt. Ich werde vielleicht ein bisschen kaputt machen, aber sonst. Also auch mit Premium-Kraftstoff fährt er seine 300 nicht. Und der ist full-tuned, hat er gesagt. Also das ist immer das schnellste Auto, ist doch immer der Lamborghini Huracan, wenn er kaputt ist. Das ist immer das schnellste Auto. Aber trotzdem bin ich nie halbe Welt. Kuss geht raus an dich, wirklich. Kuss, kuss, kuss geht raus. 2.50 Uhr ist es gefahren. Chef, denn hätte ich ja gerade per SMS zurückgeschrieben. Du hast den Nichtstörtenmodus scheinbar beim Handy drin. Der war nur bewusstlos und wäre jetzt wieder erreichbar. Ach so, okay, mache ich. Danke. Ich komme auch wieder zurück, ne? Alles gut. Da sind auch noch zwei Leute da, die gerne in die Familie möchten. Ich habe gesagt, Chef ist auch gleich da. Kannst du dir selber auch mal anschauen. Jawohl, perfekt. Oh, mein Handy ist auf stumm. Das kann sein. Da habe ich nicht nachgedacht. Also 2.50 Uhr fahre ich damit. Schneller geht der Wagen nicht. Ah, wobei. Ah, 2.70 Uhr. 2.70 Uhr bin ich gefahren. Geil. So, ich habe den dir wieder schön hergestellt, ne? Ah, da seid ihr ja wieder. Und was sagst du jetzt zum Auto? Ich bin 2.70 Uhr gefahren. Also ich habe ihn auf 2.50 Uhr, 2.60 Uhr gebracht. Ja, eigentlich fährt er doch 2.50 Uhr, 2.60 Uhr. Ich habe jetzt getankt. Ein Premium-Kraftstoff, der fährt 2.70 Uhr, 2.60 Uhr, 2.50 Uhr meistens, ne? Also, ist nicht ganz so schnell wie mit 300. Weil das 300, was die anderen gesagt haben, konnte ich irgendwie nicht ganz glauben. So, aber ich habe ein Auto, das fährt 400, wenn man es kaputt macht. Was? 400? Oh mein Gott. Aber das ist mein, mein, äh, mein, was ist das nochmal? Mein, äh, oh, was, Performante habe ich. Hurra, kein Performante. Der fährt 400, wenn man den richtig macht. Der, wo unten in der Garage steht, oder? Ja, 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 genau. Steht unten in der Garage. Genau. Mit Montag-Kennzeichen drauf. Guten Tag, die Damen. Wie kann ich Ihnen hilflich sein? Hallo, im Denken. So, die Herren, das wäre der Chef. Guten Tag, ich bin der Chef. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir würden uns denn bewerben? Ja. Wollen Sie sich bei uns bewerben? Bitte, was sind denn, was sind denn Ihre, Ihre Können? Was, was macht sie aus? Äh, also ich kann ganz gut Autofahren und ich kann mit dem Team arbeiten und so. Also ein Problem, was die man nicht ausmacht, ist, sie hören sich an, als wären sie irgendwo in der Decke. Oh nee, das kann ich nicht hören. Also wir müssen ja mal weg. Oh nee! Krieg ich noch einen Copyright-Strike? Was, ich kann den ja mute, ich trottel. Ich mute den einfach. Ja, da habe ich bei Twitch nicht das Problem, wenn ich sowas habe, so n' Dings. Oder mal das hier unten. Ja, ich habe gerade Reha-Gefahren, nicht, dass der auch zuguckt. Ja, das ist besser, oder? Ich höre sie ganz schlecht, ist das Problem. Ja, ich höre sie auch nicht schlecht. Nee, aber sie hören sich ganz dumpf an, als wären sie unten an der Decke oder so. Äh, komisch, ja. Ganz komisch. Ja, was ist jetzt Ihr Kollege? Das ist jetzt der Ome, oder was? Da kann auch kein Runde herkommen, ich, kein Problem. Da tut man sich gar nicht weh, ich habe gedacht, da tut man sich übelst weh, aber das geht volle Kanne. Hallo! So, was sind Ihre Präferenzen, was können Sie denn gut? Was ich gut kann? Ja. Ich kann gut Autofahren. Autofahren? Schießen können Sie gut. Und Sie haben einen Hund da. Auf uns sind wir mein Hund, warten Sie mal. Wenn Sie ein Hundeliebhaber sind, gucken Sie mal, das ist mein Hund. Wer heisst er denn? Ja, Rainer heisst er, mit A-I ganz wichtig. Der ist der Ganzen. Ja, das ist ein Süßer, ne? Ja, also bei uns ist Kompetenz an erster Stelle, wir haben heute schon gekündigt, weil der irgendwen von einer anderen Familie geschlagen hat, das ging gar nicht. Okay. Ja, also Kompetenz ist bei uns an höchster Stelle, wir sind ja gerade noch im Aufbahn. Ich meine, derzeit nehmen wir eigentlich alles, was wir kriegen können, ne? Okay. Also wenn Sie dabei sein würden, hätte ich kein Problem mit. Ich würde schon gerne dabei sein. Sehr gerne. Ja gut, dann schließe ich Sie jetzt beide ein, wir kommen in der Familie. Und ich hoffe auch noch eine schöne Zusammenarbeit. Wie gesagt, wir nehmen derzeit alles an, was nicht auf drei beim Baum ist. So, Sie lade ich ein. Und Sie lade ich auch ein. Vielen Dank. Wichtig ist so, dass Sie keine Scheiße bauen bei uns, dass Sie alle immer aufrecht sind, die Richtigkeit machen und nicht irgendwelche anderen Familienmitglieder schlagen wollen. Wie gesagt, das hat man heute schon Fall. Dass Sie halt da wieder raufkommen irgendwie. Ich muss mal gucken, dass wir da, äh, in diesen blöden Typen, die da die Musik anhatte. Unglaublich. Nein, zu weit weg, das kann sein. So, ich hab die mal angestellt und mir nichts, dir nichts. Fand ich ganz gut. Oh, oh nee, komm mal her, du. Komm her. Ah, sehr gut. Komm her, sehr gut. Und Chef? Ja, bitte? Der nette Herr hat gerade nochmal geschildet, dass er sie immer noch nicht erreichen kann. Ja, ich, äh, ich mach gleich mein Handy auf, auf nicht mehr laut. Und da möchte ich zu den zwei Herren, die neu sind, auch gleich mal herzlich willkommen in der Familie sagen. Vielen Dank. Vielen Dankeschön. Gerne, gerne. Das muss aber gehen eigentlich, ich hab's doch auf, auf nicht, ich hab's denn ja auf, auf aus. Ich hab's eigentlich auf ausgestellt. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich soll sie nochmal anrufen, sie waren von vorhin vor dem Würfelpark, ne? Ja, ja, ja. Ja, äh, ist ihr Kumpel auch noch da? Der wollte ja auch nicht mehr reden, glaub ich, ne? Äh, nee, nee, der ist nicht mehr. Ja, ist dann noch einen schönen Abend, wünsche ich. Okay, sie könnten sonst nochmal herkommen. Ich bin, äh, wissen Sie, wo der Burgershot ist, Richtung, ähm, Beach runter? Äh, mein, glaube ich, Sharing Castle. Ja, genau, da ist so ein großes, auf dem Navi, wenn Sie mal gucken, da ist so ein, so ein großer Van in B für Burgershot. Ja, passt, ich komme. Wenn Sie kommen, ich, wir warten auf Sie, ne? Ja, passt. Jawohl, wieder hören. Ja, aber auch. Schau, konnten jetzt erreichen. Du, ist schon ein Teil, du musst du dich langweilen grad. Bin ich was raus, Mann? Bin ich sehr müde, Jens. Bin ich sehr müde? Oh, wir haben doch heute noch so viele vor. Unglaublich. So, äh, René Halber. Ich bin Fan von dir, schickst du mir, also das ist einmal hervorgelesen, ich bin zu Trottel. Schau, das ist komplett bescheuert. Ja, ich werde auch gleich schlafen gehen, schauen wir mal wegen der Einstellung. Jetzt gehen wir schon noch hin, dass wir den noch eingestellt bekommen. Weil, die will ich auch, der hat auch sehr, ich stelle einfach Leute ein, wo ich ein gutes Bauchgefühl habe. Manchmal brauchst du einfach bei Leuten ein Bauchgefühl. Kommt der Gute hier ja nochmal hierher, oder wie? Ja, ja, der kommt hierher. Alles klar, ja, ich bin auch eigentlich schon eine Stunde überfällig. Aber wenn der Chef grad da ist, muss man Prioritäten noch setzen. Ja, natürlich, ich lasse das nicht mal hin. Das ist keinmal hin, dass der hierher kommt. Ah, David tut mir auch immer leid, weil ich ihm meistens überlese. Schau mal, ich kriege nicht mal eine Umärmung von der. Dankeschön. Riesen Kuss. Das ist der schönste Kuss, den ich jemals hatte, mein ganzes Leben. Dankeschön. Guten Tag. Guten Tag, ja. Morgen, Morgen. Ich habe mal eine Frage. Die Frage war ganz schön schnell. So, wo ist er denn? Ist er das? Von vorhin? Nee, zwei Fremde kenn ich nicht. Denk mal fast so zielstrebig. Nee, da sind die nicht, ne? Oder? Nee. Hey, hallo. Doch das ist doch der von einem Hauptplatz, glaube ich. Der ist mir den ganzen Tag schon gefolgt, der Typ. Genau der war, das ist mit dem grünen Anzug. Der ist mir den ganzen Tag schon gefolgt, glaube ich. Boah. Aber ich glaube, das ist er jetzt, ne? Ah, nee, auch nicht. Nee, das ist er auch nicht. Nee, das ist er nicht. Alles fremde Leute hier. Äh, Jens? Ja, bitte? Hast du eigentlich schon mal unter der Brücke den guten Waffenladen gesehen? Ja, den kenn ich, da war ich schon mal. Da hab ich auch immer ein paar Pflänze gekauft dort. Ja, sehr gut. Guten Tag, bitte. Servus. Wie kann ich Ihnen helfen? Äh, wir haben telefoniert. Ach, Sie waren das. Ach so, Sie haben die Maske auf. Ich dachte mir schon, warum sind wir fremd? Haben Sie gerade gar nicht erkannt. So, oh jetzt, jetzt sehen wir uns. Perfekt. Ich hab gehört, Sie wollen uns auch beitreten. Hm, genau. Und Sie sind derjenige, der gerne hier auch ein bisschen was managen würde, ne? Ja, wenn möglich. Ich mein, der Andy hat gesagt, Sie kennen sich doch ein bisschen aus. Ich mein, ob das stimmt, weiß ich nicht. Hat alles auf Vertrauensbasis, ne? Andy, was sagen Sie? Ich würd's auf alle Fälle mal probieren, weil, ich sag's mal so, heute Nachmittag andere Leute hätten einfach die Waffe gezogen und hätten ihn weggeschossen. Mit den Leuten hat man gut reden können. Also ich würd's auf alle Fälle mal austesten. Sind wir auf Probezeit für eine Zeit, ne? Und dann gucken, wie er sich schlägt. Ja. Doch, das machen wir. Das ist kein Problem. Wie gesagt, wir nehmen grad eh alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Herzlich willkommen in der Familie. Ich lad's immer ein. Und herzlich willkommen bei uns, ne? Dann auch ein herzlich willkommen von mir. Dann machen wir uns mal auf Probe, dann schauen wir, wie's läuft. Wenn's gut läuft, dann können wir sich ja hocharbeiten. Also bei uns ist ja noch alles offen. Wir sind noch so wenig. Und da kann man sich jetzt echt noch gut hocharbeiten bei uns, dass man da was ganz Großes wird, ne? Ja, dann probier's natürlich. Ja. Boah, mir fällt grad auf, ich muss mein Haus bezahlen, ne? Warte, ich tue mal vorbezahlen. Was ist denn das hier? Hilfe. Geschenkbank. Bezahlung fürs Haus. Bezahlt für 16 Tage. Mein Haus ist für 14 Tage bezahlt. Ah, ich kann das ab 14 Tage wieder machen, okay. Bezahle Business. Bezahlung. Und Strafgeldern. 50.000? 50.000? Warum möchte ich eine Strafung von 50.000? Das verstehe ich nicht. So gut. Ich weiss nicht, ich hatte grad eine 50.000 Dollar Überweisung für Straftaten. Ich weiss nicht, was ich begangen hab. Was, 50.000 Dollar? Ja, 50.000 Dollar wegen einer Strafthalter. Ich weiss auch nicht, was ich getan hab. Das muss ich jeden Tag bezahlen. Ja, hab ich so das Gefühl, ne? Vielleicht Steuern in der Zone, ich weiss es nicht. Kann schon sein. Komm schon hin. So, jetzt hab ich schon Bock auf eine Runde Casino. Chantal, magst du mitkommen? Nein. Ja doch, eine Runde Casino. Komm, ich geb sogar aus für dich ein paar Chips. Doch, ein paar Chips, komm. Nein, nein, nein. Wir werden später ein bisschen in Fortnite. Ja, da bin ich dabei. Noch im Casino, perfekt. Dann machen wir das so. Aber dann kann ich dich nicht ans Casino locken, ne? Nein, ich hasse Casino. Okay. Will, wir mitkommen im Casino? Ich spiel nämlich alles weg. Willi? Du kriegst die grössen Aggressionen im Casino. Das heisst, du gehst jetzt? Ja. Ist schon so traurig. Ja. Bist du nur da und jetzt dein, um uns beizutreten oder so was, ne? Sag mal, ich hab gehört, wir können zusammen hier die, wie heisst denn das, die Henne geben. Geht das? Das ist auch schön, guck. Ja, genau so, genau. Wir können gemeinsam mit Henne, hast du gesagt. Irgendwas, ne? Ja, ich weiss nicht. Ja, du hast gesagt, dass wir zusammen gehen können, wenn wir wollen. Weiss nicht, wie du. Ja, das war von dir aus, ne? Nicht von mir. Nicht von mir. Ach, du meintest, wir können das, ne? Ja, hab ich so gesehen, ne? Kann ja auch. So, das geh wir machen, komm. Soll ich dich mitnehmen? Komm, ich kann dich ja noch irgendwo hin mitnehmen. Den Rücken, nicht, dass die Bandscheiden wieder zwicken. Oh, ne, das geht schon, das geht schon. Bin ja die wilde Hilde. So, ich glaub, du musst drunter von mir. Das sagen sie immer und dann brauchen sie einen Gyropraktiker. So is es. Gehe ich dir recht, so is es. Und du wärst jetzt noch ans Casino, oder? Ich freu jetzt noch ans Casino, kannst du ja mitkommen. Ich wollt grad fragen, du kann ich dann da noch mit einsteigen? Natürlich, steig ein, bitte. Ist ja offen für alle. Ich bin die Chantal auch noch mit ins Casino, aber die stelle sich dann vorne ab. So wie es aussieht. Genau. So is es, mach mal das. So, wir wollen jetzt noch Casino spielen und dann machen wir noch was. Vielleicht spielen wir eine Runde Fortnite. Dann schon mal danke fürs Mitnehmen. Auto ist ja zugesperrt. Ja, passiert schon nix. Oh, der Warn fährt aber auch ganz schön schnell, ne? Mal gucken, Michelle, der war, wenn er noch nicht ausgefahren ist mit dem Sprit. Oh, der fährt aber nicht seine 250, ne, das schafft er nicht. Ja, 230, dann war's das, ne? Ja, klar, wir sind ein bisschen standmachend ist das nicht. Mal die Sicherheitssysteme überprüfen vom Auto. Ja, das klappt schon. So, damit wir die Speedbombs nicht mitnehmen, ne? Kleiner Schlagarin. So, also, dann fahren wir da nach oben. Dann geben wir ein bisschen was aus. Haben Sie genug Geld? Haben Sie Chips dabei? Chips habe ich nicht dabei, aber ich denke mal, da oben wird ein Bankomat mit Sicherheit stehen, dass ich was abheben kann. Ich kann dir auch ein paar Chips geben, ist kein Problem. Alles gut, primär will ich ja eigentlich nur mal wieder am Rad drehen. Ach, am Rad drehen, ja, sicher. Ha, der Freund und Helfer. Oh, mein Gott, wer live ist, genau, hier. Wollen wir die Jungs ein bisschen motivieren? Schläger rein! Schläger rein, ja, könnt ihr natürlich das machen. So, du gehst jetzt, hab ich gerade, ne? Sorry, ich gehe jetzt auf den Strich. Bitte, was, hab ich jetzt gerade nicht verstanden, auf den Strich? Ich muss ja mein Geld irgendwie verdienen. Du, meine, ich frage, wenn du Zeit hast, geh, aber nur wenn du Zeit hast, also, dann könntest du mir was zum Schnecken und was für Trinken vorbeibringen. Im Casino dann. Kuchen? Oh ja, Kuchen, bitte. Also, wenn du Kuchen vorbeibringst im Casino, würde ich mich freuen. Und was Leckeres zu trinken, bitte, ne? Okay. Perfekt, danke. Tschüss! Mir scheint ein Kuchen und was zu trinken, ist das nicht geil? So. Gut, dann gehen wir mal Andy. Jawohl. Ja, also ich hab direkt bemerkt, dass du was im Kopf hast. Direkt. Heute angesprungen ist auch mit der Typ, der Hardweiss 3F, das gefällt mir. Dankeschön, das ist sehr erfreulich. Ja, das kann man nicht bei jedem sagen, ne? Weißt du, du kannst bei jemanden hin und dann so... Das ist so der erste Gedanke, der einen durch... Das ist immer so, kennst du, du hast das erste Treffen auf eine Person und du weißt, ob das ein Vollkoffer ist oder nicht? Ja, das hab ich mir bei manchen Leuten auch gedacht, wo ich aufgestanden bin. Ja, da wird man direkt wie aus dem Vollkoffer, wer nicht. Wer hat das Traf, wer nicht. Wenn du Langeweiler hast, komm lang und melde dich an. Das ist schon schön, so. Vor allen Dingen ist es schlimm, wenn man aufwacht und man denkt, man hat das Queecher-Entchen mit den Füßen getreten. Ja, das stimmt, ja, gewiss dir recht. Das, das stimmt. So, ein Wunderbar. Ich hoffe, dass deine Waffen alle raus, nicht das gleich geht. Nee, ich hab nix dabei. Seitdem ich da einmal im, 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 in der Stadthalle war, nicht mehr wieder. So. Oh, der wär was schön. So, sag mal, bist du, kannst du schon ein Rad drehen? Geht das bei dir schon? Ja, das geht bei mir schon. Scheiße, brauchen wir nicht. Da muss man da übelst lang warten, bis man drehen kann, ne? Nee, nee, man muss sich einfach nur vorne hinstellen und schnell genug drehen. Oh, echt? Dann geht das? Okay. Ja, ja. Man muss nur seine Hand als Erster am Rad dort haben. So, ich hab jetzt für eine Million Chips gekauft. So, dann drängen wir uns hier mal vor, ne? Ab vier Stunden spielst du nicht, ich kann da nicht drücken. Oh, Chips hast du bekommen. Na, schau an. Ersten 100 Chips gleich schon in der Tasche. Äh, Mini? Boah, schau mal, ich drehe mal hier im Auto mal ab. Ich schau mal, wie das so lang läuft. Oh, geil, Torte. Ist die gut? Und zwar, dir gehört ja das Apartment unten. Ey, was ist das am Rand? Mhm, warum? Mhm. 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 Aber ich finde etwas zu viel Teig. Da gehört irgendwas rein noch dazwischen. Stils reinmachen, die man in der Wohnung haben möchte. Und das kannst du ja noch du machen. Ach so, Geschmackstest. Ah, so. Ich muss das gerne mal umändern lassen. Dankeschön. Ja, ich schmeck aber lecker vom Geschmack her. Mhm. Ich hab heute eine leckere Torte gebacken. Zum Testen. Zum Testen. Eine Probetorte. Mhm. Boah, ist die lecker. Boah. Die ist nicht immer fertig. So eine Test-Torte backt, Schandl. Ja. Mhm. Aber da ist gar nicht Schoko drin. Mhm. Ui. Brauch ich nicht. 4.000 Chips, Leute. 4.000 Chips. Das kostet eine Million. Aber hat 100.000 Dollar gemacht. Okay. Alles klar. Mhm. Mhm. Der Automat gibt richtig gut aus, gerade. Das ist Elite. Mhm. Genau. Mhm. Das schmeckt echt lecker. Mhm. Also diese Creme, die da drumherum ist, das ist richtig geil. Echt geil, ne? Mhm. Also die Creme macht ganz schön was. Ja, bist du debatt. Ich kann dich ja da reinlassen. Mhm. Ja. Vielleicht in 20 Minuten dort. Ey, das ist das Leben. In Grand RP im Casino sitzen. Alles klar. Auf, äh, auf Ehre. Fisch, bitte. 500 solche Dings ausgeben. Michael. Und dann noch Kuchen essen, ey. Das ist das gute Leben. Oh, hast du gedreht's? Wie bitte? Hast du gedreht's? Nee, nee, noch nicht. Warte. Mhm. 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 Es kann nicht sein, dass der Automat so gegönnt hat und der zu assi ist. Drei Glocken werden doch geil. Da müssen wir nur drei Glocken geben, der Automat. Dann wär ich happy. Oder, ja, Jackpot. Ich weiß noch nicht, wie viel Jackpot ist. Alles steht oben links. Jackpot heute 6300 irgendwas. Mhm. Den gewinnen wir sowieso nicht. Ich hab gleich eine Million Dollar verspielt, Leute. Gleich eine Million verspielt. Wir machen heute auch noch Kisten auf. Ah. Ah, ist das lecker, ey. So, letzter Spin. Ach, komm. Ach, nee, du. Ich hab gerade eine Million Dollar verzockt. Hast du gehört? Ich kann mich gerade nicht hören. Hörst du mich? Warte mal. Ja, ich hörst du mich jetzt wieder? Ja, ich hab eine Million verzockt. Ja, ich hab nicht ganz so viel verzockt, aber auch alles verloren. Hörst du mal allgemein? Ach, ja. Man sagt ja nicht umsonst, Casino gewinnt immer. Oh, dann zahlst du mir mal ein bisschen in die Bank. Dankeschön. Ich nehm auch noch ein bisschen mit. Du musst nicht alles verzocken, aber zahl mal ein bisschen ein. Ich hol auch noch ein bisschen. Wo ist ein Bankomat? Weißt du, ob es hier einen Roulette-Tisch gibt? Ja, hinten. Ich wollte mit dir zocken. Ich suche nur gerade einen Bankomaten. Haben die da irgendwo ein Bankomat? Ich weiß es gar nicht. Ich schau es sonst schnell. Ich bin gleich wieder da. Muss ich hier irgendwo in den Bankomaten stehen? Muss doch sein. War dumm denn nicht, ne? Gleich fang ich schnell hier vorne. Ehe, da hast du meine Mütter gegeben. Ich hab mal BMW gekauft. Entschuldigen Sie bitte, ich hab noch eine Frage. Wie ist denn Sie, wo es hier in den Bankomaten gibt? Warte mal. Ey, buongiorno. Nochmal bitte. Wissen Sie, wo es hier irgendwo einen Bankomaten gibt? Gibt es das im Casino? Ich schaff den gerade. Okay, wenn du rein zum Bankomaten, hier im Casino oder direkt zur Bank. Sonst bezahlst du an den Automaten nur Prozent. Ja, nee, nee, am Casino, äh, ich möchte zum Casino-Bankomaten. Wissen Sie, wo der ist? Ja, du gehst jetzt rein. Ja. Warte, ich quatsch jetzt mal an seinem Dialekt. Du gehst doch rein da in den Casino, dann guckst du mal links, da steht ein großer Schalter, wo du so eine hübsche, vollbusige, äh, Fionette stehst. Oh, okay, also eher am Schalter direkt. Ja, genau. Okay, danke schön. Gibt es jeder direkt, das ist doch geil. Ich habe das voll übersehen. Da gibt es einen anscheinend. Und, hast du einen gefunden, Jens? Ja, hier. Da merkt man wieder, wie oft ich hier bin, wenn ich das nicht mal weiß. So, gleich eine Million abgehoben und rein in die Olga. Ich möchte Chips kaufen. Ich kann doch nicht von dir das alles da jetzt mit dir verzocken. Nee, du musst, nee, 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 du musst nicht alles verzocken. Du kannst so viel setzen, wie du willst, ist egal. Du kannst nicht dann was Schönes mit kaufen, einfach, ist egal. Weil ich denke mal so, mit einer Million kannst du was anfangen, weißt? Das ist viel zu viel eigentlich, Jens. Ja, nee, ich habe meinem Taxifahrer auch eine Million gegeben. Du, ich habe Geld ohne Ende. Ich mache immer Glücksspiel ein bisschen so. Weißt du, diese Kisten mache ich mir auf. Ich hole mir mal diese Kisten aus China. Da finde ich so viel, da ist immer so viel Geld drin. Da gebe ich mir gerne ein bisschen was aus. Das ist nicht das Problem. Ich meine, ich habe 35 Millionen auf der Bank, ich bin glücklich. So, ja, das ist... Und ich war schon mit meinen 300.000 glücklich. Ja, jetzt ist es umso glücklicher, kannst du heute nicht schön einkaufen gehen. Also wie gesagt, du musst nicht viel spielen, du kannst ja auch einen Chip setzen, ist egal. Du kannst den Rest behalten, so. Du musst ja nicht alles direkt hier ausgeben. Hauptsache wir haben ja ein bisschen Spaß. So. So, das ist so, 500. So, ich spiele mit 500 Chips. Ich tue erstmal auf die 1 und 12 setzen. Ich mache dann nur auf 100. 500 Chips sind glaube ich 50.000, ne? Weil 1000 Chips sind ja 100.000, ja. Ach so, na 50.000. Also ich spiele mit 50.000, äh, Einsatz. Wir können bis 1000 spielen. Glaub ich, oder waren es 10.000? Ich weiß gar nicht, mit wie viel Gutham kannst du hier spielen. Och ne, die 32. 1000 ist das Maximale. Er sitzt bei mir am Töten drin. So. Ich kann nicht nur auf, wie viel Glück, wir haben. Adrian Alvarez, danke schön für 1,90 Euro, wie sie sind. Kuss geht raus an dich. Wo ist denn Frau Chenna? Die kommt später nochmal dazu. Wir spielen später nochmal vielleicht Fortnite oder so. Mal schauen, was wir zocken. Heute ist ja ein bisschen Gaming-Nacht hier in meinem Livestream. Gaming-Nacht für alle. Ja. Schon wieder die 36. Gerade war es die 32, glaube ich. Ach so. Ich habe nämlich gerade gehofft, dass die 1 kommt. Weil ich ja schon gewonnen habe. Oder die 13. Ja, in der ersten Runde habe ich mit Rot gewonnen. Jetzt mit Schwarz verloren. Ja, ist immer so. Warte, ich mache jetzt doppelt so Schwarz. Och ne, der Spinnt schon scheiße. Du musst jetzt bedenken, jetzt kommt viermal Rot, ne? Ja, und jetzt kommt die Doppel-Null. Ab ins Klo. Hauptsache davor 1 und 7 gewürfelt hier. Die 23. Ah ne, 35 ist jetzt. Ich glaube, ich habe heute keinen Gewinn mehr. Ich glaube, das rentiert sich nicht. Das rentiert sich nicht. Das ist so dumm. Danke, dass ich mal mit dir sprechen durfte. Ich war der aus dem Rainbow-Anzug am Würfelpack mit der ID. Danke für das Gespräch. Verfreue ich schon sehr lange. Vielen Dank. Oh, ich habe zu danken. Das war doch ein schönes Gespräch. Fandst du lustig, dass du eine P-Situation eingebunden hast? Ja, es geht doch. 3000 Chips gewonnen. Immer her mit den Chips. Schau, kriege ich mal mein ganzes Geld wieder zurück. Wir können doch noch gerne Blackjack spielen. Blackjack, das klingt auch fantastisch. Können wir auch probieren. Können wir auch probieren. Aber jetzt erstmal nochmal hier eine Runde, oder Jens? Jo, jo, klar. Ich habe schon gesetzt. Oder wir setzen Minecraft-Server live auf. Das wäre es auch. Minecraft hat sich so Bock drauf. Ich habe eh Annel gesagt. Annel hat auch Bock auf ein Minecraft-Projekt. Von dem her. Die 5. Natürlich die 5. Jawohl. Ein einmal spiele ich noch. Eine ziehe ich noch durch. Dann gehe ich Blackjack rüber. Hab gedacht, du willst keine Casino-Streams machen. Das stimmt. Oh, noch bin ich 200 im Plus. Mich hat mir halt aber hier eh jetzt schon jemand angeschossen bezüglich Grand-RP. Weil du kannst ja auf Grand-RP Ingame-Währung kaufen und kannst ja dann diese Loot-Boxen aufmachen. Und hat das dann verglichen, dadurch, dass ich gesagt habe, ich werde niemals Casino-Streams machen. Aber da ist halt der eine Knackpunkt, der fette Unterschied ist ja, das, was ich hier kaufe, ist ja ein Produkt. Also ich gebe ja Geld aus und vermehre mein Geld nicht. Ach komm. Wir gehen Blackjack. Das heißt, du hast hier nicht diese Spielsucht, dass du in Real Life irgendwie einen Vorteil hättest. Das heißt, du gibst ja zum Beispiel, ich sag jetzt mal 30 Euro für Grand-Coins aus, für ein Produkt. Das ist halt wie, wenn ich jetzt für CSGO für so Chest-Opening-Overs ausgib. Jo, wir könnten, äh, aus dem hier gehen. Ist das, ist das egal, wo wir hier... Ja komm, wir gehen zu der Dame hier, die ist sehr kompetent. Das ist halt ein Unterschied, wenn du jetzt ein Casino machst, ne, wo du Real Life-mäßig weißt, du kannst dein Geld verdoppeln. Oder ob du jetzt auf Grand-RP ein Produkt kaufst, was dir 30 Öcken kostet und dann kannst du da halt ingame das Geld verzocken oder so. Stimmt schon, man kann da auch verzocken sein Geld, aber du hast nicht das, dass du, äh, äh, unwesentlich dann so 30 Euro ausgibst, dann verlierst du und dann denkst du dir so scheiße. Und dann, Jens, dieses Scheiße, ich hab 30 Euro verzockt, ich möchte jetzt meinen Einsatz wieder verdoppelt rausbekommen, ist ja das das Problem an einem Casino. Da entsteht die Sucht, dass du dann denkst, ich muss jetzt wieder einzahlen, weil ich hab meine 30 Euro verspielt, ich muss jetzt nochmal 30 Euro reinballern. Und du kriegst ja hier das Geld nicht mehr retour, das gibt's ja nicht. Du kannst ja hier nicht ingame aus deiner, aus deiner, aus deiner Ingame-Währung irgendwie wieder Echtgeld machen, das meine ich damit, ne. Und das ist halt der Unterschied, wenn du jetzt zum Beispiel auch bei, bei, äh, GTA Online könntest du ja auch Shark-Cards kaufen und kannst dann mit der Shark-Card ins Casino gehen, ne. Kannst ja da auch dein Geld verzocken, theoretisch. Also da könnte man eigentlich auch die ganze EA, äh, Spielereihe boykottieren mit sowas, mit den ganzen, äh, Pack-Openings, die es bei EA gibt, äh, FIFA oder so. Du könntest da alle da mit reinziehen. Aber, wie gesagt, ich find, das kannst du nicht vergleichen wie mit einem Online-Casino, wo du halt Real-Talk, ähm, Ding rausziehst, ne. Wo du Real-Talk, äh, äh, wirklich dein Geld vermehren könntest. Also wenn man das damit vergleicht, das ist halt schon heftig. Also ich würd's nicht vergleichen. Weil ich weiß, ich investier hier 30 Euro und krieg die nie wieder zurück, wisst ihr. Und bei einem Online-Casino investierst du 30 Euro und denkst dir, vielleicht kann ich das verdoppeln. Und da fängt dann die Sucht an, ne. Ja, spiel jetzt dein RP, Bruder. Nur wenn ich was anspreche, warum zu Salty gleich? Hast du, waren die Erdnuss-Flips zu Salty oder was? Meistus, waren die Erdnuss-Flips zu Salty heute? Oder waren, waren die Trollys wieder zu, zu sauer bei dir heute in der Packung? Ne, ich wollt's da ansprechen, weil ich drauf, äh, angeschrieben wurde. Ich hab verloren, ne. Weil ich, weil ich, äh, drauf angesprochen wurde, dass ich, äh, für Grand-RP werbe. Wolltest du nur mal klarstellen, dass man das bitte nicht vergleichen soll mit, äh, äh, echtem Casino, das, da hast du diese Sucht halt nicht. Weil hier kriegst du kein Geld raus. Das bringt dir gar nichts, dass dann irgendwie ein paar Autos sind, das war's halt. Da kannst du nicht, da kannst du nicht so sagen, ah, jetzt will ich da ein fettes Haus haben, fettes Auto, ich baller da jetzt 500 Euro rein und mach daraus 5000. Das geht hier nicht, das meinte ich. Aber erst mal die sauren Trollys, ne. Die sauren Trollys sind da, ne. Die sauren Trollys. Ah ja, muss man schon auch mal richtigstellen, Leute. Ich sag so, in-game Sachen, äh, wo du in-game Geld bezahlst, ist heutzutage leider, ich muss auch leider sagen, ich bin auch kein Fan von, ist leider, äh, tagtäglich normal geworden. Äh, es ist egal welches Game, es ist heutzutage sehr viel Pay-to-Win. Finde ich selber schade. Also ich muss ehrlich sagen, würde es einen Grand-RP-Server geben ohne diesen Pay-Dings, wäre es mir auch lieber. Wäre ich ehrlich. Also ich mag das eigentlich auch nicht, dass du so dieses Pay-to-Win hast, du musst Geld ausgeben, dass du geile Autos kriegst und so. Mag ich jetzt auch nicht so, aber es ist heutzutage bei fast jedem Spiel so. Egal, was du dir für ein Spiel holst. Weil da machen die Leute halt natürlich den Umsatz und die wollen natürlich auch irgendwie dran verdienen, ist ja klar. Ähm, ich hab genug. Das ist halt das Ding immer, ne. Das ist das Ding. Ne, die Salzstank waren zu salzig. Alles Gute, du hörst dich nur. Ich hab mich nicht wiederholt, Bruder. Ich hab nur, äh, das war jetzt ein anderes Thema. Das war ein komplett anderes Thema. Ich wiederhole mich nicht, Bruder. Alles gut. Ich, ich wollte so klarstellen, dass, äh, heutzutage alles schon Pay-to-Win ist bei Games und man für sehr viele Spiele In-Game-Währung bezahlt, dass das normal ist und man das nicht vergleichen sollte. Mit einem Casino. Aber ich, äh, ich verzocke ja gerade meinen kompletten Haufen Geld hier. Äh, es war ja hauptsächlich wegen dem RP. Okay, ich verfolge dich trotzdem sehr lange und es hatte Spaß mit dir gemacht. Ich habe es sehr zu danken. Vielleicht zählen wir uns ja wieder im RP. Ah, Kuske, draußen fehlen die nochmal. Dankeschön. Machen und Unity-Minecraft-Server wird bestimmt lustig dann. Ja, dann darf ich wieder einen fetten Dino-Schutz vorschalten. Dann wird er, dann wird er so mal die ganze Zeit wieder gedinnert wie damals Relief Online. Da will ich nicht nochmal, äh, so viel Geld für ausgeben. Alles gut. Ne, passt eh, Bruder. Aber die Salzstangen waren zu salzig, ne? Mestus. Die Salzstangen waren halt zu salzig, glaube ich, bei dir. Ne, alles gut. Kuske, draußen. Aber immerhin du verstehst meinen Joke, Bruder. Kuss. Ja, deswegen ist es nicht wirklich Matt. Ich bin ja auch nicht Matt. Alles gut. Wir haben uns ja alle lieb. Ich kann doch auch Add-on auf Steam kaufen, würde ich ca. 30 Euro und dann auch Glückspül. Naja, es geht darum, dass du halt Grand RP Packs ziehen kannst, ne? Aber das ist halt, die ganzen Apps, guck dir mal Clash Royale an oder so. Da kannst du ja auch diese Chests kaufen. Kann ich auch sagen, Glücksspiel, ne? Aber es ist halt kein, nicht das richtige Glücksspiel in dem Fall. Wo du halt jemals dein Leben zerstören kannst. Also ich kenne jetzt keinen Fall, wo ich sagen könnte, der hat sein ganzes... Doch, wobei, einen Fall kenne ich, aber das ist halt was anderes. Da, der... Da wird jetzt lachen, Leute. Einen Fall kenne ich. Ne, genug. Einen Fall kenne ich. Nämlich der Drachenlord. Der hat auf Dating-Apps... Das ist jetzt kein Choke. Das ist legit. Also bitte, bitte, ruch nicht nach Drachenlord im Internet. Der hat für Dating-Apps... Da konntest du auf Lavu oder so, konntest du so Packs kaufen, dass du halt mehr gelistet wirst, ne? Der hat sich verschuldet. Ich glaube, der hat 20.000 Euro in das investiert, dass da mehr gelistet wird und hat da keine Freundin gefunden. Bei irgendeiner Dating-App oder so. Den Fall kenne ich. Aber gut, das ist halt, das ist halt, das ist halt, das ist eine andere Baustelle. Das war nicht mal Glücksspiel. Das war einfach nur, ähm, ja. Bruder, ich gönne mir mal ein paar Coins hier in der Dating-App, dass ich irgendwie ne Freundin finde. Der hat, der, ich glaube, der hat sich 20... Der hat sogar öffentlich gesagt, mit 20.000 Euro, dass ich verschulde damit. Das ist halt... Also komm, aber dass sowas passiert, musste echt blöd sein. Für ne Dating-App 20.000 ausgeben, wo sind wir denn da? Also da musst du komplett durch sein. Da musst du ja komplett durch sein, dass du so viel Geld für ne Dating-App ausgibst, Bruder. Aber gut, das hat nix mit, das hat aber nix mit Glücksspiel zu tun. Das ist einfach, weil da jemand spitz war und ne Freundin gesucht hat. Das ist halt was anderes. Das ist halt... Aber 20.000 Euro, Alter. Die haben an dem verdient, das ist unglaublich. Aber ich will gar nicht wissen, wie viel diese Dating-Apps da verdienen, indem irgendwelche Leute dort Geld einzahlen. Das will ich gar nicht wissen. Das ist wiederum das Geld machen durch Liebe, ne? Oder vorgespielter Liebe. Kommt ihr noch vorder? Ich denke, ja. Wenn du da noch vorderst, kannst du dem Rave Cave... Äh, kann ich machen. Mehr, bitte. Kann ich machen. Ich glaube, ich war da auch schon drin. 18, Alter, ich gewinne hier nichts. 18, ja, genug. Die gibt mir immer nur 18, Maxima. Ich kriege keine 21 zusammen. Und die zieht jetzt hier die 21. Pass auf. Die zieht die wieder. Oder die 19. Ja, die 20. Siehste, du kannst ja gar nicht gewinnen. Der Bot ist zu gut eingestellt. Ey, sag mal, gewinnt ihr hier was? Ich gewinne gar nichts bei der. Ich gewinne gar nichts. Das ist schlimm, dieser Tisch. Ja, das ist richtig schlimm. Ich probiere die ganze Zeit. Ich kriege immer 20 oder 21. Einmal spiele ich noch. Ey, ich hatte gerade einmal eine gute Hand. Zweimal 20 und hab sie gewonnen. Pumadee Sascha, ich hab dich deabonniert. Aber du bist doch Mitglied, Bruder. Warum bist du, warum hast du deabonniert? Warum bist du noch Mitglied bei mir? Ey, das verstehe ich nicht. So eine Runde mach ich jetzt noch mit. Oder gönnst du, dass VIP noch bis ausläuft? Hä? Oder hat sich verschrieben. Ich weiß nicht. Das ist der Sound auf der Spende. Pumadee, warum deabonnierst du? Du bist bei mir VIP, wo ist denn der Lows? Warte, du bist Zeit. Warten wir mal gucken. Seit einem Monat wird besser. Seit einem Monat. Ah, 20. Das halte ich jetzt mal. Das kann ich gewinnen. Jetzt können wir, wo ist denn der Lows boomer? Die Sascha haben wir was Falsches gemacht. Ich hoffe, ich hoffe, deine Trollys waren auch nicht zu sauer. Ich hoffe, die waren gut, Bruder. Bitte nicht deabonnieren. Bitte. Ich brauche es. Bei Lawu ist eine Geschichte da. Die Diamanten, die man kauft, verschenken kann. Alter. Jens, die hat mir bei 16 Grad eine 4 gegeben. Wie nett ist die denn? Klar, ich habe gerade eine 20. Mal gucken. Und sie kriegt eine 21. Ach komm. Die verarscht mich. Ich gründe halt vom Tisch. Die zieht uns ab. Die Olle, die zieht uns ab. Die zieht uns ab. Gründe halt auch weg doch. Er will Aufmerksamkeit, glaube ich. Sieht ja gleich den Tisch ab. Nee, Alter, das gibt es auch nicht. Da wird der Velour mal ganz schnell erneuert, wenn wir die abziehen. Nee, die hat mich komplett abgezogen, die blöde Kuh. Ich habe jetzt noch 4,5 habe ich jetzt noch. 4,5. Aber das lasse ich mir auszahlen. Ich werde den komplett abgezogen da drin. Ja, wenigstens bin ich nicht mit Minus jetzt hier. Gehen wir mal doch hin. Ja, immerhin. Ja, wie viel hast du denn noch? Von den ursprünglichen 10.000 sind es jetzt 10.400. Du hast Plus gemacht. Sag ich ja, wenigstens kein Minus gemacht. Ja, sag doch. Ist doch schön. Damit kannst du euch schön was wegsparen, du. So, dann gehen wir mal umdingsen. Ich glaube, meinst du, Nullbaum bleibt Dauermodus. Fortnite hat es, also Epic hat es, glaube ich, bestätigt, dass das für immer bleibt. Deshalb ist es geil, wieder zum Zocken. So, wie viel habe ich? Ein Chip 90. Du hast 4.500. Das zeige ich um. So, weiter. Ja, gut. Mein Gott, ein bisschen Geld ausgegeben, aber was ist es? Ah, wer geht das? Perfekt. Hallo? Oh mein Gott. So, erst mal das gute Geld auf die Bank gelegt. Nicht, dass noch hier jemand kommt mit der Waffe und sagt, her damit. Perfekt. Ja, ich würde da mal nach Hause fahren, bitte. Ich würde mal schauen, dass ich dort hinkomme. Ich weiß nicht, ob du mich noch begleiten möchtest. Ich werde auch nämlich dann schlafen gehen. Ja, ich wollte gerade sagen, wollen wir mal Glück wagen. Ja, wagen wir unser Glück. Fahren wir durch, so schnell es geht, ne? Aber leider ist der Eingang, das tut mir leid, der Herr. Die App, dann das Livestream. Aber das ist schlimm da drin, die Musik ist so laut in dem Casino. Ich konnte das Geld wieder in echtes Geld umtauschen. Da haben sich so manches Team eine goldene Nase verdient. Du meinst auf Lavour oder was? Du meinst auf solchen Dating-Apps. Aber so wie Dings der gerade gebracht hat, ein Los und gleich die Suche gerade. Da muss ich weg, da muss ich weg, da muss ich weg, da muss ich weg, da muss ich weg. Auf Twitch wäre das besser, auf Twitch wäre das besser. Kust geht raus an Twitch. Ich bin komplett erkältet, aber streamen geht's und morgen geht's zum Arzt, weil, dass du mal Community-Grant zockst, Familie. Wie wär's mit Minecraft? Ja, Minecraft kommt auf alle Fälle wieder. So, ist dieser Ding öffnen? Dann schauen wir mal, dass wir durchkommen, ne? Das wird's. Guten Tag. Guten Tag, der Herr. Einen schönen BMW. Dankeschön, Dankeschön. Wo ist denn der hin? Keine Ahnung. Das verstehe ich nicht. Liegt das an meinem Parfum? Ich weiß das nicht. Könnt an meinem Parfum liegen. Vielleicht liegt es auch an mir. Ich war zwar heute nur früh duschen, aber der Tag war ziemlich aufregend heute. Ja, ich war heute zum Beispiel gar nicht duschen. Ich hab mir heute einfach Parfum drüber gemacht. Ich war gestern, war ich duschen, doch. Gestern am Abend. Ja, stimmt. Mittlerweile ist ja schon gestern. Ja, also vorgestern, in dem Fall. Ich bin ein kleiner Stinky. So, ich hoffe, du bist so. Ja, nach der Action, was ich heute schon hatte am Haus, da bin ich mir nicht sicher, ob die Dusche von in der Früh gereicht hat. Nein, da war, also, da ist immer Action, das habe ich schon bemerkt. Ja, hoffen wir, dass da keine Leute sind. Einfach mal aufs Beste hoffen. Ja, hoffen wir aufs Beste, wird schon passen. Schon klappen, irgendwie. Einfach mit dem Auto in die Einfahrt und dann einfach die Beine in die Hände nehmen und hoffen, dass die Tür nicht klemmt. Genau, so machen wir das. So, da sind wir auch schon. Oh, klingt ziemlich ruhig. Ja, noch. Schnell rein ins Haus. Noch ist ruhig. So. So, geschafft, überleben. Geht doch. Guck, wir haben es geschafft. Gut, dann drehe ich mich hier mal ins Bett, ne? Dann ziehe ich mich auch mal aus. So. Da hast du mich mal fertig fürs Bett, ne? Gar nicht mehr gehört. So, machen wir das selbe Tattoo hinten. Ne, ich dachte schon, wir haben das selbe Tattoo. Ne. Ne, ich glaube nicht. So, hast du mich auch überlegt, das Tattoo hier zu holen, das hier. Aber, wo ist es doch das, ja? Wie gesagt, kurz gleich Tartenspieler, guck. Ja. Ich sehe es, aber die Tätowierer von uns beide, die haben beide ihr Handwerk verstanden. Ja, bis auf der, wenn man das Pizza-Tattoo gemacht hat. Das war aber altes Vergehen damals mit 16. Ich wollte gerade sagen, das war doch bestimmt eine Jugendsünde. Ja, das war eine Jugendsünde. Aber ich bin, ja, ich liebe Pizza, wissen Sie, ich liebe Pizza. Ist das Problem. Ja, das war mein erstes Tattoo. Bitte eine Pizza tätowieren, Dankeschön. Gut, da war ich eine gute Nacht. Mein erstes Tattoo war das am Hals. Ja, das sieht man auch aber direkt, dass das das erste ist, ne? Ja, die Stelle war nicht gut überdacht. Der Abend war sehr... Heißer. ...feucht, fröhlich, angeheitert, sag ich mal. Ja. Da habe ich mich dazu hinreißen lassen. Das glaube ich gern. Gut, dann lege ich mich mal hin, ne? Dann wünsche ich dich eine gute Nacht. Dankeschön. Dann lege ich mich mal auf die Couch. Jawohl. Dann hört man sich, ne? Und tschüssi. Oh, scheiße. So. Liebe Leute, wir starten jetzt noch ein neues Spiel auch durch. Also das war es erstmal jetzt fürs Erste mit Grant. Das heißt, wir wuppeln uns jetzt dann gleich nochmal in ein anderes Game rein. Also wir machen noch nicht auf, Leute. Jetzt ist noch nicht der Stream auf. Wir haben hier einen längeren Stream. Das geht schon sechs Stunden heute, ne? Heftig, heftig, mächtig. Wir wuppeln jetzt nochmal in ein anderes Game. Muss ich hier nochmal rausfinden auch, ne? So, zack. Schauen wir gleich mal noch, wer alles mitspielen möchte. Such ein Bett. Ich war ja schon jetzt im Bett. Dann machst du eigentlich mal ein Community-Treffen. Hab gehört, Schandeln backt dafür dort. Ein Community-Treffen würde ich so gerne machen, Alter. Aber das ist so blöd, wenn ich mich nicht zeige. Aber ey, Bruder. Es kann jederzeit mal sein, dass ich mich mal zeige, ne? Nichts gegen YouTube, aber stream doch mal auf Twitch. Du hast auf Twitch schon 30k, bin da merktiv. Ich muss sagen, auf Twitch waren auch die Leute ganz easy drauf. Da war auch lustig, muss man sagen. Twitch war... Twitch ist nicht schlecht. Das ist nicht. Aber die meisten Leute, die schreiben immer, sie wollen halt die VODs auf YouTube gucken. Und da habe ich so den Zwiespalt. Ich würde eigentlich lieber auf Twitch streamen, weil da das Streamen angenehmer ist als auf YouTube. Weil bei Twitch musst du dich die ganze Zeit einen Thumbnailer stellen. Und dann musst du das im Titel schreiben, was du gerade machst. Das ist einfach chillig. Dann machst du an. Und kannst einfach streamen und machen, was du willst. Auf YouTube musst du ja gucken, dadurch, dass es ein VOD gibt, der re-upgeloadet wird, dass du halt irgendwie doch noch alles in einem Art und Anführungsstrichen Video-Format machst. Ich meine, das hier, was ich jetzt hier mache, ist gerade eher eh Twitch-Format. Aber ich merke natürlich, wenn ich jetzt eher ein geiles Thumbnail mache mit Real Life Online im Titel und allem drum und dran, dann listet das natürlich besser. Und dann schauen, das klicken das ja an mehr Leute an, ist ganz klar. Das ist dann halt auch immer ein bisschen blöd, weil auf Twitch, weißt du was, rein. Und das klicken halt trotzdem Leute an, weil Twitch ist halt Twitch und YouTube ist halt eine Videoplattform. Aber, ähm, ich finde Twitch nicht schlecht. Würde ich gerne drauf streamen, aber eben wegen den VODs ist gerade YouTube bei mir eher das, was ich mache. Ähm, vielleicht ändert sich das mal irgendwas. Dass ich sage, ich mache auf Twitch-Streams und auf YouTube mache ich, äh, lade ich mir meine VODs hoch. So, kann ja auch sein. Aber hat man trotzdem Video-und-Demand, aber derzeit ist halt besser, weil es direkt auf YouTube hochgeladen wird, ne? Ganz easy. So, ich gehe mal kurz auf Discord und schaue mal, wer heute Bock hat mit mir Fortnite. Ich würde schon Minecraft sagen, Fortnite spielen möchte. Ähm, Bachelor ist das, Skippo ist da. Ich frage die sonst mal, die sind im Admin-Team-Chat. Vielleicht, äh, Schandl auch noch rein. Ich frage mal. Die Bock haben auf eine Runde Fortnite. Ah, warte, ich kann Dauerwerbersendung rausmachen. Zack. Jetzt werden wir ja nicht mehr. Jetzt werden wir nicht mehr bezahlt, so. Äh, wo ist denn das hier? Äh, äh. Naja, ich gehe sonst mal rein. Ich wuppel, also neue Erwähnung habe ich gerade. Der Admin-Team-Chat. Okay. Hallo. Ciao. Ciao. Ciao, Giorno. Ich stream noch und wollte fragen, ob der Bock auf Fortnite hat. Ja, safe. Ich bin noch drin, ja. Cool. Ich mache schon noch schnell hier, das ist fertig. Ich wollte noch Schandl fangen, um sie auch Zeit und Bock hat. Aber wie viele sind wir, wie viele spielen jetzt Fortnite insgesamt? Äh, gerade nur Sandro und ich. Achso. So. So. Ich habe gerade zwei Verlierer noch erledigt. So. Ich bearbeite auch gerade noch fix ein Ticket und dann, Dutty. Einer hat im Spiel reingejoint und sofort gestorben, der Arme. Wird dann das geschafft? Ja, aber der war plötzlich da unten in der Garage von Bidi. Also, da würden die Autos gespawnt werden. Ach du Scheiße. Aber da habe ich einen Ausgang gebaut, da konntest du dich... Nee, 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 nee. Der ist gejoint und dann sofort tot. Ja, aber weißt du, was dann passiert sein könnte sein sollen? Er hat gemeint, weil er seine Cage gelöscht hat. Ja, nee, und dass er vielleicht genau da drüber gestanden ist über die Garage oder so. Ja, der hat gesagt, der war in der Garage, hat er sich ausgelockt. Eww. So, erledigt. Wunderbar. Für Fortnite. So, für Fortnite erstmal starten. wir haben noch 3500 zuschauern diese uhrzeit ist fast ein uhr und das ist also leute ich weiß nicht was ihr um ein uhr unter der woche alter unter der woche kuss geht raus was haben was haben so twitch ich schau mal kurz auf twitch vorbei was hat denn gerade so ein twitch streamer zuschauer in scoper 2300 rohr hat 11.000 zuschauern die zeit bist du der der stream fortnight was der stream fortnight rohr hat es doch ein rp youtuber gut ich darf nicht reden aber es ist auch casino streams 40.000 zuschauer das ist so traurig bruder das ist richtig hart drauf das ist aber echt hart 40.000 zuschauer es ist echt hart 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 aber das ist nicht bei twitch so geil das ist sicher roche oder was roche ist gar nicht da ich habe gedacht das ist roche mit dem casino stream nee aber wie ist der doch ist er rochstein ja ja doch ja doch klar 39.000 zuschauer hat er aber gut der macht schon seit anfang an casino streams ja ja der macht das ja schon ewig aber der spielt ja auch mit unermesslichen summen ist auch immer so der unterschied wenn du damit anfängst von anfang an casino streams und wenn du so ein dda youtuber bist und dann damit anfängst so das ist auch ein bisschen unterschied so finde ich halt aber aber ja so so fortnight ist geladen fortnight fortnight hat mich eingeladen kann ich kurt einladen ne kurt kann ich nicht einladen ich muss das mal aus wie heißt das noch mal epic lounge ich bin so ein total braucht eine stunde bis das gefunden habe danke an marvin vorhin für den euro und to the killer da haben wir vor 1.90 er schreibt nichts dazu marco deutschmann und to the killer sind VIP geworden und lass mich grüßen du die killer ich grüße dich wann kommt wieder gta royale fragt wer ja wann kommt wir wollen wir wollen alle spielen gta royale ja gestern hat ja wir haben gestern erst drüber geredet wir müssen halt das framework wieder aufsetzen wir haben ja so ein eigenes gta royale framework gebaut und das ist gerade dadurch dass wir den alten test server komplett gelöscht haben wo das drauf war müssen wir das komplett neu aufsetzen und das müssten wir auf rlo 3.0 dann machen wäre dann irgendwie aber auch blöd weil wenn wir jetzt vor 3.0 royal spielen würden dann würden wir ja alles leaken was schon alles neu ist das ist ja auch kacke das stimmt auch wieder das ist wohl wahr mhm also ich denke mal das können wir dann spielen wenn also so zum live streamen wenn 3.0 draußen ist würde ich sagen mhm das leaken mir die ganzen guten dinge die kommen dann kommen alle ui dann bedient sich wieder die ganze fake server dran dann machen die rlo 3.0 wir sind schon davor da erstmal geleakt guck mal da der schiefen Turm von Pisa ist ja drauf müssen wir nachmachen jetzt hast du schon den schiefen Turm von Pisa geleakt wir haben die ganze Frankreich Map drauf warum leagst du das denn scheiße scheiße so ich bin so blöd blicker wie kann man so blöd sein wie kann man so blöd sein blicker so der Klipper Legende umsetzen so gut ich bin wieder drinnen kann man nennen was auf mir ich weiß ich hab sie angeschrieben ich schau mal ob sie mir antwortet wenn nicht dann geh ich rüber zu ihr sie hat mir nicht geantwortet das ist natürlich scheiße weißt ich geh schnell rüber ich frag sie ich muss sowieso noch auf der Toilette Leute ich bin gleich wieder da wir hören euch jetzt nicht alle zu egal was ihr sagt du wirst jetzt schon ich bin schnell auf dem Klo drei Stunden später boah hab ich gepennt alter aber nett dass er wieder einschläft ne oh ich geh auf die Toilette oh Katze ja ja das hab ich auch gerade gesagt gute Nacht aber wenn wir gerade eine ruhige Minute haben ich geh mal ganz kurz was zum Trinken holen machen wir jetzt hier heute alle fertig zip 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 ich hätte gern voll die Rotweste haben ja ich hätte auch gern den Rotwesten Skin der ist nice so aber wenn wir jetzt kann man hier noch warten warte ich tu mal 500 Dollar äh 500 Euro spenden so wenn wir gerade hier eine ruhige Minute noch haben warte 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 wo ist es wir mal in den Chat rennen oder ich werde mit ihr im Chat schreiben jetzt alle 500 Euro oder? Ja, einige. Ja, ja, ich hab nix rausgeholt, aber ja. So, meine Damen und Herren, wir sind da zurück aus der Station und ich bin wieder da. Cool. So, ich toll mal rein. 500 Euro! Danke, Robert, für 500.000 Euro! Danke, Robert! Was? Robert, das ist ja unglaublich! Key 23, im 6, dann kann man versippt werden und Marvin haben wir ja vorgelesen, genau. Spielt der Robert heute auch mit? Jep. Perfekt. Dann lass ich mal ein blunder Stück. Ich bin müde. Schandl ist müde und spielt mit, perfekt. Ja. Was gibt's denn schönes im Shop eigentlich? Ganz vieles. Hab ich auch noch nicht geschaut. Es gibt eine Sommerbanane. Aber die Bananen ist cool, muss ich sagen. Ja, Pac-Man ist geil. Du kostest 500. Danke, Robert, für 500. Es gibt so Pac-Mans, kannst du holen. Ah ja, was? Ist ja voll geil. Warum mein Knie wehtut? Vielleicht hast du Knie weh? Hab ich mal zum Arzt und mir das anschauen lassen. Sonst haben wir noch die selben Skins, ne? Ah, der ist neu. Gestrandeter. Schauen sie, was? Ist da die Waffe dabei? Okay. Ich drück schon mal auf bereit. K. 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 Heiner! Den hätte ich gerne, ich hab kein Geld mehr. Wer ist denn Reiner? Oh, den Alien will ich haben, aber ich hab keine Wibugs mehr. Nein! Da gibt's nen Alien mit nen UFO und ich hab kein Geld. Was? Das ist Menschenbill, oder wie? Ne, ja, Menschenbill. Kannst du mal Wibugs kaufen? Kann man voll geil herrichten. Kannst du richtig geil herrichten, den Typ? Den hol ich mir hundertprozentig. Warte mal, ich tu schnell ausblenden, ich kauf den schnell. Opa, gleich bin ich mit meinem Bild, Entschuldigung. Ups. Ich bin grad am Boden gesessen. Ups. Ja, bitte? Nehmen wir jetzt ein schönes Bad. Was sagen sie dazu? Warte mal ganz kurz. Ich kauf den jetzt. Ich muss nur ausblenden wegen Wibugs holen. Da kommen sicher... Alter, ne, ich will keine... Komm, 31 Euro. Das geb ich jetzt aus, oder? Komm, scheiße. Machen wir jetzt auf drei einen Diamond. Bitte? Aber das ist echt cool. Wie bitte? Einen Diamond. Da werden erstmal die, die jetzt abgesetzt. Bezahlung abschicken. Ehe, das lässt du sein. Ja. Wibugs kaufen. Drei. Zwo. Äh. Schadl, nein. Das ist... So, danke. Ah, der hat sich mein Ding gemerkt. Das ist ja geil. Los. Du kannst nicht los sagen und da nicht anfangen. Nochmal. So, passt. Ich hab Wibugs aufgeladen, weil den hol ich mehr. Das ist geil, das Ding. Ähm, erstmal von der Scheuer absetzen. Das Geile ist, ich kann's... Ich setz das ja wirklich von der Scheuer ab. Das ist das Lustige. Los. So, Gegenstand kaufen. Du kannst nicht los sagen und nicht anfangen. Das ist unglaublich. Ja. Geil. Das Ding ist geil. Das wusste ich wohl. Okay. Los. Los. Hör ab. Ich hab noch was. Hast du noch was? So, komm. Alle guten Dinge sind drei. 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 Zwei. Eins. Go. So. Ich hab hier gestanden. Ich hab hier gestanden. Ich hab hier gestanden. Aua, ich hab mir voll weh getan. Hä? Gibt's so nicht. Okay. Aha. Oh. Mhm. Soll ich mal noch was holen? Aus dem... Aus dem Dings? Ich find die... Die Dame, diese Pinkwässe. Pinkwässe? Den schaff ich echt noch cool. Welche? Mhm. Welche denn? Wie heißen sie? Ach, wo ist sie denn? Die drehen die Musik auf. Diese Party-Diva und so. Gibt's das andere, oder? Äh... Spee... Spee-Ranger heißt die. Die ist bei Take nicht drin. Schutt hat mich aus meinem Bettchen geholt. Ah, den hier. Eine bodenlose Frechheit. Ja, ich weiß nicht. Die find ich jetzt nicht so cool. Keine Ahnung. Echt? Ich find die vollstark. Ja, haben wir gehört. Äh, nicht. Ja, ich hab dich gehört. Ich hab dich aus dem Bettchen geholt. Ja, ich hab dich gehört. Ich hab dich aus dem Bettchen geholt. Frech. Warte, die nehm ich noch mit die Pac-Mans. Die kosten ja nicht so viel. Teach me, teach me how to do. Teach me how to do. So, passt. Ähm, und sonst überleg ich noch. Battle Pass Stufen brauch ich nicht. Ja gut, ich nehm das mal so wie es ist. Ich nehm das mal so wie das ist. Alles gekauft. Ja, ich hab das mal eingekauft. Ganz Fortnite gekauft. Ey, das erste Mal seit langem, dass ich wieder V-Bugs ausgegeben hab. Dem ernst ich mal wieder was verdient an mir. Aber das Ding ist ja wirklich geil. Da kannst du richtig viel dran machen. Und noch ein Pac-Man. Dann können wir den noch in den Stil bearbeiten. Ah komm, das ist schon geil. Na, 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 na. Geht hier nach Hause telefoniert. So, jetzt kann ich den nur mal Stil bearbeiten. Da kannst du voll viel machen mit dem Typen. Das ist halt echt, was du da dem machen kannst. Da gibt's einen im Battle Pass. Bei Seite 5. Den find ich cool in Schwarz. Wie behindert er jetzt aussieht. Warum hast du deine Bananenhose an? Ich? Ich kann das nur anpassen, schau. Ich kann den anziehen. Du musst so ewig auf dich warten. Naja. Ich kann den Typen herrichten. Ich kann meinen Alien anziehen, wie ich das will. Das ist übelst geil. Soll ich, äh, wo die passen? So ein Anzug. Oh, das sieht doch geil aus, oder? Man in Black und dann Alien. Lass ihn nämlich. Aber dann muss ich einen anderen Rucksack nehmen. Sexy. Hätten gut aus, ne? Wenn du jetzt noch die Farbe Schwarz gibst, find ich, sieht noch geil aus. Echt? Komplett Schwarz. Das andere zieht er. Ich probier gleich mal. Ich fand, ich will noch irgendwie was am Rücken haben, was zu Man in Black passt. Soll ich gar nichts auf... Ich hab nur ein Ufo für den Rücken, aber... Wo? Ne, wie hieß das wieder? Wo? Zu mir. Chipapi Monjano. Oh, das nehm ich. Oh, wo? Oh, ne, ich nehm gar nichts auf den Rücken, passt schon. So, und jetzt? Habt ihr gesagt, sie sollen ihn noch komplett schwarz machen. Komplett Schwarz machen. Ja, warte. All Black. Alien AMG All Black. Ich find das so besser, im Blau. Wir sehen's nicht. Achso. Sieht aus wie ne... Sieht aus wie ne... Ne, find ich im Blau besser. Dann sieht man die, die Ding besser. Ich find mir im Blau. Im Blau. Sieht irgendwie so aus wie ne Olive. Komisch. Ich bin fertig. Nach einem Jahr. So. Bereit? Nach einem Jahr, äh, herrichten. Juhu! Juhu! Danke Robert. Danke, Ki 6306 für 1,90 und fürs VIP werden. Dankeschön. Mein Knie tut weh. Danke, mein Knie tut weh, für die Spende. Danke schön. Danke. Und jetzt noch ein B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-Blunderstück essen. Mach ma Paadi. Wo is this? Wenn's Muchis, dann gibt's auch was anderes. Boah, Entschuldigung. Dann gibt's mir alles. Den Tanz gibt's. Wow. Gundam-Style. Das sind die ganzen Classics. Non-Copyright-Music. Oh, auf einmal Capoeira. Hey, 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 sexy lady. Gut, der ist der Beste. Putzen. Ach, komm. So. Uh-uh. Können sie mal Uh-uh sagen? Uh-uh. Uh-uh. Das gibt's noch, was man sagen kann, was so ist. Ada Ada gibt's noch. Ada Ada? Ja, bitte. Nein, das ist im Tiefenton. Ich möchte aber nicht. Ada Ada. Ada Ada. Ich hab keine Ahnung sonst, äh... Nani? Niko, Niko, Niiiit. Niko, Niko, Niko. Niko, Niko, Niko. Niko, Niko, Niko. Wer auf der fauler Sack? Niko, 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 Niko. I'm a little bit of open, girl. Oh, wo? So. So, Ada Ada. Wo gehen wir hin? Ah, dann gehen wir. Wo's schön ist. Da. Da waren wir nämlich schon mal. Ja. Da war aber schon lange nicht mehr. Da ist, da ist ein Eis. Ah. Na gut, nice, nice. Bedanken Sie sich für den Busfahrer. Wir haben einen Trinkant gegeben. Ich hab vorhin bei irgendeinem... Von irgendeinem NPC 500 Gold gegeben, um mich beim Busfahrer zu bedanken. Ich versteh nicht. Perfekt. Ich hab ne Krone. Am letzten Mal. Scheiße. Wow. Stimmt. Du hast ne Krone, man. Ja, ich hab ne Krone. Einfach, einfach, einfach Magic. Geh mal runter vom Hund, bitte. Alter, ich hab nen riesen Kopf, von das hab ich gar nicht gedacht. Ja, kann man besser treffen. Oni-chan. Bitte kurz, gell? Der Mafia-Boss wurde nicht gebannt, gell? Wer wurde nicht gebannt? Der Mafia-Boss. Nein, der Mafia-Boss wurde nicht gebannt, vom letzten Stream. Falls ihr gedacht habt, er wurde gebannt. Nein, Pacella ist nicht gebannt. Ich hab ihm nur versprochen. Ach, der ist weg. Der Mafia-Boss wurde gebannt. Bacella gibt's nicht mehr. Es war der Kartell-Boss. Ich hab mich versprochen. Aber mich haben so viele angeschrieben. Hey, du bist gebannt? Nein, nein, ich versprich mich da immer. Der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Den gibt's nicht mehr. Das wär sehr traurig, wenn Bacella nicht mehr da wäre. Baben-ee. Baben. Also, wenn Bacella nicht mehr da wäre, dann wär echt traurig. Das wär... Oh, was? Das wär wirklich... Was geht raus? Nicht so nett. Was für ihn mit dem Schmutz da? Boah, was mit dem Bacella mit dem Schmutz? Naaah. Was? Nein. Die hat sich ja angesprochen. Ich glaub, du hast ein Problem im Test. Ich glaub, da ist jemand bei mir. Das ist wunderbar. Ich gratuliere Ihnen recht herzlich. Nee, das bin ich. Ach so, ist das bitte. Ouh. 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 Bitte volle Konzentration jetzt. Scheiß. Ohrwurm. Dreck. Ouh. Wir können uns einkümmer auf volle Konzentration spielen. Danke. Ich habe einen Sprinkler, gell? Ich habe einen Sprinkler, gell? Ich werfe dir hier mal die blaue Auge raus. Oh, das ist sehr lieb von dir. Du bist in die blaue Auge. Warte, ich probiere sich aus dem Haus runter zu werfen. Na, hier. Alter oben, danke. Das ist ja nett. Schandl, warum singst du? Du, man hört das die ganze Zeit durch. Das ist unglaublich nervig. Ja, weil das ist ein Kack. Eurom ist von diesen fucking Emotes. Wir müssen uns jetzt sehr extrem, das müssen wir uns jetzt hier konzentrieren. Ach, komm! Du kommst nicht ein, wenn ich nichts nehme. Das verstehst du nicht. Ach komm, ich bin noch da mitten rein in das Ding. Mitten in die Olga? Deine Mutter! Hä, was soll denn das? Ich bin noch... Jetzt reicht es mir. Was ist ein DMR? Was kommt das? DMR, also wenn du den nicht nehmen soll... Wie sieht es aus mit Sprinklerattacke? Ich habe einen. Ja, wir sind zusammen. Wo war sie da? So eine gut dreckige. Schandl, die haben... Die Einschuss. Oh ja. Boah, endlich, Alter. Das war vielmal alles andere, was ich bis jetzt erlebt habe mit dem Hinkommen. Aber lieber dann... Ach, das gibt's doch nicht! Dreckiger! Dreckiger! Das ist sehr gut, das nehme ich auch mit. Bitte, wer hat was Sprinkliges? Du, bei mir ist jemand im Haus, kommt her! Hier! Wo bist denn du überhaupt? Da, in dem Haus, bitte, kommt her! Da, über mir ist jemand. Ich habe wen gehört. Oder bin ich einfach nur dumm? Du bist dumm, Alter. Leila, ich bin im Müll! Das sind wirklich welche? Da ist wer, doch, da ist wer. Schön. Ich komme nicht von dir, weil ich bin dumm. Ich bin nicht angeschossen. Hilfe! Wir rippen die, komm! Oh Gott, ich bin hier runtergeflogen. Der ist von hier! Der hat mich! Hilfe! Ja, willkommen! Dreckiger, was ist mit dem? Ach du! Oh, ich treffe den nicht, ich habe den Scheiß, äh... Scheiß, echt? Wo ist der, wo ist der? Wo ist der, wo ist der? Ich sehe ihn nicht. He, der leckt weg! Der ist weggeleckt, ich sehe den nicht! Ich leck auch, ich leck auch, ich leck auch. Ich leck auch. Der ist übelst weggeleckt von mir, der eine Typ. Oh, hier. Fuck you! Peter! Hedda! Wir haben einen! Aufpassen, da ist noch wer! Oh, guck mal! Da kommt der bei mir, glaube ich. Da! Der ist da oben! Ihr Leute, ihr müsst mir jetzt helfen, ein bisschen. Ich habe einen schon bekommen, ihr müsst jetzt echt ein bisschen pushen. Ja, ich habe zwei weggemacht. Ja, perfekt, dann kann nur noch einer sein. Ja, einer ist mit dem Auto weggefahren. Der andere... Ich höre den die ganze Zeit. Ja, 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 ja. Der war hier irgendwo in einem Haus da drüben. Ah, ich ripp den da oben weg. Pass auf. Oh, scheiße! Der ist bei Wazel im Haus. Der kriegt jetzt Final Death von mir. Oh, der ist so nah, ich höre ihn doch! Ja, ich höre ihn auch. Oh, komm her! Läuft hoch! Du dreckiges, blödes Stinky, du! Also, den einen habe ich gefinalt und irgendwo musste noch sein, der eine. Der ist genau ober mir, oder? Oh, der ist bei Wazel. Oh Gott! Ja, ich sag doch, das ist ein Haus da drüben. Ich sag doch, das ist ein Haus da drüben. Ich sag doch, das ist ein Haus da drüben. Oh, nee. Schaffst du das? Ja, der dreckige. Ja, der dreckige. Ja, hat er. Dann schnell noch zum Auto und dann geht es los, wir müssen in die Zone rein. Bitte. Schneller. Herr Bacheloni, bitte. Warte, da hätte ich eh schon starten können. Ja. Hättest du. Ja, aber da war noch wer im Haus, deshalb. Es war wichtig und wichtig, dass wir den wegkriegen. Mhm. Ah! Hallo Freddy! Sie sind im Spiel, bitte! Oh, um Gottes willen. Ich bin wieder weg. Tschüss! Oh, da ist wer, da ist wer, da ist wer! Von da drüben. Wo? Ey, die Stream snipen doch. 100 Pro, die sind ja nicht immer in der Zone drin. Ja, ja, ja. Ich komme noch extra zu uns, die Pisser. Oh Gott, Alter. Es sind so viele. Hab einen. Hab zwei. Alter, ich habe gar nichts getroffen. Ja, von hinten auch noch. Aufpassen Pacella, von hinten, von hinten, von hinten. Ja, ja. Da hinten ist auch noch jemand. Die probieren zu sandwichen. Der, ich hole dasband! Oh Gott! Du grüß. Wohinlose Frechert ist das. Ah! Alter! Komm her! Was legt die hier oben? Oh! Schau dir, hier hinten kommt noch eine! Kommt noch wer? Echt? Von oben auch noch, vom Haus oben. Hab ich? Hab einen. Vom Haus oben ist noch einer irgendwo. Hä, wo kommen die her? Ja. Ja, komm. Hab ich? Ja, Streamsniper halt, so viele waren noch nie auf einmal. So bis jetzt die Zone, weil die... Die sind alle... Ah, ich hab ein Schlitz, kommt her. Ich hab ein Schlitz, ich hab ein Riss-Schlitz, komm. Riss-Schlitz-Schlitz-Schlitz-Schlitz. Und rein in die Zone, rein in die Zone, einfach rein. Und rein in die Zone. Huch. Alter. Huch, Alter, was war da los? Drei Kills, Broodys. Vier. Ich hab fünf. Wir haben insgesamt zehn Kills dahinten gemacht. Also wenn das keine Streamsniper waren, was ich auch nicht. So, wo gehen wir hin? Direkt da unten? Da, oder? Die Rechen da, ja, genau. Ich muss mich heilen. Da sind doch alle zu uns gemeldet. Das hatten wir letztes Mal aber auch nicht so schlimm. So, warte, aber kommt mal alle zusammen, ich werde mal bringen, oder? Mach mal das Spinkler an, irgendwie. Ich brauch keinen. Ich bin ehrenhaft. Ich bin die Beste. Äh... Und da was? Ja. Feuer. Ja, ja. Alle da oben. Ich muss da hoch zu euch, darf ich mal eben? Ah, ich bin am Arsch, Digger! Ich bin am Arsch! Der ist aber richtig low, der eine. Der ist low hinten, der hinten, der hinten, der hinten, slow. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich will, ich bin, ich bin oben. Ich bin oben, alles gut. Ja, wo sind sie hingefahren? Ich sehe sie nicht mehr. Oben. Machen los, Party. Alter! Tja! Huch! Was ist los? Warum fahrt ihr denn weg? Ich habe noch einen Schlitz, ne? So einen Rissschlitz habe ich noch. Ja, tut sie. Alter, der hat so viel ausgehalten, der Typ da oben auf dem Dings. Was? Ich habe den so reingehittet. So ein Stück Kacki. Ein Stück Kacki ist das. Hat noch wer Sprinkler oder sowas? Wir bräuchten einen. Äh, leider nicht. That's bad. Wir haben nur einen großen Schildi. Ich muss hier mal sortieren, sonst kriege ich da einen Anfall. Wie der versucht hat, sonst fährt es dann. Äh, so. Das wird passen. Wo? Wer schießt da? Also wer hat jetzt keine Schildis? Wer schießt denn da jetzt? Oder vorne? Hab ihn. Oh, Leute. Wir haben... ...weinen Hormut, der hergekommen ist. Jetzt liegt am Schlitz. Mom. Mom, 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 Mom. Oh, ich hab zu viel. Mom, 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 Mim, Mom, Mom. Äh, ich brauche Dinge ins Kirchen. Warum habe ich das nicht mitgenommen? Egal. Kleine Schildis. Wer hat die nochmal? Ich... Ich vergesse es immer. Gesundheit. Gesundheit. Äh, schaut mal hier, so ein Kleiner. Wo? Ah, danke. Brauche, ich brauche. Noch mal ein Hammersturmgewehr. Perfekt. Ich brauche nur ein Kleiner. Ich brauche nur ein Kleiner. Ja. So nett. Gesundheit. Äh, äh, äh. Mehr? Danke. Sehr lieb, sehr nett. Hallo. Hallo. Greif ich mit dir? Oh ne. Von wo? Hinten? Ja, von hinten irgendwo. Nein, nein. Der ist relativ nah. Der ist grad hier hinten dran. Ja, 126er. Voll in, Juni. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich seh ihn nicht. Hast du ihn? Ja, ja. Aber da hinten ist auch noch einer. Ja, ja. Wir kommen, wir kommen, wir kommen. Habe ihn. Geiler Scheiß. Haben wir alle? Der ist ein Baum. Ne, nicht alle, oder? Na ja, den hinteren Baum habe ich. Den habe ich. Ja, ja. Aber es ist sicher noch. Der läuft noch? Ne. Der krabbelt. Achso, der krabbelt, ja. Ey, von da drüben. Hallo von da drüben. Oh, Lul. Noob. Ja, beide tot. Yes. Wir müssen die Zone nicht vergessen. Das leite ich mal den DD Ames. Uiuiui. Ey, wir sind jetzt echt ein großes Team heute. Mal wieder. Das ist, weil wir mit Noobs spielen. Das wird sich gleich wieder ändern. Dann können wir leider mal 30 Sekunden lang spielen. Dann sind alle tot. Aber jetzt sind wir jetzt echt Noobs. Oder irgendwie Streamsniper und Noobs. Anders geht das gar nicht. Alles komplett. Streamschnipende Noobs. Das weiß bitte nicht. Das kann sein, ja. Vergesst bitte nicht nachzuladen. Das stimmt. Das ist wichtig und richtig. Mal lebe. Können wir da Party machen? Ja, da hinten ist diese Partyzone. Tatsächlich sogar. Don't listen in der Kiste. Mach ich jetzt auch. Ah, da ist noch. Medi-Pack? Oh ja, nehme ich. Medi nehme ich. Oh, passt auf. Die Zone. Hier. Gell? Wer tanzt da? Ich will auch Musik. Wo ist die? Geil. Ich hätte gerne. Da ist gar keine Kiste. Das ist los. So, steh rauf auf das Ding und dann ist es los. Wie mag ich die, ist doll. Und drüben? Was gibt denn der Hai eigentlich für Sachen? Weiß das jemand? Das kommt drauf an, was dann heißt. Ah ne, der braucht zu lange. Oh, da ist ein, da ist ein, da ist ein, da ist ein, ich habe ein Sprinkler geflogen. Sprinkler. Kommt alle her. Ich brauche keinen. Ich bin, ich bin Pro-Gamer. Ja, aber wir brauchen, Pacella braucht dann mit mir zusammen. Ich bin Pro-Gamer. Oder, ah ne, ich habe noch eine bessere Idee. Wir nehmen uns den Sprinkler auf und wir hauen uns das Ding in die Fresse. Wenn der Hai beißt, ja. Komm mal her. Warte, komm mal her. So. Und jetzt noch, äh, kannst du hinten einen Fünfziger nehmen. Dahinten liegt noch ein Fünfziger-Trank. Jetzt hier ist uns ein Fuffi. Da hinten. Da hinten, schau mal. Komm mal. Eliminiere ihn. Oder du, du kannst die auch essen da, das ist auch nicht das Problem. Geht auch. Krieg ich mal die eine Waffe vielleicht im Blau? Waaah! Was ist der Hai? Hör, ach du Scheiße! Pistel, der! War dein Akkord, der muss jetzt gehen. Der beißt? Ich dachte, der mag uns nicht. Zu Info, ein Riss haben wir noch, wenn es irgendwo Probleme gibt. Wir müssen jetzt schön beieinander bleiben. Hier. Da hinten ist übrigens der Typ irgendwo. Ja, irgendwo in die Richtung. Wir schauen erstmal, dass wir irgendwie auf Hai-Ground kommen. Geh mal am besten hier hoch die, äh, über die Treppen da hoch. Keine Sau. Schön entspannt. Ganz auf entspannt heute, ja. Auf richtig entspannt. Boop, 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 boop. Bitsch, 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 bitsch. Dieserab sagt es nicht mehr, nicht mehr. Und er mit diesen Alien-Schädeln. Und er mit diesen Alien-Schädeln. Nommnommnommn. Oh nein, ich hab meine Waffe weggeworfen. Perfekt. Äh, die schießt irgendwer mal. Oh nee. Danke Bruder. Kopfgeld abgejagt. Gehen wir hoch auf dem Berg? Ja, gehen wir auf dem Berg hoch. Einfach da hoch. High ground is good ground. Die selten Apel. Hast du noch Softpacks, falls die einer tragen kann? Ich hab ein riesig großes. Ich hab so'n ganzen dabei. Ich hab mir von der Wüte sauer schraubt. Kann man reiten? Wenn man so drauf springt. Äh, mal gucken ob da irgendwo wer ist. Nur immer in Bewegung bleiben. Ich glaub nicht, dass wir abgesniped werden. Da drüben fährt einer mit der Kugel. Da unten, da heimt sich grad welche. Nee, die Kugel ist leer. Ich parkier's doch die ganze Zeit. Ja, ich seh's aber nicht da hinten. Ist gelbe. Achso, ist gelbe. Ja, seh ich nicht. Da unten. Seh ich nicht. Geht? Geht? Ah, okay. Einen da noch unten. Pass auf, vom Berg gegenüber. Hallo, vom Berg gegenüber. Ja, ich sag doch. Trotz. Bisschen runter. Bisschen runter. Bisschen runter nach hinten. Das ist ganz schön. Unten ist auf jeden Fall ein da noch, gell? Ja. Ich würd aber nicht. Aber im Haus daneben muss man was sagen. Ich seh's nur grad nicht. Ah, von hinten, von hinten, von hinten, von hinten, von hinten. Von hinten, von hinten, von hinten, von hinten. Ey, guck mal. Ey, guck mal. Ey, guck mal. Fink gleich weg. Warte, ich hau, ich hau den Southpack hin für alle. Der ist da. Kommt alle her. Hau hin, hau hin, irgendwo, irgendwo. Ist egal. Da, da, da. Kommt her, kommt her, kommt her. Kommt das Southpack. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist mein Tod, das ist mein Tod. Na komm her. Ab einen. Kommt hoch, kommt hoch, kommt hoch. Aber ich muss mich leider aufladen, für diese Leute. Wer ist hier hinten? Der reitet diese Deck. Ekelhaftes Sau da. Ab ihn. Oh. Holt mich, holt mich bitte. Holt ihn, holt ihn. Hier oben, hier oben. Bleib stehen. Zusammen, komm. Zusammen sind meine Stärke. Schnell, das geht mal hin. Hat noch irgendwer was? Medikit? Wenn ja, da, Essen. Essen, Essen. Medikit ist da. Oh, ne, nicht die Waffe. Huch. 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 Scheiße, wo ist denn das Essen hin? Ah, da ist das Essen. Hier ist Medi. Große Medi. Oh. Wir sind in der Zone, wenn wir da oben bleiben. So, jetzt hab ich die. Gut, ich hab alles wieder. Heilt euch bitte, im Notfall haben wir den Riss noch. Da sind, da kämpfen welche. Oh, scheiße. Ich hab irgendwie die Schrot weggenommen. Kann das sein? Alles gut. Okay. Ich dachte, ich hab nur jemanden die Schrot weggenommen. Ich bin kurz. Oh. Und wo kommt das? Direkt hier unten. Was? Was? Das hab ich schon nicht. Ja, jetzt hab ich. Der ist da oder, ne? Der ist da oder? Der ist da oder? Der ist da oder? Der ist da oder? Das Pugeln! Nein! Nein! Geiler Scheiß, Alter! Ich liebe es bleibt nicht! Irgendwo hier干 man. Der ist weg! Der eine ist hinter den Baum aber ich habe ihn weggeholt. Der ist ain' adds da binnen. Einer muss noch sein. Ja, lass den pushen. Ja push rein. Ist der letzte? Ne. Ich würd da nicht runtergehen! Es sind noch zwei. Nicht da runter gehen, wir haben halbieren. Ne, nicht, nicht, warte, ich schieße den Baum weg. Ich glaube, der ist... Mit Krone sogar, epischer Krone. Ah, das haben wir uns jetzt verdient, komm. Das haben wir uns verdient heute. Wie viele Kills habe ich denn heute gemacht, sag mal? Zehn und sieben Assists, das ist doch schön. Ich habe acht und neun Assists. Wow. Und in der Mitte, um die Statistik. Ich habe acht, es ist in vier Eliminionen. Das ist cute. Die sind echt gut heute. Noch ne Runde. Na klar. Wir waren heute richtig gut, der eben sitzt. Der eben sitzt heute richtig. Aber ich habe die Runde kaum EP gemacht, gerade mal 15.000. Und du denkst, trotz Stream snipen, Alter. Mhm. Und trotzdem sind sie drauf. Auf. Ein Assists tonight. Chat schreibt GG. Kuss geht raus. Freddy schreibt auch. Danke, HBB. Kuss, Freddy, kuss. Hey, Freddy, komm doch hier rein. Ich glaube, er mag nicht. Er will privat sein. Ready. Er ist grad mein Plunderstück. So. Plunderstück. Plunderstück. Deine P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-Pizza. Deine P-P-P-P-P-P-P-P-P-Pizza. M-M-M-M-M-M-M-M-Marinara. Marianne die Fischige. M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-Marinara. Richtig geil die Pizza. Ja, richtig geil. Du 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 Du. Freddy den Black-Skin-Kant. Ja stimmt, dass das Freddy ein Video auf YouTube hat. Irgendwer hat das gepostet In Video Anscheinend hat Freddy ein Video Also ein Testvideo auf seinem Kanal Weil jemand gemeint hat, ob das Freddy sein Kanal ist Aber irgendwie so ein Test Achso, ein Discord wahrscheinlich Ja, aber auf dem öffentlichen Ich komme auf Freddy's Kanal nicht Ich habe den nicht gefunden, ich finde den nicht Ich kann da nicht drauf Ich habe gehört, wir schauen nachher Stranger Things weiter Ja, das können wir machen Oh, endlich, ich werde fast immer Spoiler Ich bin gestern beim Film eingepennt und habe nichts mitbekommen Ich weiß nicht, ob ich was passiert War ganz nett Achso, war er gut oder eher schlecht? Gut Also, war nicht langweilig Nee War direkt weg gestern, Leute, ich habe uns weggelegt Aber warum schießen denn alle auf mich? Was habe ich euch denn getan? Direkt weg Ich spiele gerade mit nem Ball Komm mal her, komm her, ich zeig dir was Blunderstück Darf ich dir was zeigen? Ja Schau, die Fahrende Stell auf, schnell, 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 schnell Und jetzt, komm her Okay Siehst du, oder? Ich dachte, ihr macht gerade was anderes da Ja, genau In Fortnite In Fortnite RP Ich bin ein Alien In Fortnite RP ist der beste Tanz. So, wo gehen wir hin jetzt? Freigezeichnet. Also erstmal den Busfahrer dann. Aber ich finde da immer uhrgeil, muss ich sagen. Ja, also du kriegst am besten Loot, aber wenn wir jetzt da abspringen, kann man uns sich vorstellen, dass da sehr viele Streamsniper sein werden. Also gehen wir in den Wraith Cave. Mein Bestie und dein Bestie. Und runter. Also du musst das ziemlich spät sagen, damit keiner Streamsniper kommt, wenn du reinfliehst. Hallo, sie sind im Stream. Achso. Ich habe eine Siegesgruppe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Machst du eine Übertragung an, bitte? Ah, schau jetzt ist er doch da, der Abtorene. Ja, du kannst jetzt im Stream gucken. Genau, kannst du im Stream nachgucken. Gehen wir direkt auf das Teil drauf, oder wie sieht das jetzt aus? Ja, wir gehen direkt auf das Teil drauf. Das wäre mein Plan gewesen. Geiler Schmeiß. Geiler Schmeiß, ne? Richtig geiler Schmeiß. Mach ich jemanden aggressiv in meinem ständigen In und Her? Oh, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ah, ich bin kurz rausgetappt. Oh, ich bin so gut wie tot. Äh, wirklich jetzt? Schaffst du sowas? Bester Mann. Ich habe Fortnite studiert. Wie ist mein jetzt? Ah! Nix passiert. In den Mund? Ist da oben was drin? Weil ich komme da jetzt nicht rein. Ich habe alles schon leer geräumt, hättest du sagen. Oh ne, ja gut, dann gehe ich bisschen runter. Wo ist mir unten was? Aus dem geilen Schmeiß. Ah, da gibt es eh geiler Hut. Geisser Trank für ein Faetschella, aber wurscht. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo sind Sie denn? Wo bin ich 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 denn? Wo bist du denn bei mir? Wer da? Kennen Sie schon die epische Frucht, wo es geile Sachen gibt? Äh, ja man, die ist noch mal, Ich liebe diese Luft. Wie komme ich denn da runter? Vor allem, wenn du die selber setzt. Diese Setzlinge. Werden die dir auf der Map angezeigt, wo du sie gesetzt hast, dann kannst du die Looten gehen. Da geht es ja voll ab. Party oder? Ich habe keine Waffen. Ich auch nicht. Ich habe nur so eine Auge. Guck einmal, komm her. Ich gebe dir was. Oh, mach schon auf. Komm. Da sind die Brenner. Geil, Alter. Ich liebe diese Frucht. Da ist voll die Party. Oh, ich bin jetzt ganz unten. Wo ist jetzt ihr? Äh, auch ganz unten. Ich will nicht alleine sein, genau. Ich hätte gern ein Ding ins Kirchen. Da liegen, by the way. Ein paar Sachen. Ich weiß, wer was haben will. Da ist eine Schrot für ein Patsch. Ah, einen habe ich übersehen tatsächlich. Schrotten. Schöne ist hier, durch die sogar metern, Leute. Da kann es ja werden. Hier darf sogar gemetert werden. Kannst du? Kannst du hier jetzt BTS? Ja. Geiler Loot. Äh, das ist voll cute da. Gääh. Aha. Voll süß. Ey, da ist jemand bei mir. Ich brauche Hilfe. Wo bist du? Da. Da drüben war jemand. Weiß nicht, ob der zu mir kommt, ob er streamen guckt oder so. Warum bist du da hinten? Geh doch wieder mal rein. Weil ich die Links suche. Jeder andere Mensch auch. Hauptsache. Kommen wir halt zu dir. Ja. Geile Musik aber. Voll chillig. Mhm. Voll cute, ja. Äh, braucht jemand, ähm, Dings hier? Warum bist du da hinten? Ich habe zweimal Schildtränke für euch, wenn ihr braucht. Guck mal, wo er ist. Äh, ich habe einen Sprinkli. Ich nehme den mit. Da ist so ein DMR für. Ja. Wo sind nämlich? Wer kommt hierher? Danke. Kann noch wer zwei Schilder mitnehmen? Große? Äh, ja. Dann müsste ich aber kleine rausschmeißen. Wie nur einer. Und da oben gibt es auch noch eine. Passt schon. Perfekt. Ist da was interessantes? Ja. Muss ich sagen, der Loot hier war recht gut jetzt gerade. Ja, wir sind nicht alles durchgegangen, weil der Heer ist schon wieder nach außen gelaufen. Ich bin dort gelandet, aus Versehen. Hier ist der Heer. Da können wir tanzen. Schauts einmal. Warum geht da keine Musik so? Schade. Wo geht man hin? Keine Ahnung. Wir können aber wieder zurück rauf gehen. Ich meine, wir sind ja in der Zone. Also, wenn ihr noch mal looten wollt, ihr könnt dann noch mal reingehen. Ja, wir sind schon draußen. Ne, da können wir uns noch mal in dieses Ding. Ah, da oben ist nur eine Kiste. Ne, möchte ich nicht jetzt. Ja, die nehme ich mit da oben, die Kiste. Die sieht lecker aus. Also, wer braucht Nebel? Ah! Claim! Ah! Will jemand meinen Sprinkli mitnehmen? Ich habe keinen Bock auf den. Danke. Schmeißen wir die Dings raus. Der Sprinkli hat uns vor den Arsch gerettet. Ist immer gut, das mitzunehmen. Können wir da rein springen oder bin ich dafür einfach nur zu blöd? Ne, der kann schon hier rein springen. Aha! Warum schaust du das und ich nicht? Aha! Okay. Also, können wir wieder zurück zur... Oh! Ich will hier raus! Oh! Ich auch! Oh ne! Der muss hier raus! Ey, das ist aber nicht gut, wenn wir uns hier alle aufteilen. Das ist scheiße. Wir kommen hier zusammen. Oh! Achso, du natürlich. Komme ich da zurück nochmal? Ja. Ich komme zu euch, alles gut. Ah, jetzt kommt... Huiiii! Wuiiii! 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 Ah! Sind da irgendwo Leute, wie es fahren? Nö. Also, vorhin 10.000 Volt gewesen sind zu viel. Sind wir gerade high? Komm, wir gehen da mal rein. Komm, wir sliden da mal runter. Wir sliden jetzt mal in die Dings rein. Wuiiii! War der schon in der Höhle drin? Wuiiii! War der schon? Aber haben nicht alles... Ja, aber haben nicht alles gelootet. Ja, geht weiter. Also, du glaubst, weil du geschrien hast. Ich glaube, der ist verhintel. Nein, ist vielleicht die Buschka. Babuschka. 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 Bugeln, jetzt könnt ihr ein bisschen in die Achterbahn fahren. Yo, Bro. Was geht's? Das ist ja geil hier. Ui, Bro. Was ist los, Bro? Geile Mucke, Bro. Gut, falls du löst. Auch. Eine blaue. Ich hab's nur da unten. Ich brauche vielleicht nur eine blaue. Guck mal, was hier unten ist, Bro. Aber danke. Rücken wir mal aus. Bei dem Dude hier, könnt ihr gerade eine goldene schwere Sniper holen. Finde ich zwar Mucke, aber... Das ist die mit dem Plämpeln. Das ist die Einzelschuss. Was? Wieso machst du das schöne Kinkerflug? Die ist auch warm, die Waffe, gell? Wer sie zuerst hier hat, der kriegt sie auch zuerst. Äh, da ist noch so'n Ding. Fink! 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 Fink you, Waisel! Ah, wo ist die? Hä? Kompletter Struggle. Ja. Danke Memo. Fink, der Schießtwer! Wo hast du gefunden? Ja. Schießtwer. Ja. Schießtwer. Warte, wir kommen gleich. Wir kommen gleich. Nein, nicht bei mir. Außen. Außen von mir. Okay. Also da hinten, nur halt auf der anderen Seite. Nicht drinnen. Kommen wir mal. Oh, ich würde da rausgehen, wir müssen hier, ne? Ja, jetzt müssen wir raus. Äh, ja. Wenn wir hier lang... Ja, hier ist ein Windkernar. Hier, wo ich bin. Bin ich voll, jetzt bin ich voll zufrieden. Ui, das ist ein TV-Kanal hier. Wie komm ich da nur schnell raus? Ah ja, hier. Ich glaub, hier sind auch YouTuber, oder? Hier, kommt mal raus. Das sind YouTuber, oder? Ja! Hui! Huah! Und dann rüber, oder? So weit's wie's geht. Tja. Weil die Zone ist weit weg. Oh, ihr macht so einen anderen Weg. Wow, danke. Äh, was machst denn du für einen Weg? Ich wollt raus. Jetzt bin ich raus. Äh, wir fliegen doch raus. Wir fliegen doch. Ja, ich flieg nicht. Warum fliegst du denn nicht? Was denn los mit dir? Wie flieg ich denn da jetzt rüber? Oh, hier ist ein Gegner. Wo, 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 wo? Oh, jetzt seid ihr hier Arschis noch. Ich bin bei dir, Schande. Ja, Schande, wir warten doch jetzt auf dich. Warum machen die die epische Frucht nicht auf und sollen? Das sind doch geile Sachen drin. Ich hab grad versucht, ob ich irgendwie schnell zu euch kann, aber es geht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich lauf um mein Leben grad. Ja. Ich slide in die DMs. Oh, ne Goldene. Hallo, das ist ein Gegner mit Bus. Müssen wir aufpassen. Kojoten. Wir warten auf euch, bis wir da irgendwas machen. Scheiße, das sind eins, zwei, die sind alle da. War ein Party. Natürlich. Da geh ich jetzt aber noch nicht runter allein. War zu heikel das Thema. Jo. Geht da so rein? Soja, den könnte ich im echt gehen. Wir gehen aber hier über die Berge, würde ich sagen, hier rüber. Schaut mal hier, diese Setzlinge. Ich bin da. Wenn ihr die werft, könnt ihr die... Ey Leute, 15 Sekunden um die Zone, bitte schnell. Ja, ich bin da. Wir müssen ausruhen, weil da sind ganz viele Leute da drin. Ich warte auf euch. Ja, ich bin da. Perfekt. Ich glaube, ich hab was gekauft, weil da ist die überall Pilze. Pilze! Wenn ihr auf diese kleinen, spöchenden Pilze schmeckt, kriegt ihr auch Schild dazu. Geil. Geleuchtende Pilze. Schmeckt. Wett mal rein. Ich hab noch keinen Kill gemacht, diese Runde. Ja, auch nicht. Ja, keiner. Ich hab noch nicht mal jemanden gesehen, außer die da jetzt gerade waren, aber ich hab jetzt nicht geschossen, weil es so viele waren. So, jetzt sind wir drin. Die sind mit dem Battle Bus gefahren. Battle Bus. Battle Bus. Auch mit dem Panzer. Panzer wär nice. Ach, wie schön das gewesen wäre, so ein bisschen Panzer. Die Runde vergesse ich niemals. 19 Kills mit Panzer, Gibi. Okay. Okay, da waren schon welche, da unten ist das Ding gelootet. Erst, die können gar nicht mal so weit sein, oder? Guck mal sonst mal hinter uns, ob da dann wer reinkommt. Das ist immer ganz spannend. Check gerade, ja. Oh mein Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Alter. Mein Herz. Was? So ne Scheiße. Wildschwein. Oink oink. Schaut nicht so aus, es kommt dabei rein. Mit oink. Ja, warte noch. Leg oink oink. Leg oink. Leg oink. Brenn hier klein, wenn er muss. Nö. Oder? Noch kann's passieren. Oh, das ist so nie Sau, dass wir hier reinkommen. Das ist alles ganz... Es kann noch passieren. Ganz leh geht aus. Ach, ich nehme die Sau da unten, die nehme ich mit. Ah, wobei die Zone frisst die Sau, na super. Die Zone frisst die Sau. Ja, komm, so ein Stück Scheiße. Die arme Sau. Die geht da nicht mal drauf, ist das Traurige. Die bleibt ja immer da stehen. LRP, ne? LRP, ja. Geht nicht. Was ist da? Mal Tags an. Lasst uns aufm High-Ground kommen. Irgendwie, wenns möglich ist. Oh, ich fall hier runter. Wir sind am Low-Point, glaub ich. Eher. Probier, probier hier rüber. Hier, siehst du das? Hier rüber? Okay. Hier würde ich gerne den. Hier ist der Lootdropper dabei, wieso nimmt den keiner? Ah! Den unten. Ach, was wurde da noch drin? Wir sehen doch die Gegenden, dass wir hier sind, oder? Ja und? Ich will den haben. Nein, dort oben ist so eine geile Shotgun. Gut. Ich sehe nur Scheiße drin. Nur Scheiß da, ja. Bad. Lootdropper damals auch. Da kommt der. Für ein Fahrzeug. Ich sag dir doch, dass da wer kommt. Da. Wer kommt denn da? Von wo? Ab unten. Ja, da unten. Komm und da hoch. Dann rülpen wir die. Hier unten läuft er. Ja. Ist einer da ohne von denen? Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich glaube der war allein, kann das sein? Ja. Ja. Ich dachte schon, das ist ein Schaden leider. Hm? Der muss doch noch irgendwo sein. Ah, der ist da hier, oder? Ah, nicht auch nicht. Der Wesel ist er. Hm. Gibt der noch? Ja. Der ist da hinten. Der ist da hinten. Die Furme kommt jetzt. Der ist hier hinten drin. Der hat sich gehealt. Der ist hier. Er hat sich gehealt. Der ist hier. Der ist hier hinten drin. Nicht vergessen. Wichtig und richtig. Immer. Das vergesse ich sehr oft. weißt du wie alle auf einen gehen der arme junge so sieht man da leute hey wenn ihr ein ding seht dann lagerfeuer gibt mal bitte bescheid ich habe ein spray dabei ja ich hatte zwölf leben ich wollte den vogel seine quest schon aufmerksam machen auf uns haben wir hoch auf den stein wir machen wir auch wir können es probieren über kaster war wir machen nicht mal nicht schauen wo die zonen kommt bleiben wir dort wo die wo sie nicht und wo kommen die ja hier hinter dem baum ich sehe sie leider nicht du dreckiger du du baum weg achtung von der seite kommen auch ich ja 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 ui memo hast du mir einen harten hit gegeben und ganz dort hinten ja der muss hier reinkommen lass die reinkommen was verstecken die müssen die müssen ja auch rein ziehen sie nicht das ist so dunkel verstecken sie im bus im bus sind wir von hier gehen kommen wir hier da können wir mehr in die zone rein kommen wir mehr ran wir müssen uns besser verstecken und nach hinten durch meddeln wenn wir wollen ja so passt mhm da leuchtet es aber lecker blatt alter ich pass da voll gut rein mit meinem kopf sieht man ja gar nicht wir fighten glaube ich gerade gesehen ja ja lass die mal fighten wir snacken uns die dann einfach oh es sind schon wieder so wenige eigentlich sollten wir links an der zone ran laufen ja machen wir doch in diese richtung ah noch mehr noch mehr ok dann gehe ich da weiter ein bisschen mehr noch ja hier würde ich dann erstmal bleiben oh die schießen die wissen wo wir sind ja oh der ist slow der ist slow der ist slow schieße den baum weg ah scheiße ich mach das er ist arg lo der typ oh ich bin down ja was machst du komm runter da komm runter da ich hiel dich Schandal hilfst du mir Schandal hilfst du mir ich bin ner da wenn sie runter gehen wird die blöde Kuh ich check nur dass von hinten jetzt keiner kommt zu uns wir müssen rein ne ja ja kommt mal zu mir ich werfe noch schnell den sprinkler das habe ich keine ich habe einen hast du beide ich habe einen da vorne hinter dem stein ja das richtig laut ist richtig laut ich krieg den stein nicht weg der war es der kommt zu uns ja da war direkt einer frau ist er noch der macht mir krank der mits der dreckige baum dahinten jetzt arbeit der ist unten der stunden ich wollte den nächsten baum oder was das wäre so verdunst baum kämpfen oder wie können dann einfach weg vielleicht gehen wir nicht hin vom buch und warte von hier und hier und so eine zonne 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 hinter dem stein hinter dem stein da hinter dem einstein und dahinten auch noch mal müssen rein in die zone aber ich weiß genau wo sie sind da müssen wir es gut durchhalten okay die hat mich aber die hat neunziger von mir kassiert der busch von hinten hab ihn hab ihn ich hab den ein ich hab den ein ich hab den ein einer ist im busch die können wir pushen da sind zwei sind zwei sind zwei ein hab ich ein hab ich ein hab ich kriegst du mich wirklich gezogen die geschönigt mich die blöde ist es die letzte ich glaub von der körper ja ich war so low ich war so low guckt mich an der low pop wendet rein ja so stolz dass ich eine noch krieg hat alter da gehen die xp hoch 199 ep punkte 199.000 rein in die olga noch mal oder machen wir jetzt stopp ich würde sagen noch eine runde alle guten dinge sind drei oder wenn wir jetzt noch meinen epischen holen dann sind wir krass alter die hatte noch volles leben und ich mit meinem bisschen nicht noch 100 hoch gehen können aber ich hatte sonst nix mehr ich bin jetzt voll in all in gegangen die haben uns geholt jetzt das freut mich der chat ist gg am schreien perfekt so muss man das so berlin bär 43 danke für die euro dann karen lorffs xion da du eh grad fort spielst du hast du schon den twitch-drop-emote abgeholt twitch-drop-emote ich glaub nicht müssen wir schauen frank pro ne pro frank 90 cent vielen damen ich glaub parcella schreibt gg rein obwohl er eh da ist ich war ich war down ich könnte noch nicht mal gg schreiben einer schreibt ich spiel zwar keinen fort hat mehr sieht aber wieder spaßig aus naja du bist ja gebannt von einem kanal ne ja also auch umstellen die ich bis heute nicht verstehen kann weißt du wenn ich auf deinen auf deinen links drauf gesteht dass du bei mir gesperrt bist und wenn ich drauf gehe und auf n sperren drückt passiert nichts aber da habe ich mich schon einen kanal machen ich habe noch einen zweiten wo das so ist da hat jemanden gegeben dass bei mir auch gesperrt und dann habe ich habe den nie gesperrt oder so nie und den kann ich auch nicht entsperren einfach youtube das ist wirklich ein fetter bug ich könnte mal youtube anschreiben und noch mal fragen ich finde wie im fuck you ways ja ich schwöre die schreiben einfach fuck you ways leute fech gehabt schön danke sagen in goldener farbe leute das war mein dritter kronensieg in der reihe insgesamt der dritte jetzt schon habe die krone noch immer nicht verloren und so drei siegen dann habe ich auch nicht gedacht dass jemand schaffe kann man mitspielen vielleicht machen wir wieder mal so ein community stream zusammen wäre auch lustig nö jetzt gerade geht es nicht nö einfach so nö nett just kidding da fliegen eh keine mit perfekt just kidding oh perfekt guck brudi bruder muss los bruder freistoß brudersaft mit soos so 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 ich habe sie gerade weg gesnackt ja kriegst du dann eh wieder von mir wenn ich die andere gefunden habe ich mag die andere mehr naja du kannst die in deinen bobo schieben schon angenehm ist ja gerne sogar schwer das ist ziemlich quer ui da ist wirklich nur mutter gerade dadurch schon bessere frage also in meiner saun ja auch nein die wollte ich mir grad mitnehmen gibst du mir das bitte wieder ich muss mich einsprühen hallo ich muss mich einsprühen warte du kriegst das gleich wieder da du dreckiger weg dir das maul solltest du nur kurz einspülen weißt du sie wird nur teilen meia ist so scheiße weißt du das das kommt davon wenn man die sniper wegsmackt ja ja ich habe gesagt du kriegst sie dann wieder nee ich will sie jetzt haben jetzt geht aber nicht jetzt ist grad schwer magst du tauschen mit was nein ich biete an die goldene die ich aufgekommen habe nein goldene was denn du mal hier wieder in die du magst ach mal kennst du die scheiße ich bin ein Stück fest solange ich die andere sniper nicht habe halte ich die oh ich retter da was rein ich habe eins was angebraucht würde ich habe noch ein saufpack wo ich es rein verleiten werde und das kommt mit alleine und ohne werde die mehr stehen weil sie nicht die abozeit sind angebraucht ach wie heißt das ding ich habe so einen Sprinter geh weg schande da liegt noch einer geh weg das ist geh weg also wer die haben will die liegt da hallo die liegt da wer sie haben will kann sie nehmen der erste der sie findet kriegt sie keine lalalalalalalala claim claim bitte claim ich claim sie da kann sich sein dass dein gut heute sie überhaupt nicht spielt ist jetzt gerade in dem Moment ne ist grad echt mochi will jemand ne goldenen die brauche ich jetzt nicht mehr weather wir hatten das ne goldene was ja aber habe ich markiert dieses Kampfmaschinen ne dankeschön hat sie schon aufgemacht ich denk mir schon Ich muss mir jetzt rausgucken. Gut, da wollte ich jetzt nicht hin. Gut, da wäre auch nur so eine Schnaiper, falls die da braucht. Hallo! Kommen Sie raus aus der Toilette, bitte. Also die sind die Toilette. Hier ist noch ein lila Snipe. Oh, das nehme ich mit. Oh, das war schön. Hilf dich, Mann, ich will hier durchgehen. Ich brauche Geld auf meinen Nacken. Auf meinen Nacken. Geil, wenn man dich erschießt, kriegt man dann EP-Punkte, oder? Genau. Ich erschieß ihn, ich erschieß ihn. Dankeschön. Wenn, dann muss es ja vom Team-Bed kommen, oder? Hast du bescheuert, oder höre ich das? Ich höre auch die ganze... So, hier ist ein Riss. Einfach die Tür aufmachen. Wer hat mir jetzt die Sachen weggesnackt? Keine Ahnung. Das warst du, gell, ich hab dich gehört da drin. Ich hab ja mich gesucht, wie ein Trottel. Ja, du musst die Tür aufmachen. Das war direkt dort. Ja, ja, ja. Den ganzen Müll, den darf ich aufklauen. Den Riss nehme ich mit. Den Riss nehme ich mit. Ah, danke schön, das ist sehr cool, danke. So, jetzt habe ich alles, was ich brauche eigentlich. An dem Automaten gibt es blaue DMR. Ah, 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 wo, 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 wo? Ah, warte, ein Riss. Wo ist denn der Riss nochmal? Äh, lila Marker. Okay, warte. Also hier in dem großen Haus. Ja. Hinter dir. Es ist da, in der Nähe ist auch eine, ähm, Erdloch. Warum denn? Guck mal hier. Habe ich schon entschieden. Warte, wo ist er denn? Hier hin, bei mir. Ja, hier, guck mal, da von draußen steht doch eins. Aber warte, die nehme ich mit. Äh, wo ist die lila? Ich finde lila nen, ah, da oben. Jetzt habe ich es. Ich brauche immer so ein bisschen. Mein Gehirn war etwas länger zum Arbeiten als Andere. Wenn man sowas verstanden hat. So. Das ist mit. Äh, Bedrohung rot. Bedrohung rot. Bedrohung rot. Bedrohung rot, das ist schlecht. Hier vorne, hier vorne, hier vorne. Boah, die sind bei mir oben. Ah, kurva. Ah. Man hört es kaum. Hilfe! Wo sind die? Bist du immer bei mir? Oh nein, es sind zwei. Ja. Oh nein, ich bin down. Da waren zwei. Ich wusste es nicht. Hilfe. Ah, die haben mich. Weit oben. Ja. Ja. Wir haben uns hops genommen. Äh, äh, äh. Meine Krone. Eigentlich schön, wer da böses denkt. Ey, ähm. Gib mal bitte Linux. Gib dir mal bitte Dings hier. Äh. Schandl, du hast noch zwei Tänken gekriegt. Warte, warte. Ja, er ist ziemlich low. War easy. Okay. Dann halt nicht. Entschuldigung. Oh Gott. Uah. Oh Gott. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh Gott. Hinter dir. Berg. Und oben. Oh oh, die Kompare. Der rippt dich jetzt sowas von, du bist sowas von weg. Oh, das war daneben. Decker. At least we tried. Ja, ihr seid schuld, weil ihr wart als erstes weg. Also wirklich. Ey, wir waren nicht schlecht. Das Problem war jetzt einfach nur, dass wir durchs Kopfgeld in der Mitte von irgendeiner Map hatten. Weg jetzt. Aber jetzt sind wir fertig. Ja. Jetzt haben wir's gerippt. Reicht, was reicht, was reicht. Jetzt reicht. Jetzt haben wir, jetzt haben wir so zu oft gesiegt, dass passt das auch. Zurück zur Lobby. Lobby. Pfui. Mag jetzt Change of Things gucken. Ja, machen wir jetzt auch. Es ist noch spät genug. Es ist fast zwei Uhr in der Früh. Ich hab'n Battle-Blüte bekommen. Ja, weil du mit nem, ne Krone da gemacht hast, glaube ich. So war das. Warte, welches Level-Battle passt immer als acht? In neun Minuten kommen neun Sachen. Neun Sachen. Ich warte jetzt noch. Ja, ich nicht. Alles gut. Was? Neun Minuten. Ui, acht Minuten. Schieß. Gut, Leute. Ähm. Wie ich sagen, wir tun noch mal die VIPs durchgrüßen, die noch aktiv dabei sind. Und dann machen wir für heute aus. Okay. Okay. Kannst mich grüßen? Nein. Ich grüße Bacella. So, erstmal Fortnite schließen. Ja, bitte. Ja, ich möchte beenden. So. Man soll dann auffüllen, wenn's am schönsten war. Also, jetzt haben wir schön viele Runden gespielt. Zweimal epischer Sieg. Das ist doch schön. Das ist doch wirklich schön, Leute. Gut, da geh' ich mal durch. Also, wer noch aktiv dabei ist, ich grüße jetzt mal die ganzen VIPs durch, dass die auch mal einen Vorteil haben. Enkörtl grüß' mal. Spiellöwe grüß' ich. Astroleon grüß' mal. Eflo 123. 123 grüß' ich. Dann haben wir hier noch, wer weiß noch alles. Freddy. Ist er ja kein VIP? Freddy, seit wann kein VIP mehr? Er war Freddy. Doch, ist er doch. Ich bin ein Trottel. Seit einem halben Jahr. Ich dachte, wo ist denn sein Abzeichen hin? Ähm. Mike P. Grüße noch raus an dich. Ist ja auch seit über einem Jahr VIP mit dabei. Da darf man auch mal Danke sagen. EZNZ7 grüß' mal auch. Ist auch ein neues VIP geworden. Gute Nacht. Schau mir den Rest später. Arbeit ruft in vier Stunden. Von Iceman. Ja, wir machen eh jetzt schon Schluss. Iceman280. Dankeschön. Und Losti grüß' mal auch noch. Ist ja auch noch VIP. Bachelor sowieso auch als VIP. Das haben wir ja schon gegrüßt. Äh. Scribetextdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdx nicht dafür. Alter, über Jahr, das ist schon heftig. Einfach dieser Gold-Button da schon. Raphson grüßt man auch als VIP natürlich. Neotricks auch neu VIP geworden. Ja, mach erst mal alles kaputt im Zimmer, das ist ein paar Schüsse. Und, ähm... Die IP ist schon wild, ja. Vor allem, Alter, wenn man so ein Gold-Abzeichen schon hat, das ist echt hart. Da weiß ich, dass sie sich seit einem Jahr hier VIP gegönnt haben. Ist schon geil. Na, es heißt, äh, Crypted-Data. Ah! Ah, da muss noch mal drauf kommen, was das X da setzen soll. Crypted-Data. Ich hoffe, ich merke mir das. Was hast du denn da? Was zum Essen? Machen wir uns einen Auflauf? Nein, wir machen jetzt nichts mehr. Ich mach mal einen Auflauf. Ich mach dann lange. Ah! Ja, hab ich einen Döner gehabt. Zwei Döner. Ich hab mir heute zwei Döner reingepfiffen. Die war so geil. Ah! So, easy, als das sie mal vorgelesen, genau. Neun Monaten, zwei Jahre. Heftig. Ey, dann hast du, dann hast du dein, äh... Deinen Black Diamond Badge hast du dann. Ist irgendwer da, der seinen Black Diamond Badge hat? Ich glaub nicht, ne? Ich glaub grad nicht. Ziel ist 24 Monate. Ja, dann kriegst du den Black... Den Black Diamond Badge. Ist schon geil. Ähm, so Leute. Minecraft. Äh, ja, ich... Ich denke mal, dass wir demnächst auch Minecraft spielen werden wieder. Also, ich werd mal einen Server aufsetzen, dann spielen wir alle zusammen Minecraft. Ähm, also... Alle zusammen nicht, die jetzt hier sind. Ja, so mit Andelschandeln und so. Das wird wieder geballte Minecraft-Spielzen. Alle 2500, die da sind. Also, Leute. Ich wünsch euch noch eine wunderschöne gute... Wobei, so können wir das ja öfters machen. Eigentlich, weil du VIPs, die musst du ja auch irgendwo einen Vorteil auch so geben, ne? Dass wir vielleicht VIPs immer am Ende grüßen können, das wär auch nicht schlecht. Können wir ja auch so machen. Dass wir eine VIP-Grüßrunde haben. Gute Nacht für die Zauentrollis. Ey, du bist auch noch da. Die Zauentrollis. Ja, kurz geht raus. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Ends mit. Ja, hoffentlich nächstes Mal, dass ich die Zauentrollis rausnehme, ne? Mestus. Mestus, Doktor. Sehen wir ja alle nett hier miteinander. Aber der MacGrip von Macis ist noch besser. Stimmst du doch zu, oder? Ich hab noch nie MacGrip gegessen. Ach, doch. Oder? Hab ich mal... Nee. Nein, ich hab noch nie MacGrip gegessen. Noch nie. So, Schandl wartet. It's Niklas. Minecraft-RPC? Nein, nein, nein. Minecraft, wenn dann ganz normal Survival. Macht einfach nur Spaß, finde ich. Ich liebe Survival-Modus in Minecraft. Hab ich voll Bock drauf. Voll Bock. Also, Leute. Die Katze miaut auch schon. Wir verabschieden uns. Tschüssikowski. Der Dosensack ist heute auch wieder dabei. Und ich wünsche euch was, Leute. Vielen Dank für... Oh, warte. Ich muss den Sessel... Warte. Ich muss den Sessel wegschieben. So. Ich muss den Sessel wegschieben.